So, liebe Leute, soweit ich das sehe, ist es um 10. Perfekt. Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt sind noch nicht so viele da, aber wer nicht da saß, der nicht mit aß und auch nicht mit abstimmte, also selber schuld. Und wir fahren heute Morgen hier fort und ja, ich hoffe, ihr hattet eine erholsame, geruhsame Nacht. Hattet die Chance, das wieder rauszukriegen, was ihr gestern reingeschüttet habt. Und ja, jetzt fahren wir fort mit den Wahlen bzw. Vorstellungen der Kandidaten. Ich übergebe an BIM. Guten Morgen allerseits. Bevor wir richtig anfangen, wir haben mal wieder drei Gewinner. Wer seine Unterlagen vermisst, bitte bei der VL melden. Also, die Nummern unserer Gewinner, die Gewinnnummern lauten 46603, 4646542 und 861969. So, also wir machen jetzt weiter mit der Wahl des politischen Geschäftsführers. Da würde ich mal den oder die Kandidaten bitten, auf die Bühne zu kommen, damit sie sich vorstellen können. Das war ein Stichwort, Seekor. In der Tat ein richtiges Stichwort. Kurze Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Natürlich. Wie lange brauchst du? Olaf. Als ich sehe im Moment zwei Kandidaten für den Polgf, gibt es weitere Kandidaten. Pass mal auf. Könntest du mal das Mikro hochfahren? Einschalten. Beide eingeschaltet. Hast du das Mikro eingeschaltet? Sicher eingeschaltet. Drück mal auf den Knopf. Drück mal auf den Knopf. Geh mal her. Also, es ist, ja. Marc, gib dir mal das Mikro. Ich schlage Alex Lessmann vor. Wir haben einen weiteren Vorschlag. Wir haben einen weiteren Vorschlag. Gut. Gibt es noch weitere Vorschläge oder Eigenkandidaturen? Haben wir nicht? Dann würde ich sagen, fangen wir an. Wenn es euch recht ist, in... Ich habe jetzt gerade noch einen Geontrog auf Meinungsbild im Hinblick auf die Kandidatur vom Alex. Alex, der auch KV-Vorsitzender in Landsberg ist, unterstellt, Alex würde zum Polgf gewählt werden, würde die Versammlung auch kein Problem damit haben, dass er auch noch KV-Vorsitzender in Landsberg ist. Wer kein Problem damit hätte, bitte die grüne Stimmkarte heben, ansonsten gleich die blaue als Gegenprobe. Dann kann ich dir mitteilen, dass das Meinungsbild sehr überwiegend positiv ausfällt. Gut. Muss ich jetzt Olaf noch vorschlagen oder... Wir haben... Wie bitte? Muss ich Olaf noch vorschlagen oder... Nein, Olaf wird nicht vorgeschlagen, er kandidiert. Er kandidiert, gut. Ich schlage vor, dass er... Also ich schlage auch nochmal extra Olaf vor. Und Olaf hat analog Alex gesagt, er ist Polgf in... Oberbayern. In Oberbayern? Wie lange noch? Als ich gewählt werde... Du trittst dann zurück. Dann haben wir formal sowieso kein Problem. Wenn du zurücktrittst, ist das ja eh wurscht. Also ob wir jetzt in die Gerüstung... Nicht vor... Also der guten Formhalber, Olaf würde zwar zurücktreten im Bezirk als Polgf, aber hättet ihr ein Problem damit, dass er für sehr kurze Zeit auch Polgf in Oberbayern ist. Ja, wenn ihr kein Problem damit habt, die grüne Stimmkarte heben, also Vereinbarkeit. Wenn ihr eins hättet, bitte die blaue. Gut, Olaf, das Gleiche für dich. Es gibt kein Problem, was die Versammlung anbetrifft. So, haben wir weitere Kandidaten? Nicht. Dann steigen wir ein mit der Vorstellung. Gut. Ich habe nichts vorbereitet. Also jetzt fangen wir mal an. David, machst du bitte. So, guten Morgen. Die Herrschaften, auch an der Tür, können gerne draußen weiter diskutieren. Dankeschön. So, guten Morgen, Piraten. Ja, ich habe mich ja gestern schon vorgestellt für den stellvertretenden Vorsitzenden. Ich sehe die Aufgaben, die ich euch gestern, beziehungsweise die Themen, die ich umsetzen wollte, die gelten immer noch. Ich kann die natürlich immer noch nur mit euch zusammen umsetzen. Vielleicht als Schwerpunkt bei dem politischen Geschäftsführer würde ich stark auf die Pressearbeit, auf die interne Pressearbeit setzen, weil ich denke, mit Niki und Claudius haben wir zwei Vorsitzende, beziehungsweise stellvertretenden Vorsitzenden, die, ja, eh nach außen gehen, die nach außen wirken wollen und irgendjemand sollte dann auch die Pressearbeit nach innen machen. Punkt zwei, den ich noch gerne vorantreiben will, ist unser internes Entscheidungsfindungstool oder wie auch immer, unser Liquid, Pirate Liquid. Das sollten wir wirklich auf gesunde Füße stellen. Einfach aus dem Grund, wir können nicht glaubwürdig nach außen argumentieren, dass wir eine liquide Demokratie haben wollen, dass wir Beteiligung haben wollen und parteiintern kriegen wir es nicht auf die Reihe, zumindest für eine Entscheidungsfindung, für eine innerparteiliche Demokratie überhaupt kein Tool zu haben. Deswegen will ich, dass wir das Liquid so weit hinbekommen, dass alle Mitglieder daran teilnehmen können. Unabhängig. Entschuldige bitte, dürfte ich euch nochmals um Ruhe bitten? Dankeschön. Ja, danke auch. Ja, also dass wir das Liquid so weit hinbekommen, dass jeder daran teilnehmen kann. Idealerweise mit den Zahlen seines Beitrags, da müssen wir dann nochmal mit unserem Gänseck reden, wie wir das organisatorisch hinbekommen. Und ich weiß, die Oberfläche ist alles andere als nett, die ist sperrig, die ist haarig, aber vielleicht bekommen wir das auch besser hin, die Themen, die im Liquid diskutiert werden oder angeboten werden zur Diskussion, dass wir die auch ein bisschen weiter innerparteilich nach vorne bekommen, weil oftmals ist es so, ich glaube, Ben kann davon ein Lied singen, die Initiativen, die im Liquid diskutiert werden sollen, sind vielen, vielen Piraten einfach unbekannt und da müssen wir besser werden und das würde ich dann gerne mit auf die Reise nehmen als Peuge, wenn ihr mich wählt. Danke. So, moin moin. Mein Name ist Alex Lessmann. Ich bin nicht neu in all dem mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ich war zwei Jahre politischer Geschäftsführer schon in Bayern. Wir haben bei der Landtagswahl zwei Prozent geholt, wir haben bei der Bundestagswahl zwei Prozent geholt und ein Teil von diesen Prozenten war schlicht und ergreifend die Außenwirkung. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit haben nicht funktioniert, weder im Bund noch in Bayern. Wir haben die Wähler nicht überzeugen können, dass wir eigentlich diejenigen sind, die gewählt werden sollten, wenn wir tatsächlich nicht denselben Trott haben wollen, wie wir in vorher hatten. Das, dazu gehört einfach, dass man viel mit der Presse redet, dass man die Presse überzeugt, die Journalisten überzeugt, von dem, wie gut wir sind und die wiederum die Öffentlichkeit. Was aber auch gefehlt hat, war unser Wirken in der Öffentlichkeit an sich. Wir brauchen Strukturen, das wurde auch gestern oft gesagt, aber es stimmt, wir brauchen Strukturen, aber wir brauchen jenseits dieser Strukturen auch Leute, die die Strukturen füllen. Wir müssen uns selber, wir müssen die nicht mehr so Aktiven oder Inaktiven motivieren, mitzumachen, damit wir dann tatsächlich die Strukturen mit Leben füllen, damit wir gute Arbeit machen können, damit wir die Leute gut überzeugen können und was wir brauchen, sind viel mehr, ja wir nennen es Conventions, viel mehr Treffen von Piraten, aber auch Treffen, wo wir uns Experten holen und so auch die programmatische Arbeit gut machen, aber gleichzeitig auch nach außen wirken und klar sagen, wir arbeiten an jene Themen, Bildung, Gesundheit, Bürgerrechte etc., Datenschutz. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall machen müssen und was auf jeden Fall aufgebaut gehört. Ich traue mir zu, das zu machen, ich habe es schon zwei Jahre lang gemacht, ich kenne mich mit Presse und Öffentlichkeitsarbeit aus und entsprechend gehe ich davon aus, dass ich eine wie gewohnt gute Arbeit machen könnte im Vorstand. Piraten Ahoi, Krüger Olaf mein Name, von Beruf Journalist und Kommunikationswissenschaftler. Ich bin noch in Oberbayern politischer Geschäftsführer, in der Partei seit zwei Jahren, habe gezeigt, dass ich in der Vernetzung vorankommen kann mit euch, habe als oberbayerischer politischer Geschäftsführer die SG Presse Oberbayern initiiert und kann Erfolge vorweisen. Erfolge vorweisen insofern, dass, wie wir gestern schon richtig gesagt haben, wir zwar nur bei zwei Prozent gelandet sind, wir aber in Oberbayern durchaus mehr Prozent erreicht haben. Es ist gestern viel davon gesprochen worden, welche Probleme die Partei hat. Es ist auch davon gesprochen worden, warum und weshalb bestimmte Personen gestern gewählt werden konnten und welche nicht gewählt werden konnten. Ich möchte nach vorne blicken und tue dies, indem ich auch analysiere, was haben wir falsch gemacht. Wir haben das beispielsweise in den letzten beiden Wochen alleine auf drei Meetings gehabt in München in der Landesgeschäftsstelle. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben darüber gesprochen, welche Presse- und Öffentlichkeitsarbeitsmöglichkeiten es noch gibt für uns. Wir haben darüber gesprochen, wie wir in der Innenwirkung uns darstellen, wie wir nach außen wirken. Und wir haben übrigens auch uns die Arbeit gemacht, nochmal darüber zu sinnieren, welches Menschenbild haben die Piraten beispielsweise. Ich möchte in diesem Zusammenhang ganz klar sagen, weil es Niki gestern direkt angesprochen hat. Ich kann mit Niki sehr gut arbeiten. Ich kann mit Claudius sehr gut arbeiten. Ich arbeite mit dem Geldpiraten seit anderthalb Jahren sehr gut zusammen. Wenn ihr ein gutes Team wählen wollt, dann bin ich, glaube ich, der Richtige. Der Richtige deswegen, weil wir alleine Claudius und ich letzte Woche noch darüber philosophiert haben, was können wir verändern in der Innen- und Außenwirkung. Wie gehen wir mit innerparteilichem Streit um? Ich habe allein mit Niki besprochen, wie können wir die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verstärken, verändern, verbessern, auch vor dem Hintergrund, dass wir möglicherweise wegbrechende, gute Piraten haben. Wir werden heute beispielsweise auch einen Antrag einbringen zu einem Grundsatzprogramm Kommunalpolitik. Wir haben vor uns zwei wichtige Wahlen, nämlich die Kommunalwahlen 2014 und die Europawahlen. Wer auf mein Wikiprofil schaut, Leak-A-Dealer, wird merken, dass ich im Kommunalpolitischen sehr stark engagiert bin. Kommunalpolitik bedeutet aber auch, dass man handgreiflich wird. Das heißt, dass man sein Gesicht zeigen muss und für seine Überzeugungen einstehen muss. Wir Piraten haben jede Menge Themen, aber ein Kernthema ganz bestimmt. Das ist der Datenschutz und der Schutz der Privatsphäre. Dass dieses Thema seit dem Aufkommen von PRISM, Tempora, Ex-Keyscore, JCHQ, Sachen, die wir möglicherweise vor drei Monaten noch gar nicht auszusprechen wagten oder konnten, weil wir sie nicht kannten, mit dem müssen wir jetzt bundesweit und auf europäischer Ebene, wir haben es gestern angesprochen, umgehen. Aber was bedeutet das dann zum Beispiel für die Piraten vor Ort? Was bedeutet das für die Gemeinde? Darum werde ich, egal ob ich jetzt gewählt werde oder nicht, später noch einen Grundsatzprogrammantrag einbringen, modular abstimmen lassen wollen, der uns ermöglicht, in den nächsten fünf Monaten auf kommunaler Ebene das wieder wettzumachen, was wir möglicherweise an Vertrauen verloren haben. Und Vertrauen ist mit eines der wichtigen Punkte, was ich versuche auch in meiner politischen Arbeit für die Piratenpartei vor Ort mit den Menschen zusammen wiederherzustellen. Wir brauchen, um Vertrauen aufzubauen, Leute, die für ihre Überzeugungen einstehen, Menschen wie wir, die dazu bereit sind, heranzugehen an die Bürger und zu sagen, was wir für richtig halten, welche Politikveränderung wir wollen. Dazu brauchen wir eine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die nicht auf Aktionismus setzt, sondern die langfristig, zumindest aber mittelfristig aufgebaut ist. Ich habe, denke ich, und man möge mir bitte widersprechen, aber bis jetzt habe ich keinen Widerspruch erhalten, jedenfalls in Oberbayern. Ich habe jedenfalls feststellen können, wenn wir in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit dieses Vertrauen herstellen, das heißt präsent sind, mit den Journalisten sprechen, ich bin ja selbst einer, ich weiß, wie die andere Seite tickt, dann kommen wir auch voran. Das mündet nicht unbedingt direkt in irgendeinen Artikel oder ein Fernsehinterview. Vertrauen aber bedeutet, das heißt, man wird angerufen, wenn es wirklich wichtig ist. Und was wirklich wichtig ist, entscheidet die Gegenseite, in diesem Fall eben die Journalisten, die Medienvertreter. Ich habe gerade schon darauf hingewiesen, Journalisten ticken etwas anders, als wir es uns erhoffen. Das heißt, wir müssen auf ihre Bedürfnisse eingehen. Wir müssen lernen, wenn wir es nicht schon wissen, wann sie was brauchen und genau dort ansetzen. Ich glaube, dass ich das ganz gut kann. Ich bin selbst im Journalismus seit 20 Jahren. Es kommt noch eine Variante hinzu. Ich war jetzt im Landesvorstand Beauftragte für Medienpolitik. Unabhängig davon, dass es eine Diskussion innerhalb der Partei gibt, ob wir Beauftragungen vergeben oder ob wir Sprecher installieren, wie auch immer dieses Strukturieren aussehen mögen. Eins ist klar, wenn ich auf den Medientagen in München Frau Aigner als frischgebackene Ministerin auch für Medienpolitik sprechen höre und sie piratische Politik vorträgt, einem Auditorium, das hochkarätig ist, dann haben wir zwar eins erreicht, unsere Politik wird umgesetzt, nur wir sind profillos geblieben. Das möchte ich für das Land ändern. Diese Änderung macht sich nicht an einzelnen Personen fest. Wie ich eingangs schon gesagt habe, wir wählen ein Team. Ich hoffe es zumindest. Ich habe gestern Abend angespornt von verschiedenen Piraten mir Gedanken darüber gemacht, ob ich wirklich kandidieren sollte. Was bedeutet eine Kandidatur? Bedeutet es, dass ich euch ein fertiges Rezept für die nächsten zwölf Monate vorschlage, mit Detaillierung bis zum Gehtnichtmehr? Ich denke, für mich reichen drei wichtige Punkte. Erstens das sogenannte KISS-Verfahren. Keep it simple. Das heißt, wenn wir mit den Leuten draußen sprechen und am Infostand sind, müssen wir ganz einfach reden. Es reicht nicht, dass wir unseren Jargon ausbreiten und oberlehrerhaft daherkommen. Das wollen die Leute nicht hören. Das zweite ist, wir müssen priorisieren. Wir machen viel zu viel. Wir wollen alle bedienen. Wir haben viele Nischenthemen, die auch wichtig sind, aber wenn es darauf ankommt, sind wir nicht da, zumindest nicht in den Medien präsent, wenn wir wirklich unser Kernthema verbreiten wollen. Ich möchte das ändern mit eurer Hilfe. Und dann ein letztes, das dritte. Nach allem, was wir diskutieren, bleibt eine wichtige Formel und die hat ein Sportartikelhersteller mal so formuliert. Just do it. Wenn wir jetzt hier rausgehen, egal ob ich gewählt bin, Alex gewählt ist oder David gewählt ist, völlig egal, wie es aussieht. Wir müssen da draußen Überzeugungsarbeit leisten, Jungs. Mädels, steht auf und tretet euch selbst irgendwo hin und geht raus und macht Überzeugungsarbeit. Ich möchte, dass dieser Wahlkampf, der vor uns steht, kommunalpolitisch ein Erfolg wird, dass wir in die Kommunalparlamente kommen, da, wo wir antreten und dass wir ins Europaparlament segeln, wenn es denn der Wähler will. Ich stehe dafür ein und ich bin auch nicht käuflich. Ja, zunächst mal danke an die Kandidaten für ihre Vorstellungen. Besteht denn Redebedarf für Fragen an die Kandidaten? Bitte an den Mikrofonen einreihen. Michi, leg los. Meine erste Frage geht an Alex. Es gibt ja letztes Jahr, wo du dann nicht mehr gewählt wurdest, der das Gerücht, dass du einen kompletten Wust an Pressekontakten mitgenommen hättest und nicht rausgerückt hättest. Was ist denn da dran? Funktioniert die? Doch, es funktioniert. Okay. Was ist da dran? Also, ich muss ein bisschen ausholen. Wir haben eine Datenbank gehabt. Mittlerweile haben wir eine andere Datenbank, basiert auf dasselbe System. Wir haben eine Datenbank gehabt, in der in Bayern 750, circa 750 Kontakte mit drin waren. In dieser Datenbank waren mindestens die E-Mail-Adressen der Ansprechpartner, sehr oft auch die Telefonnummer. Mein Nachfolger hat alle 750 Einträge zu Gesicht bekommen, weil sie waren in der Datenbank. Zu dieser Datenbank hat er auch Zugriff bekommen, natürlich. Es ist eine Datenbank, die vom Bund betrieben wird. Und ich habe keinen dieser Kontakte in irgendeiner Art und Weise gelöscht. Das wäre ja Kindergartenverhalten und das bin nicht ich. Zusätzlich dazu habe ich auch meinen Nachfolger mehrere Termine angeboten, sodass ich ihm erkläre, wie das funktioniert, sodass ich ihm erkläre, wie die Prozesse sind und so weiter und so fort. Das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, ich kann nicht einmal diese Kontakte mitgenommen haben, weil sie waren alle in der Datenbank und ich hätte sie von der Datenbank löschen sollen und das wäre echt Kindergartenverhalten. So etwas tue ich schlicht und ergreifend nicht. Dankeschön. Bevor wir weitermachen, darf ich euch nochmal um etwas mehr Ruhe bitten. Nö, wir haben Zeit. Ich darf euch um Ruhe bitten und wir machen weiter, wenn diese Ruhe eingekehrt ist. So, bitteschön. So, danke. Eine Frage an alle drei. Die Vernetzung der einzelnen Bezirke, was die Themen angeht. Also ihr habt jetzt vor allem Alex und Konstantin, ihr habt jetzt schwer auf die Pressearbeit abgestellt. Wer soll denn eurer Meinung nach im Landesvorstand die Bezirke so vernetzen, wäre es da auf Landesebene für euch da, würdet ihr das machen, dass die Bezirke immer einen etwa gleichen Wissensstand haben und auch einen Ansprechpartner, wo sie mit dem zusammen kommunizieren können. Danke. Danke für die Frage. Die Geschäftsordnung wird vom Landesvorstand dann festgelegt. Wer da dann mitmacht, in welcher Form, legen wir fest. Ich denke, bislang war es durchaus Usos, auch auf anderen Ebenen, dass der politische Geschäftsführer durchaus dafür abgestellt ist. Es muss aber nicht heißen, dass er die ganze Arbeit macht, sondern dass er das auch möglicherweise an andere weitergibt, aber sieht, dass die Vernetzung auch stattfindet. Thema Vernetzung, ich habe es gerade angesprochen, in der SG-Presse Oberbayern haben wir in Oberbayern alle presseverantwortlichen Piraten vernetzt. Das hat sehr gut geklappt. Es gab zwei Kreise, wo die Piraten einerseits nicht existent waren oder andererseits das nicht wünschten. Das ist jeder Crew, jedem Stammtisch, jedem Kreisvorstand unbenommen, sich da auch auszuklinken. Es hat allerdings seine Vorteile, wenn man in dem Netzwerk bleibt, und informiert ist. Zwischenfrage, haben wir noch die Redezeitbegrenzung? Gilt die noch? Kurze Rückfrage an Thomas. Meintest du die Vernetzung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder die allgemeine Vernetzung? Okay. Dann schließe ich mich der Meinung meines Vorredners an. Tatsächlich, wer welche Aufgaben übernimmt, wird im Allgemeinen vom Vorstand selber bestimmt. Manche Leute haben hier Stärken, manche Leute haben dort Stärken. Ich kann die Vernetzung der Bezirke übernehmen, das ist überhaupt kein Problem. Ich bin lange genug in der Partei, dass ich in jedem Bezirk genügend Leute kenne. Insofern, ich könnte das machen, wenn das dann die Entscheidung ist, die der Landesvorstand trifft. Die Vernetzung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kann ich auf jeden Fall machen. Ich habe auch schon Schulungen für die politischen Geschäftsführer der Bezirke gegeben, mit der Vorgabe, dass diese Informationen auch weitergegeben werden sollten innerhalb der Partei. Insofern, das ist überhaupt kein Problem, sowohl ausschließlich in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wie auch jenseits davon könnte ich das problemlos machen. Die Frage war kurz, eine kurze Antwort. Ich sehe das etwas anders wie die beiden anderen. Die Vernetzung, die innerparteiliche Vernetzung ist die originäre Aufgabe vom politischen Geschäftsführer und deswegen würde ich das gerne auch machen, weil was anderes soll denn ein politischer Geschäftsführer denn anders machen, als politische Arbeit innerhalb vom Verband zu koordinieren und zur Koordination gehört Vernetzung. Alex, wir haben jetzt vier Bezirkspiraten, also in den vier Bezirken, die brauchen sicherlich koordiniert sehr viel Unterstützung. Hast du dafür ein Konzept? Habe ich ein Konzept? Also, wie ich schon sagte, ich kann vor allen Dingen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, kenne ich mich da besonders aus. Allerdings, Fritz, brauche ich nicht zu sagen, wie Pressearbeit funktioniert, der kann das von alleine ganz gut. Ansonsten, ich finde, dass der Landesvorstand dort nur auf Einladung wirken sollte. Wir sollten klar die Trennung beibehalten zwischen den Bezirkstagen und der Partei. Allerdings, natürlich sollten wir zusehen, dass zum einen die Leute untereinander miteinander reden. Das wird zum Beispiel auf dem Niveau der anderen Fraktionen, die Fraktionen, die wir haben in den Landtagen, haben gemeinsam Mailinglisten, treffen sich regelmäßig, das kann man hier auch machen. Und was natürlich auch eine gute Idee wäre, wäre auch unsere Leute in den Bezirkstagen mit den Leuten zu vernetzen, die zum Beispiel in Niedersachsen in ähnlichen Parlamenten sitzen, damit die einfach von den schon gemachten Erfahrungen profitieren können und sie auf die bayerische Landschaft übersetzen können. Für mich an alle drei, also erstmal, euch ist schon klar, dass ihr euch nicht auf den Posten des Pressesprechers bewerbt, sondern auf den Posten des politischen Geschäftsführers. Deswegen jetzt meine Frage an euch alle dreien, in welchen politischen AGs im Landesverband Bayern seid ihr aktiv und welche Anträge habt ihr im letzten Jahr geschrieben und sind auch durchgekommen in den Landesparteitagen? Ich bin in der AG Bezirkspolitik Oberbayern tätig, ich bin in der AG Kommunalpolitik Bund, ich bin in der SG Presse, SG Presse Bund also, SG Presse Land, SG Presse ja, das war ja gerade, erstmal habe ich mit der politischen Arbeit angefangen, AG Bezirkspolitik Oberbayern, dann habe ich übergeleitet zur Kommunalpolitik und dann habe ich als letztes noch genannt, was ich auch noch mache und da ich noch zwei Minuten, noch eine Minute Zeit habe, ich bin in der Unternehmenskommunikation, das heißt also, ich weiß, wie man intern und extern kommuniziert, wenn ich hier jetzt beispielsweise einen Akzent auf die Pressearbeit gesetzt habe, dann ist das einfach dem geschuldet, was wir bislang auch immer wieder sehen konnten, dass mit dem politischen Geschäftsführer originär Pressearbeit assoziiert wird und benommen dessen, dass es der letzte Landesvorstand etwas anders in der GO definiert hat. Ich bin nicht direkt aktiv in den FGs, ich lese da mit, ich finde, dass wir dort einfach Leute haben, die mehr Ahnung haben als ich von den verschiedenen Themen, was die Programmpunkte angeht, die Anträge, die man gestellt hat. Ich habe zum Beispiel einen Antrag zur Auflösung des Verfassungsschutzes eingebracht, da habe ich mich auch mit Claudius abgesprochen auf dem Parteitag und ich habe mehrere Anträge zum Tierschutz auch eingebracht. Ansonsten finde ich, tatsächlich wir sollten viel mehr von den FGs Input bekommen. Dann sollten wir sie revitalisieren, dann sollten wir zusehen, dass dort was passiert, dann sollten wir zusehen, dass dort sich auch Leute treffen, nicht nur online, sondern auch im richtigen Leben, die einfach über die verschiedenen Punkte reden können, Input bekommen können, zusammen einen Konsens finden, die dann in Programmanträge und in politischer Arbeit mündet. So, ich mache es mal von der Seite, wenn ich nicht so geblendet werde. Ich bin in landesweiten, AG sind keiner vertreten, die sind, also ich konzentriere mich auf den Job, den ich habe, das war bisher Verwaltungsberat in Schwaben, ich bin kommunal in unserer kleinen AG Kultur, so klein wie sie auch ist, recht vital, die ist jetzt nur etwas eingeschlafen über den Wahlkampf. Ansonsten Anträge an den Landesparteitag in Unterhaching waren ein paar, die zwei wesentlichen waren zur Transparenz, zu einer Änderung von der Gemeindeordnung in Bayern bezüglich Transparenz in öffentlichen Verwaltungen und dann dieser Abstimmungsmarathon zu Grundrechten von sexuellen Orientierungen im Artikel 3 vom Grundgesetz den wir dann am Schluss mit Fahrdiesel zusammen durchgesetzt haben. Gott sehr Dank. Ja, ich habe an Alex eine Frage und zwar hast du in deiner Vorstellungsrede gesagt, du würdest wie gewohnt gute Arbeit im Landesvorstand machen. Ich kann deine Arbeit nicht in Gänze beurteilen als Neupirat, kann mich aber an den Landesparteitag erinnern, an den du abgewählt wurdest und da Teamfähigkeit siehst und was du besser machen würdest als das letzte Mal. Bevor der Alex antwortet, darf ich nochmals um etwas mehr Ruhe bitten, auch den Ben ganz vorne. guten Morgen. Nein, nein, ans Mikro damit. Die Frage ist, was würde ich anders machen als in den Landesvorständen und wie ich darauf reagiere, wenn mir mangelnde Teamfähigkeit vorgeworfen wäre? Genau, ich werfe dir jetzt mangelnde Teamfähigkeit vor und du darfst reagieren und das Zweite ist, oder würdest du was anders machen wie das letzte Mal als Polgev in Bayern, du warst ja schon mal Polgev, würdest du was anders machen oder besser oder war alles okay das letzte Mal so? Erster Punkt, mangelnde Teamfähigkeit, ich glaube, wir haben im Landesvorstand hervorragende Arbeit gemacht, du musst auch bedenken, die letzte Amtszeit, in der ich dabei war, war eine Zeit, in der wir explosiv gewachsen sind, war eine Zeit, in der die Presse stündlich fast etwas von uns haben wollte, im Rahmen dessen ist es sehr schwierig, tatsächlich ein Team aufzubauen, weil einfach alle Leute kommen und alle etwas von einem haben wollen und da sind wir schon beim zweiten Punkt, was würde ich anders machen, wir müssen tatsächlich zusehen, dass wir ein Team an Leuten haben, dass wir ein Team haben, das eigentlich jeden im Vorstand, im Landesvorstand unterstützt, in seiner Arbeit und in der Pressearbeit, ich habe auch schon vor einigen Jahren ein Konzept aufgestellt, da werden wir nicht nur ein Team brauchen, sondern wir werden verschiedene Teams brauchen, die jeden einzelnen Teil der Öffentlichkeitsarbeit und der Pressearbeit macht und die auch zusammenarbeiten, damit wir zu einem Ganzen werden. Also ich hätte noch einige andere Punkte, aber wir haben eine Redezeitbegrenzung und der Vortrag ist circa eine Stunde lang. So, bevor wir weitermachen, ich habe einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es eine Gegenrede? Normal? Gut, wer für die Schließung der Rednerliste ist, bitte die grüne Stimmkarte heben. Wer ist dagegen? Gut, damit ist die Rednerliste geschlossen und ich bitte alle, die noch einen Beitrag bringen wollen, sich jetzt zügig in der Schlange anzustellen. Walli ist der Letzte. Drei, zwei, eins, die Liste ist geschlossen. Walli, du bist an der Letzte Fragestelle. Du machst weiter, bitte. Eine Frage an alle drei. Es gibt seit letztem Jahr den Posten des Pressesprechers im Landesverband und ich wollte von euch allen dreien wissen, ob der beibehalten wird oder ob der wegfällt für euch, was ihr vorhabt. Richtig. diese Frage möchte ich eigentlich unter den Vorstandskollegen gerne klären. Ich halte es durchaus für sinnvoll in der Hinsicht, dass eine gewisse Entlastung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stattfinden kann. Auf der anderen Seite läuft an einem selbst möglicherweise die Kommunikation vorbei. Wenn das der Fall ist und es mag vielleicht das ein oder andere Mal auf Landesebene das in den letzten Monaten gewesen so gewesen sein, ist das natürlich übel. Ich kann verstehen, warum ein Pressesprecher sinnvoll war für den letzten Vorstand. Wir werden schauen müssen, ob wir möglicherweise das beibehalten. Ich bin da nicht ganz zu der einen oder anderen Hinsicht weiß ich nicht. Ich habe auch meine Erfahrung gemacht, bezogen auf die SG-Presse Oberbayern, dass wir einen Pressesprecher hatten. Allerdings fiel der zwischenzeitlich aus privaten Gründen aus. Wir mussten ihn kurzfristig auch auswechseln im Wahlkampf. Das sind alles Erfahrungswerte. Ich weiß also, dass es nicht nur positive Seiten hat, wenn man einen Pressesprecher einführt. Zum einen gebe ich dir recht. Das ist tatsächlich eine Entscheidung, die der gesamte Vorstand treffen sollte. Ich wiederum werde dafür plädieren, dass wir einen Pressesprecher behalten. Ein Pressesprecher ist wichtig. Ich bin der Meinung, es wird nichts am Vorstand vorbeigehen, wenn die Zusammenarbeit mit dem Pressesprecher richtig funktioniert. Dazu bedarf es der Teamfähigkeit, dazu bedarf es der Kommunikation auch mit dem Pressesprecher. Insofern, es ist eine Entscheidung des Landesvorstandes tatsächlich, aber ich werde, sollte ich gewählt werden, innerhalb des Landesvorstandes dafür plädieren, dass wir auf jeden Fall die Rolle des Pressesprechers beibehalten. Klare Aussage, ich bin eindeutig für einen Pressesprecher aus mehreren Gründen. Grund eins ist, ich habe gestern schon dafür plädiert, dass wir die SG-Presse öffnen, für alle Interessierten, das heißt aber auch, wir brauchen jemanden, der das ganze Thema koordiniert, das ganze Thema treibt und das kann leider nicht ein Gremium sein, weil es da einfach zu viele Schnittstellenverluste gibt, deswegen einen Pressesprecher. So, bevor wir weitermachen, nochmal eine kurze Erinnerung, wenn Fragen an alle Kandidaten gestellt werden, bitte, 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 nach Möglichkeit, dass sie mit Ja und Nein beantwortet werden können, so wie wir es gestern auch gemacht haben. Ich finde es interessant, wenn man länger reden kann, aber wir wurden gestern schon gebeten, das etwas straffer zu machen und dem Wunsch kommen wir natürlich nach. Bitteschön, der nächste Frager. Ich kann vielleicht einen Kompromiss anbieten. Ist eine Randhaus-Frage, geht aber ganz schnell. Der letzte politische Geschäftsbücher hatte eine gewisse Stärke in einem Thema. Seid ihr, wo ist eure Stärke? Habt ihr weitere Themen? Und die entscheidende Frage, seid ihr zuverlässig? Bitte mit Ja oder Nein antworten. Die letzte Frage ist natürlich mit Ja und Nein zu beantworten. Ja. Die erste Frage ist eine offene Frage, nämlich die nach der Zuverlässigkeit und Akzente setzen. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube schon, dass ich Akzente durchaus anstoßen kann, setzen kann, in Absprache mit den anderen Piraten. Wichtig nochmal zu betonen ist, egal wo wir unterwegs sind, wir müssen Sachen mittelfristig angehen. Aktionismus kommt nicht mehr gut an. Aktionismus ist nicht die Basis, um Vertrauen zu schaffen. Wir sind an zwei Orten unterwegs. Einmal wollen wir den Bürger davon überzeugen, dass die Piratenpartei eine sinnvolle Alternative zu dem Schrott ist, der bis jetzt läuft. Auf der anderen Seite ist aber unsere Kommunikation durchaus eine politische und insofern Medien gesteuert. Das heißt, wir müssen auch unsere Medienvertreter so weit überzeugen, dass sie für uns als Advokaten unterwegs sind. Es reicht mir nicht, wenn ich mit Sascha Lobo auf der Frankfurter Buchmesse über seine neue Plattform Social Books reden kann. Er durchaus auf unserer Seite ist und tolle Artikel schreibt. Es ist wichtig, dass er es macht, aber am Ende brauchen wir Wahlergebnisse, sodass wir unsere Politik in den Parlamenten umsetzen können. Ich denke, ich habe das bis jetzt ganz gut geschafft. Ich möchte das auf Landesebene fortführen. Danke. Alex, ich würde jeden, der antwortet, bitten, aufzustehen. Ihr werdet hinten nämlich weder gesehen noch stimmlich unterschieden, entweder dort oder hier. wie ihr möchtet. Also ich gehe jetzt zum Pult, weil dort wird man geblendet vom Beamer. Hier sehe ich die Leute viel besser. Danke. Also, dass ich mich richtig erinnere. Die erste Frage war einfach Themen. Also zum einen das Thema Urheberrecht ist Kernthema der Piraten. Ich kenne mich natürlich damit aus. Ich war auch schon mal bei einer Podiumsdiskussion, die die Grünen veranstaltet haben, die beweisen wollten, sie kennen sich damit aus und die habe ich in der Luft zerrissen, weil sie kannten nur die Content-Seite, aber nicht die User-Seite, insofern das war sehr gut. Andere Themen, in denen ich mich auskenne, internationale Politik, Außenpolitik, Datenschutz. Ich habe die letzten Monate habe ich diese Schulung, die wir Kryptoparty nennen, habe ich als sicher im Netz gegeben, in Landsberg, in Buchlohe, einige, die hier sind, haben sie auch erlebt, wie auch von Leuten von außerhalb der Partei habe ich die auch gegeben. Die Themen, in denen ich mich auskenne, im Tierschutz bin ich auch tätig, sind vielfältig, also auf jeden Fall unsere Kernthemen, Urheberrecht, Datenschutz, sind Themen, in denen ich mich auskenne und mir fallen jetzt die anderen Themen nicht ein, aber da gibt es auch einiges. Die zweite Frage war nochmal, also die dritte war Zuverlässigkeit, ja, ich bin immer hingegangen, wenn man mich eingeladen hat und ich nicht andere Termine hatte, insofern, das tue ich auch weiterhin gerne, das ist ein Angebot, den hoffentlich, wenn ich gewählt werde, hoffentlich viele von euch annehmen werden. Die zweite Frage war nochmal, kann sich jemand erinnern? Gut, dann wäre es das, ich bin zuverlässig und in den Kernthemen kenne ich mich außerordentlich gut aus und in den anderen wie Sozialpolitik oder so auch ein Thema, in dem ich mich nicht so gut auskenne, ist Bildung, das wäre es. So, wenn ich das richtig im Kopf habe, war die zweite Frage nach den Akzentensätzen, ob ich Akzente setzen will. Ja, klar, anschieben und politische Arbeit machen und vor allem machen lassen, weil der politische Geschäftsführer ist nicht dazu da, dass er Vortoner für euch spielt und Themen besetzt, sondern Themen kanalisiert und Themen verbindet und Themen verknüpft. Ich wäre schon mal auf meiner Webseite, weil wir ein paar Blogbeiträge von mir gelesen hat. Meine Themen sind Transparenz und Bürgerrechte. Es gibt eine ganze Latte an Themen, von denen gebe ich auch offen zu, habe ich keine Ahnung. Die interessieren mich auch nicht, das denke ich, wird auch vielen anderen so gehen. Dafür haben wir aber auch hervorragende Leute in der Partei. Ich würde mir zum Beispiel nie anmaßen, Vortoner beim Thema Kultur zu sein. Dafür haben wir die Tina, die heute leider nicht kandidiert und mich würde es freuen, wenn sie wieder nächstes Jahr Themen beauftragte oder wie auch immer Sprecherin sein würde. Es gilt, denke ich, solche Leute zu finden und solche Leute zu benennen und deren Arbeit zu koordinieren. Ob ich zuverlässig bin, mein Gott, ich arbeite seit zweieinhalb Jahren im schwäbischen Bezirksvorstand und habe da nicht wenig Arbeit weggeschafft. Insofern kann ich das mit einem klaren Ja beantworten. Ansonsten würde ich auch nicht hier stehen. So, der nächste Fragesteller, Meg Boll, bitte. Wir haben mir mitgeteilt, kann man ab jetzt nur noch Fragen stellen, die mit Ja und Nein beantwortet werden, wenn man sie an alle stellt. Deshalb muss ich gerade ein bisschen umformulieren. Ich fange erst mal an mit meinem Kontext. Wir haben jetzt eine sehr stark bezogene Sache auf die Pressarbeit. Wir wollen Strukturen schaffen, die nach außen produzieren und nach innen produzieren. Ich habe da ein bisschen Problem mit. das als politische Geschäftsführung zu bezeichnen, weil ich sehe die Geschäftsführung auch im Machen politischer Geschäfte. Und jetzt ist für mich die Frage, auch an alle, ist das alles, was ihr unter politischer Geschäftsführung versteht, oder gibt es noch andere Elemente, die man jetzt zwar nicht mit Ja und Nein beantworten kann, aber ich kann zum Beispiel ein Beispiel nennen, Bündnisbildung, Sondierungen bei anderen Fraktionen. Entschuldige bitte, diese Frage kann ich mit Ja oder Nein. damit sie mit Ja und Nein beantworten können. Okay, ist in Ordnung. Also, ihr wisst, worauf ich ziele ungefähr, und ich möchte euch nochmal die Frage wiederholen, seht ihr auch noch andere Betätigungsfelder aus, sage ich mal, das Produzieren von medialen Inhalten für Medienschaffende, oder gibt es wirklich geschäftsführende Elemente und wenn, würde ich eigentlich auch gerne wissen, wie diese für euch aussehen. Gut, wie vom Pragestelle erbeten, bitte nur mit Ja oder Nein antworten. Gibt es noch andere politische Geschäftsfelder, außer das Produzieren von medialen Inhalten? Ja, nein, vielleicht. Ne, also, beides mal Ja, ich habe es gestern auch schon erwähnt, es gibt ein paar Punkte mehr, die ich umsetzen würde, außer Pressearbeit. Der politische Geschäftsführer hat deutlich mehr zu tun. Ich nehme einfach mal den Hauptpunkt, einfach wirklich die Vernetzung nach innen, die Koordination nach innen der politischen Arbeit. Das gilt nicht, wir sollten nur Ja oder Nein sagen. Also, gibt es weitere Betätigungsfelder? Auf jeden Fall. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist ein Teil. Ich finde aber auch, dass wir dafür, als politischer Geschäftsführer, dafür sorgen sollten, dass die politische Arbeit intern Strukturen Hilfe bekommen, um richtig zu funktionieren. Und was du angesprochen hast, Bündnisarbeit nach außen mit auch anderen politischen Kräften zu sprechen, auf jeden Fall. Wir sollten mit den anderen politischen Parteien sprechen, das tun wir zum Beispiel gerade in Landsberg in Vorbereitung zur Kommunalwahl und wir sollten auf jeden Fall zusehen, dass wir andere Akteure, andere politische Akteure der Gesellschaft wie zum Beispiel Menschenrechts Organisationen oder einfach Organisationen, die sich für den Datenschutz oder die Netzpolitik einsetzen, dass wir mit denen auf jeden Fall zusammenreden, vielleicht nicht öffentlich kooperieren, weil die haben öfter Angst davor, aber auf jeden Fall, dass wir uns zusammensetzen, reden und uns anhören, was sie zu sagen haben und sie sich anhören, was wir zu sagen haben. Ja, ja, dabei könnte ich es eigentlich belassen. Ein Wort noch, in der Geschäftsordnung auch des jetzt noch halbwegs amtierenden Vorstands steht das, Bündnisarbeit nennt sich das. Bündnisarbeit sehe ich auch als wichtigen Bestandteil des politischen Geschäftsführers. Und wichtig dabei ist für mich, ich will auch Wahlen gewinnen. Die gewinne ich nicht alleine. Die gewinne ich nur im Netzwerk. Zunächst einmal mit euch und dann möglicherweise, da wir noch nicht die absolute Mehrheit gewinnen können, voraussichtlich, in Kooperation mit anderen. Das heißt, Bündnisarbeit auch nach außen. Dafür stehe ich, das hat bis jetzt ganz gut geklappt, zwar im kleineren Rahmen, aber es funktioniert. Ich denke, das funktioniert auch auf Landesebene. Und insofern gibt es eine klassische Management-Methode, Priorisieren. Das heißt, wenn jetzt Wahlen anstehen auf kommunaler Ebene, heißt für mich, Priorität hat, dass wir uns ein Grundsatzprogramm für die Kommunalpolitik geben. Wenn wir Europawahlen gewinnen wollen, müssen wir auf dem nächsten Bundesparteitag ein Team wählen, das das auch schafft, Leute, die das können, in die wir unser Vertrauen stecken. Das nenne ich Bündnispolitik. Ich werbe darum, dass ihr mit mir diesen Weg geht. Danke. Dankeschön. Bevor wir weitermachen, die Fragen sind intensiv. Es scheint sowohl bei den Fragestellern als auch den Kandidaten das intensive Bedürfnis zu längeren Ausführungen zu geben. Ihr entscheidet das, deswegen bitte ich um ein kurzes Meinungsbild. Findet ihr es okay, so wie es jetzt läuft, oder soll ich es straffer machen? Wer es okay findet, bitte die grüne Karte heben. Wenn es straffer laufen soll, bitte die blaue Karte heben. Gut, also dann bleibt es bei der unverbindlichen Bitte. Bei Fragen an alle Kandidaten möglichst mit Ja-Nein antworten und ansonsten machen wir weiter. Informiert euch. So, gut, dann muss ich meine Frage nicht umstellen, macht es wesentlich einfach und wesentlich kürzer, fragen alle drei. Wie schätzt ihr eure Vernetzung außerhalb der Pirat-Matei zu Presse etc. pp. anderen Organisationen ein und wie gut läuft die? Ich habe ja jahrelang in den Medien gearbeitet, ich hatte auch qua Amt die Möglichkeit viele Journalisten, viele Leute in der Öffentlichkeitsarbeit kennenzulernen in den letzten Jahren. Diese Kontakte sind nicht abgerissen, diese Kontakte gibt es noch. Es sind nicht nur Kontakte auf Landesebene, sondern auch Kontakte mit bundesweiten Journalisten, auch dort durch meine Erfahrung in den Medien, wie aber auch durch mein Amt als stellvertretender Pressesprecher im Bund, da bestehen einfach die Kontakte und die könnte ich problemlos in jeder Zeit reaktivieren, insofern die Vernetzung besteht in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit problemlos. Ich bin vom Beruf aus Journalist, ich bin berufstätig, meine Kontakte reichen bis nach Australien, ich schreibe zum Beispiel auch für eine Wochenzeitung in Australien, ich brauche da nichts zu reaktivieren, es ist aktiv. Danke. über zwei Jahre Pressearbeit in Schwaben und da bin ich seit zwei Jahren dabei, also die Kontakte sind da. Danke. kurz mich austauschen dürfen, was wäre wenn, ist, dass wir anfangen erstmal mit der Vernetzung, das heißt, wir werden über die Landesgeschäftsstelle hinaus im Land uns bekannter machen, als wir jetzt schon sind, und zwar unter den Piraten, aber die Landesgeschäftsstelle als solche, als Anlaufpunkt, als Möglichkeit, Konferenzen dort abzuhalten, die nächste beispielsweise kommenden Samstag, Kommunaltag nennt sich das, ist unverzichtbar. Ja, Landesgeschäftsstelle, der eine oder andere mag sich noch daran erinnern, ich habe die sehr kritisch gesehen, mittlerweile kann ich eins dazu sagen, ohne der Landesgeschäftsstelle wären wir im Wahlkampf abgekackt, das wäre einfach nicht gegangen, das wäre genauso wenig gegangen, wie mit den Bezirksgeschäftsstellen beziehungsweise in den einzelnen Büros in den einzelnen Bezirken, wir brauchen solche Strukturen und brauchen uns einfach nur den Kalender nächstes Jahr anschauen, wir haben Kommunalwahlen, wir haben vor allem aber auch eine Europawahl und das wird auch wieder eine landesweite Wahl sein und ohne eine Landesgeschäftsstelle werden wir da in große Probleme reinlaufen, weil wir können nicht Material bei irgendwelchen Piraten irgendwo lagern, dazu sind wir mittlerweile zu groß geworden. Die Landesgeschäftsstelle, die habe ich erlebt als ein Drehpunkt für gerade Wahlmaterial, als ein Ort, wo auch viele Vorträge stattgefunden haben, Fahrdiesel hat dort ja einen äußerst erfolgreichen Vortrag zur Drogenpolitik gehalten, die Leute standen am Fenster und haben reingehorcht, insofern wir brauchen auf jeden Fall eine Landesgeschäftsstelle und ich gehe noch weiter, wir bräuchten eigentlich überall, wo wir uns das leisten können, Geschäftsstellen, Leute, wo wir auch Vorträge durchführen können, wo wir aber auch, wo uns auch der Bürger finden kann, wo wir einfach präsent sind, wo wir einfach für die Leute da sind und wo die Leute hinkommen können. Insofern auf jeden Fall Ja zur Landesgeschäftsstelle, wie die Finanzierung aussieht, das wird der Landesvorstand entscheiden müssen und da wahrscheinlich anhand von den Daten, die uns Klaus Geldpirat geben wird, da möchte ich schon deswegen, weil ich nicht alle Daten habe, keine Meinung dazu äußern. So, ich hätte eine Frage an Olaf, allein, ich bin glaube ich schon seit lange der Erste, der nur eine Person befragt. Olaf, die Vorgänger in diesem Amt waren alle extrovertierte Menschen, auch auf Bundesebene sind es in der Regel Menschen, die sich in den Mittelpunkt stellen oder stellen wollen und stellen können. Du bist das nicht, du bist ein Mensch, der sehr strukturiert arbeitet, so wie ich das sehen kann, aber du verkaufst das in keinster Weise, also man sieht von außen nicht, was du als Polgev oder du bist Vorstand in Oberbayern, was du da getan hast, deine Medienbeauftragung habe ich auch nicht wirklich wahrgenommen, was du getan hast, bis ich den Bericht gesehen habe, aber du hast massiv viel getan. Wirst du das im Amt weiter so halten, dass du dich zurücknimmst und sagst, ich stelle andere ins Rampenlicht und sorge dafür, dass im Hintergrund einfach alles funktioniert, so wie ich das kann, oder wirst du versuchen, Ich bin in der Piratenpartei, weil es bestimmte Themen gibt, die nur hier in der Piratenpartei vorangebracht werden können. Ich bin hier nicht, um weitere Selbstdarsteller zu mimen oder voranzubringen. Mir geht es zunächst einmal um Themen, aber Themen können nur über Köpfe transportiert werden. Wenn diese Köpfe auch nur attraktiv sind, gut sprechen können, ilnatauglich sind, den Landsfaktor haben wie Sekor, was können wir uns Besseres leisten? Ich möchte das Enablen, ich möchte das ermöglichen, ich versuche mich extra etwas zurückzunehmen, damit es nicht so aussieht, der hat sowieso die Kontakte, der hat die Möglichkeiten, der spielt sich selbst in den Vordergrund. Das ist, nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, dass wir Piratenpolitik umsetzen können. Das heißt, ich möchte euch in den Parlamenten sehen und wenn es dazu heißt, wir brauchen aber Pressekontakte, dann möchte ich im Hintergrund derjenin sein, der euch das ermöglicht, damit ihr euer Gesicht, beispielsweise in der Kommunalpolitik, in die Kamera halten könnt. Da geht es nicht um mich, da geht es darum, dass ihr die Piratenthemen vorantreibt. Ich denke, das ist ein besserer Ansatz, als wenn wir da selbst Spieler, selbstherrliche Leute haben oder Leute, die einfach nur durch den Bund tingeln, aber im Land nicht präsent sind. Danke. Morgen miteinander, ich bräuchte den Alex, bitte. Und zwar ist die Frage folgende, ich habe mich auch bei der Vorbereitung zum Landesparteitag ein bisschen Wiki umgeguckt und da gibt es eine Kandidatenliste, da stehst du nicht mit drauf. Dementsprechend war ich jetzt, im Gegensatz zu den zwei anderen Kandidaten, dementsprechend war ich jetzt heute ein bisschen erstaunt, dich hier auf dem Podium mitzufinden als Kandidat. Mir erscheint das, nachdem ich dich nicht unbedingt als Bauchmensch kenne, als eine relativ spontane Kandidatur, die du da machst. Und meine Frage wäre, warum hast du dich spontan dazu entschieden, zu kandidieren? Ich bin nicht Bauchmensch? Okay, gut. Andere sind anderer meiner. Wieso habe ich mich entschieden? Ich bin in den letzten zwei Wochen von sehr vielen Leuten gefragt worden, von sehr vielen Leuten geschubst worden. Ich habe auch hier am Landesparteitag mehrfach die Frage gestellt bekommen und letztendlich, wenn Marc einem um etwas bittet, dann sagt man nicht 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 nein, oder? Ja, ich stelle eine Frage, die tatsächlich mit Ja und Nein zu beantworten ist, am Ende meiner Ausführungen. Also, ja, die SG Presse, beziehungsweise die Presse Truppe auf Landesebene habe ich zumindest in letzter Zeit als eher geschlossene Gruppe wahrgenommen und sie war von der Pressearbeit eher disconnectet von den anderen Gruppierungen, die Pressearbeit machen, zumindest unterhalb des Landesverbands. Deshalb meine Frage, wollte diese Pressearbeit öffnen und dafür sorgen, dass die Gruppierungen, die es für Pressearbeit im Landesverband, also unterhalb des Landesverbandes gibt, einbeziehen? Ja oder nein? Ja. 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 Gut. Damit ist die Rednerliste abgearbeitet und wir kämen, bevor der Wahlleiter seine Pflicht tut, zur Wahl. Deswegen übergebe ich jetzt an den Andi. Guten Morgen übrigens. Morgen. So, bevor wir zu wählen anfangen können, ist das übliche Spiel am Sonntagmorgen, nämlich der Wahlhelfer Appell. Hörte bitte mal alle Wahlhelfer, die heute noch hier sind, noch nicht abgereist sind, bitte nach vorne bitten. Während sich die Wahlhelfer hier einfinden, haben wir noch folgende Gewinner. Einmal die Nummer 46603, dann die Nummer 46542 und die Nummer 861969. Schaut mal auf euer Bändchen, wenn eine dieser drei Nummern auf eurem Bändchen steht, die Wahlhelfer sind schon abgehauen. Noch gut. Und hier haben wir noch einen Gewinner, die 861947. Genau, ihr könnt auf dem Bändchen schauen, eure Nummer, noch ein Gewinner. So, jetzt sehe ich gerade, die Wahlhelfer sind schon gleich wieder in Stellung gegangen. Sehe ich das korrekt, dass das Wahlhelfer Team noch vollständig ist? Ein Team hat Pause, aber alle Teams sind heute noch vollständig. Wir sind keine Wahlhelfer abhandeln gekommen. Das ist ein Novum. Danke an die Wahlhelfer. So, genau, die Wahlhelfer haben sich jetzt auch schon die Urne geschnappt. Wir kommen jetzt zur Wahl. Kurz vorweg noch, wir haben den Zinnober roten Stimmzettel Nummer 8. Die Wahlvorschläge stehen am Beamer. Die Wahlhelfer präsentieren gerade schon die leeren Urnen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ihr kennt das Spiel, für alle, die neu dazu sind, bitte mit der grünen Ja-Stimmkarte und dem Bändchen und dem Stimmzettel jetzt dann nach vorne kommen. Ansonsten werden wir wie gehabt jetzt wieder per Wahl durch Zustimmung. Das heißt nochmal für alle, diesmal ist ein leerer Stimmzettel wieder eine Nein-Stimme für alle Kandidaten. Dann bitte ich die Wahlhelfer die Urnen zu verschließen und eröffne damit diese Wahl. Ohne ist ein leerer ein leerer zu und das ist ein leerer zu . Das ist das ist ein leerer zu das ist Vielen Dank. So, also hier vorne rechts ist dann, ist dieses Wahllokal schon mal frei. Hinten rechts auch, das heißt wir gehen so langsam auf das Ende dieses Wahlgangs zu. Okay, ich sehe, es finden derzeit keine Wahlhandlungen mehr statt. Wer jetzt seine Stimme noch abgeben will, möchte sich bitte deutlich sichtbar zu einer der Wahlurnen begeben. Ich sehe niemanden, dann schließe ich diesen Wahlgang in 3, 2, 1. Der Wahlgang ist geschlossen. Hallo, ich hätte ein paar organisatorische Durchsagen zu machen, bevor ihr jetzt alle rausrennt. Okay, wir werden mit dem neuen Landesvorstand nach den Vorstandswahlen noch eine konstituierende Sitzung machen, damit wir das heute in Real Life machen. Dazu möchte ich vor allem die Beauftragten herzlich einladen, dass sie daran teilnehmen. Außerdem, wir brauchen neue Vertrauenspiraten. Claudius war bisher Vertrauenspirat. Er wird von dieser Aufgabe zurücktreten. Das heißt, wer das gerne machen möchte in Zukunft, kann sich bei mir melden oder bei Claudius. Und dann unser Datenschutzbeauftragter ist heute vor Ort. Er wird eine Schulung machen. Die dauert ungefähr eine halbe Stunde. Die wird dann parallel zu den Satzungsänderungsanträgen stattfinden. Ihr könnt das dann auch gleich unterschreiben. Andreas, wo ist er denn? Also, wir werden uns dazu noch einen Raum suchen, da im Presseraum, ja. Okay, gut. Es ist für die Schulung ein Raum reserviert, sagt Thomas gerade. Also, passt. Alles klar. Das war es schon. So, danke für diese Hinweise. Bevor wir jetzt regulär im Programm weitermachen, müssen wir noch einen Beschluss fassen. Auch für die, die draußen sind. Und zwar geht es um unseren neuen Gensek, den Marc Huger. Der ist nämlich gleichermaßen auch KV-Vorsitzender in Neumarkt in der Oberpfalz. Frage an die Versammlung. Ist es für euch okay, dass ihr auch dieses zweite Vorstandsamt habt? Dann bitte die grüne Stimmkarte heben. Wer das nicht für vereinbar hält, möge bitte die blaue Stimmkarte heben. Gut, fürs Protokoll. Marc, du hast beide Jobs und dafür keinen Stress, zumindest auf dem Gebiet. Okay. Jetzt stellt sich die Frage, ob wir kurz Programm machen oder die Beisitzerwahlen abwarten. Wir haben nämlich einen der drei Kandidaten, der auch für Beisitzer kandidieren würde. Deswegen können wir jetzt nicht ohne weiteres mit den Beisitzerwahlen weitermachen. Wäre das Schiedsgericht schon in der Lage, seinen Tätigkeitsbericht abzuliefern? Sören, könntest du schon den Tätigkeitsbericht abliefern? Super, dann komm doch mal her. Dann behandeln wir jetzt mit eurem Einverständnis Top 7 Tätigkeitsbericht des Schiedsgerichts. Hat einer was dagegen? Gut. Moin, moin. Ich stehe hier als Vorsitzender Richter des Landesschiedsgerichts Bayern in der Amtsperiode 2012-2013. Ich wurde, nachdem Magnus Rosenbaum zurückgetreten ist, mit Zustimmung der anderen Richter gewählt. Einen Moment. Es wurden drei Richter und drei Ersatzrichter gewählt, wovon ein Richter, also Magnus Rosenbaum und ein Ersatzrichter, Werner Steppuhm, im Laufe der Amtsperiode zurückgetreten sind. Wir hatten insgesamt 16 Fälle zu bearbeiten, wovon wir vier Urteile gefällt haben. Vier wurden aus formalen Gründen oder fehlender Stadthaftigkeit abgelehnt. Drei wurden zurückgezogen und aktuell sind jetzt noch fünf offen, die für das neue Landesschiedsgericht zur Bearbeitung stehen. Nach Bezirken aufgeteilt ist es so, der Landesvorstand hat einen Antrag gestellt, aus Oberfranken und Unterfranken kamen jeweils drei. Oberpfalz und Niederbayern haben es geschafft, gar keine Anträge zu stellen und Spitzenreiter sind sowohl Schwaben als auch Oberbayern mit jeweils vier. Herzlichen Glückwunsch zu dieser unrühmlichen Prämie. Genau, dann ein paar Anmerkungen, Hinweise noch, die wir im Laufe der Verfahren festgestellt haben. Das Landesschiedsgericht freut sich immer über formal richtige Anträge. Wir geben jedem Antragstelle die Möglichkeit nachzubessern. Wir hatten leider einen Haufen Anträge, die formal einfach nicht korrekt waren. Das sind einfach so einfache Sachen wie korrekte Kontaktadressen und Kontaktmöglichkeiten vom Antragsteller und Antraggegner reinzuschreiben in den Antrag. Und das war es eigentlich schon, was auch die Satzung hergibt. Dann, kleine Anekdote, es macht keinen Sinn, Befangenheitsanträge nachdem das Urteil gefällt wurde, zu stellen. Wenn ihr Bedenken oder Probleme mit einem Richter habt und denkt, er sei befangen in dem Verfahren, dann stellt sie bitte so frühzeitig wie möglich am besten sofort nach Bekanntwerden der Befangenheitsgründe. Nach meiner Erfahrung nach konnten sich alle Richter immer sehr gut selber einschätzen, ob sie jetzt befangen sind oder nicht. Die Befangenheitsanträge haben wir auch intern gestellt, wenn sich Überschneidungen mit irgendwelchen KV, Parteitagen oder ähnliches bestanden hat. Was wir auch noch etwas seltsam gefunden haben, sind Anträge, bei denen substanzielle Bestandteile bei Ordnungsmaßnahmen gefehlt haben. Also wir hatten Anträge, wo gegen Ordnungsmaßnahmen Einspruch erhoben wurde, aber es wurde die Begründung, warum diese Ordnungsmaßnahme durchgeführt wurde, wurde nicht mit angehängt. Das würden wir auch darum bitten, dass in Zukunft auch immer komplette Informationen ans Landesschiedsgericht gegeben werden. Und als letztes noch ein unserer Meinung nach sehr, sehr unschöner Punkt. Es ist im Laufe eines Verfahrens kam es zu Drohungen gegenüber dem Landesschiedsgericht. Das Landesschiedsgericht ist schon per Satzung nicht Gegner eines Verfahrens und kann somit als Ordnungsmaßnahme auch nicht herhalten. Je nach Schwere der Drohung behält sich auch das Landesschiedsgericht vor, selber bei den zuständigen Gliederungen Beordnungsmaßnahmen zu beantragen oder auch, wenn es ganz schwere Drohungen sind, zivilrechtliche Schritte vorzunehmen. Wenn ihr Probleme mit einem Urteil oder einer Entscheidung nicht einverstanden seid, ist das einzig legitime Mittel die Berufung beim nächsthöheren Schiedsgericht, dem Bundesschiedsgericht. Genau, und jetzt noch einmal zu den formalen Sachen. Es wird jetzt in nächster Zeit, werden wir einen Leitfaden, was in einer formalrichtigen Anrufung stehen soll, veröffentlichen und auch ein Muster, wonach man sich richten kann. Vielen Dank und für Fragen stehe ich jetzt noch gern zur Verfügung. Dankeschön. Gibt es Fragen oder Beiträge zu diesem Bericht? David? Hallo John. Eine Frage, dass ihr eure Entscheidungen nicht veröffentlicht, wenn es um Personen geht, kann ich nachvollziehen. Warum handhabt ihr das genauso, wenn es um eine Maßnahme, um ein Verfahren gegen eine Gliederung geht? Das würde, denke ich, einiges an Gift rausnehmen, wenn die Informationen rechtzeitig veröffentlicht werden würden. Veröffentlichen tun haben wir bisher eigentlich immer nur die Urteile in anonymisierter Form. Also sonst haben wir an sich eigentlich nichts veröffentlicht. Naja, wenn es um einen Einspruch geht und ihr eine Ordnungsmaßnahme außer Kraft setzt, weiß man vielleicht, okay, ihr habt das Ding außer Kraft gesetzt, aber nicht warum. Und da entstehen dann immer die lustigsten Verschwörungstheorien auf Mailinglisten unter Umständen, also nicht unter Umständen, sondern tatsächlich. Und das führt nicht gerade zur Befriedung da, sondern gießt manchmal auch etwas Öl ins Feuer. Also bei Personen verstehe ich es, bei Gliederungen nicht. Okay, ja, dann müsste das neue Landesschiedsgericht eine Regelung finden. Wir haben es so gesehen, dass die Antragsparteien oder die Streitparteien, dass es denen frei steht, auch die Entscheidungen etc. zu veröffentlichen. Weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine gute Wahl für das nächste Landesschiedsgericht. Wir machen jetzt weiter, auch noch während der Auszählung, mit der Wahl des Schiedsgerichts und ich gebe ab. Okay, ein neues Landesschiedsgericht ist gefragt. Gibt es Kandidaten und Kandidaten Vorschläge? Also dann tauschen wir, damit ich schreiben kann. Sie fragen jetzt mal sehr unverbindlich noch Leute, die eventuell als Ersatzrichter dann kandidieren würden. Es geht um eine Frage, die wir klären müssen um die Größe des Schiedsgerichtes. Richtig, also die Wahl der Ersatzrichter ist unabhängig von den Richtern. Wichtig ist nur, haben wir überhaupt genügend Kandidaten? Also, sieht jetzt nicht danach aus. Kann man noch Anträge stellen? Ja, also wir können auch warten. Es geht um, in der Satzung ist geregelt, dass das Schiedsgericht im Land aus drei plus zwei, das heißt drei Richter und zwei Ersatzrichter bestehen kann, oder auch aus fünf Richtern und zwei Ersatzrichtern. Das ist dem Landesparteitag sozusagen zur Entscheidung vorzulegen. Also, der Sören möchte gerne die Ersatzrichterzahl einfach nur um eins erhöhen, das heißt, es sind dann drei plus drei. Und da frage ich euch um eure Zustimmung, möchtet ihr das Schiedsgericht mit drei Richtern besetzen plus drei Ersatzrichtern? Ja, danke, Ablehnungen? Nicht? Dankeschön. Dann ist es so, das heißt, wir wählen jetzt drei Richter und drei Ersatzrichter und dann bitte ich euch um eure Vorstellungen und könnt euch selber aussuchen, in welche Reihenfolge. Hallo, das bin ich jetzt schon wieder. Ich habe jetzt in der letzten Amtsperiode auch den Job des Vorsitzenden Richter gemacht. Ich mache den Job jetzt auch schon, habe ihn jetzt auch schon zwei Jahre lang gemacht und würde ihn gerne jetzt noch ein drittes Mal machen. Wir haben gestern auch schon mit denen zusammen, als Kandidaten zusammengeredet, ob wir zusammen arbeiten können oder nicht. Und da war eigentlich Konsens, dass wir eigentlich soweit eigentlich sehr gut und sehr konstruktiv wahrscheinlich zusammenarbeiten werden können. Durch meine zwei Jahre als Schiedsrichter habe ich natürlich jetzt auch schon einiges an Erfahrung, wie man mit Verfahren handhaben muss und welche Sachen zu beachten sind. Dinge, die wir besprochen hatten, die wir gerne einführen und ausführen würden, sind zum einen das, was ich im Tätigkeitsbericht schon angesprochen habe, der Leitfaden für eine formal korrekte Anrufung und weitere Sachen sind so Sachen wie, dass wir einfach Informationen, dass ich versuchen werde, so möglich alles von beiden Seiten oder was man so in Diskussionen untereinander haben kann, zusammenzufügen und vielleicht eine Zusammenfassung und auch eine Einigkeit herzustellen. Also das sehe ich immer so als meine Position an. Ja, meine Erfahrung bisher in politischer Hinsicht ist eher auf Geschäftsebene abzusehen. Mehr politische Erfahrung habe ich einfach nicht. Aber mal schade. Ich danke euch. Ja, hallo. Ich bin Anna Lang. Ich war jetzt schon im Schiedsgericht das letzte Jahr. Ich studiere Jura. Ich wollte jetzt nur nicht als Richter, sondern eher als Ersatzrichter kandidieren, weil ich die nächsten vier Monate etwas Zeitprobleme habe. Und das ist für mich ein Kompromiss, dann trotzdem noch mitzumachen. Danke. Ja, möchtet ihr Fragen an die Kandidaten stellen? Dann könnt ihr an das Mikrofon gehen. Ich habe nur eine Verständnisfrage. Wählen wir quasi das gesamte Team en bloc? Ich war da als Wahlhelfer gerade draußen, weil beim einen Vorsitz, beim anderen jetzt hier irgendwie nur Ersatzrichter steht oder so. Oder wie ist der Vorsitzende? Also es ist so, dass ihr den Vorsitzenden Richter nicht selbst wählen könnt. Der Vorsitzende Richter wird aus den Richtern bestimmt. Also die machen das selber unter sich aus. Wir werden zwei Wahlgänge haben. Einmal wählen wir drei Richter und dann wählen wir drei Ersatzrichter. Also es ist nicht möglich, dass wir das zusammen machen. Frage an alle. Einige von euch sind ja in etwas unschöne, bereits laufende Vorgänge involviert. Werdet ihr an denen teilnehmen, wenn die beschlossen werden oder nicht? Also Hauptsache, hauptsächlich Holger und BIM. Ja, die Frage richtet sich ja schwerpunktmäßig an zwei. Die Sache ist völlig klar. Es steht auch in der Geschichtsgerichtsordnung drin. Wer in eine Sache involviert ist, ist befangen und ist damit von der Mitwirkung auszuschließen. Natürlich völlig klar. In dem einen bin ich befangen und das würde ich auch so erklären. Ja, ich wollte eigentlich etwas nur erwähnen, was Feng Li vergessen hat zu erwähnen, was sehr wichtig ist. Wie man an seinem T-Shirt sieht, arbeitet er bei dem Verein mit der abgebissenen Birne und da hat er es geschafft, bei diesem transparenten Unternehmen einen Betriebsrat aufzubauen. Und er leitet diesen Betriebsrat. Das wollte ich nur erwähnen. Ja, dann sehe ich, dass keine weiteren Fragen mehr gestellt werden möchten. Vielen Dank, ihr seid entlassen. Wenn wir jetzt zwei Wahlgänge haben, verstehe ich das richtig, Anna, dass du beim ersten, weil du nur als Ersatzrichterin kandidierst, nicht kandidierst. Oder wer kandidiert jetzt also wirklich als Richter? Sind es alle sechs oder fünf davon oder weniger? Alle als Richter, nur die Anna nicht, sondern nur als Ersatzrichterin. Genau. Da steht jetzt bei der Anna auch ein E, aber vielleicht können wir das, kannst du das so weit rausnehmen aus dem Bild, dass das rauskommt. Also eine Stimmabgabe mit, auf einen Wahlvorschlag sechs wäre dann ja ungültig. Ja, du hast noch eine Frage? Könnt ihr euch bitte dann nochmal der Reihe nachher aufstellen, also den Wahlvorschlagsnummer nochmal, dass man den Namen, den Wertnummern und dem Gesicht zuordnen kann. Stellt euch mal auf, wie das da steht, sodass die Namen nochmal zugeordnet werden können. Jetzt kann dann zwar keiner mehr die Schrift lesen, genau. Okay, das ist ungefähr die Reihenfolge. Sören, Christian, Thomas, Holger und Feng. Ja, gemerkt? Dann lassen Sie sie doch aus dieser unbequemen Position wieder herauskommen. Und ja, Dankeschön, ihr könnt die Bühne verlassen. Jetzt übergebe ich an den Wahlleiter, der uns sicherlich zuerst noch was erzählen möchte. Und dann kommen wir hier zum Wahlgang. Zwei Sachen. Ja, Datenschutz, der neue Datenschutzbeauftragte. Gut, wollen wir das machen, wenn wir gleich in der Auszählung, dann können wir uns jetzt nicht ankündigen. Und brauchen wir Emanuel? Brauchen wir Emanuel? Okay. Also, die übliche Sache, ihr füllt jetzt noch nichts aus, denn es gibt erstmal ein Ergebnis. Also erstmal zum... Moment, Moment. So, genau. Das ist korrekt. Das wird jetzt gleich demnächst der Wahlgang Nummer 9. Aber jetzt haben wir erstmal das Ergebnis vom Wahlgang Nummer 8. Dann machen wir den Wahlgang Nummer 9. Eins nach dem anderen. Also wir kommen jetzt erstmal zur Verkündung des Ergebnisses vom Wahlgang Nummer 8. die Wahl des politischen Geschäftsführers. Es wurden 142 Stimmen abgegeben. Davon waren alle gültig. Sehr gut. Auf Wahlvorschlag Nummer 1. David Kratschek, habe ich es richtig ausgesprochen? Danke. Ich habe geübt, den ganzen Abend, gestern. empfiehlen 46 Stimmen oder 32,4%. Auf Wahlvorschlag Nummer 2, Alex Lessmann, 32,4%, genau. Auf Wahlvorschlag Nummer 2, Alex Lessmann, empfiehlen 64 Stimmen oder 45,1%. Auf Wahlvorschlag Nummer 3, Olaf Krüger, empfiehlen 78 Stimmen oder 54,9%. Ich stelle auch nur mal kurz fest, vorhin hat dieser Parteitag in Enderkombination für die restliche Amtszeit von Olaf im Bezirksvorstand Oberbayern zugelassen. Das ist also schon erledigt. Lieber Olaf, jetzt musst du mir noch... Lieber Olaf... So, Olaf, bitte bahne deinen Weg am Mikrofon. Nimmst du die Wahl an? Ja, danke. Danke. Okay. Okay. Das Protokoll sagt mir gerade, das vorhin war nur ein Meinungsbild, da müssen wir das kurz noch mal formal machen. Nein, äh... Olaf, Olaf, du musst dich noch... Okay. Also, Olaf, jetzt muss ich dich... Olaf, bitte... Nochmal kurz zurück. Also, wir hatten vorhin nur ein Meinungsbild, deswegen muss ich noch mal fragen. Du bist Bezirks- und Kreisvorstand noch, ist das korrekt? Du möchtest diese Amtszeiten zu Ende bringen, ist das korrekt? Im Bezirks- und im Kreisvorstand? Ich möchte die Übergabe korrekt machen. Also, die Frage ist für mich, trittst du jetzt zurück oder willst du diese Amts... Ja. Du trittst zurück? Ja. In beiden Ämter, du bist also ausschließlich Landesvorstand? Ja. Gut, alles klar. Dann muss man also nicht mehr über eine Ämterkommunation entscheiden. So, jetzt kommen wir dann zum nächsten Wahlgang. Da warten wir kurz, bis das... So, das ist... Kommen wir nochmal ganz nach oben. Ich habe jetzt nämlich gerade einen Stimmzettel auf dem Platz liegen. Wir sind bei Stimmzettel Nummer 9. Kann mir jemand sagen, welche Farbe der hat? Ist der grün? Ist das richtig? Okay. Dann der grüne Stimmzettel Nummer 9. Wir wählen jetzt zuerst die Richter. Ist das richtig, dass diese fünf Wahlvorschläge da unten sind, die jetzt die zum Richter kandidieren? Es gab ja vorhin ein paar Fragen. Genau. Wir wählen also drei Richter. Vielleicht jetzt nochmal kurz zum Wahlverfahren. Wir haben jetzt den Fall, dass wir fünf Bewerber und drei Ämter haben. Die Geschäftsordnung sieht grundsätzlich vor, dass in diesem Fall alle drei Positionen in einem Aufwasch gewählt werden. Das heißt, ihr könnt wieder per Wahl durch Zustimmung beliebig viele Bewerber ankreuzen. Gewählt sind die drei Bewerber, die am meisten Stimmen haben und mindestens oder mehr als 50% der abgegebenen Stimmzettel eine Stimme erhalten haben. Das heißt, sollten weniger als drei Bewerber die notwendige Mehrheit erhalten, müssten wir quasi danach nochmal wählen. Also nur für euch. Sollten weniger als drei Bewerber die notwendige Mehrheit erhalten, müssten wir einen zweiten Wahlgang zum Schiedsgericht machen. Ist das Wahlverfahren jedem klar? Das scheint der Fall zu sein. Gut. Dann bitte ich jetzt die Wahlhelfer, wieder die leeren Urnen zu präsentieren. Ich habe die Umschläge entfernt. Das ist... Genau. Wunderbar. Dann bitte ich jetzt die Wahlhelfer, die Urnen zu verschließen und öffne hiermit diesen Wahlgang. ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Welche Nummer? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Während des Wahlgangs geschlossen ist. Okay, dann machen wir. Ja? Vielen Dank. 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 Maury ist, ist schon da. Und der Datenschutz- Beauftragte, kommt mal, ist, hinfahren können. Damit, damit wir die, voll machen können, dann weiter geht, dann weiter geht, dann weiter geht, aber das wird dann, aber das wird dann noch, das wird dann noch im Wiki bekannt gegeben, wie viel Uhr das genau ist. Und heute, und heute, während Top 14 voraussichtlich, das werden wir noch dann irgendwann kurz an die Wand werfen, wenn diese zusätzlichen Anträge sind, werden wir draußen eine Schulung machen, halbe Stunde ungefähr, wer also die Schulung braucht, einfach dann Ausschau halten, gerade durch, und dann ist links ein Raum, während Top 14 machen wir das. Danke. Vielleicht kannst du noch zwei Sachen eingehen, die vielleicht viele sich fragen, müssen die Datenschutzschulungen erneuert werden, oder reicht es, wenn man es einmal gehabt hat, und muss dann unterschreiben, wie ist da gerade der aktuelle Stand, weil das hat sich ja durchaus schon mal geändert. Okay. Grundsätzlich, die Verpflichtung, die man unterschreibt, die gilt bis zum Lebensende. Aber, trotz allem ist es so, dass man immer wieder diese Verpflichtung erneuern sollte, und wir Piraten sollten das dann auch so handhaben, dass man das auch macht. Sinnvoll ist es, das alle ein bis zwei Jahre zu wiederholen, diese Verpflichtung, auch die Schulung, und wäre natürlich schön, wenn man nicht am, sag ich mal, am Limit arbeiten, sondern so nach einem Jahr in etwa, sich dann darum bemüht, sich zu rühren, wegen der Schulung. Danke. 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 Danke schön. Und dann hätten wir noch jemanden. Nämlich die Flaschenpost. Wo bist du? Nicht im Saal? Okay. Dann halt später. Gut. Dann können wir jetzt, glaube ich, fortfahren mit der Wahl der Beisitzer, beziehungsweise der Kandidatenvorstellung für eben diese Wahl. da würde ich jetzt alle Kandidaten für die Wahl des Beisitzes entsprechend auf die Bühne bitten, sodass wir hier die Vorstellungsrunde beginnen können. die Wahl des Beisitzes. 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 Die und die wir für die Wahl des Beisitters. Vorschläge für Kandidatoren zum Beisitzer, zur Beisitzerin. Draußen auf den Fluren werden wir gehört. Australien, wie sieht es da aus? Nicht. Gut, dann haben wir hier drei Kandidaten. Kann ich die Namen kurz haben? Nein, kommen wir dann. Marion Ellen. Kommst du kurz, ob das hört? Alles gut, alles gut. Nein. Merkt man. So. Genau. Jetzt ist mal. Du warst also nicht dran, dann geh nächster. Du kommst ja schon. Der zweite ist Thomas Wagner. Den Namen haben wir schon mal gehört. War schon mal verbindet. Du warst das, genau. Okay, dann siehst du, aber ich erinnere mich an den Namen. Und wo heißt es? Wie ist das? Nein, gar nicht. Ich habe deinen Namen gelesen. Thomas Knoblig. So, wir haben also jetzt drei Kandidaturen. Marion Ellen, Thomas Wagner und Thomas Knoblig. Sonst noch jemand? Anyone? Anyone? Bueller? Ferris Bueller? Niemand. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in die Vorstellung. Ich bitte das Auditorium so ein bisschen um Ruhe, damit wir den Respekt gegenüber den Kandidaten und Kandidatinnen gewährleistet haben. Insbesondere die, die da herumstehen. Ich weiß, Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter und PolGS kommunizieren gerne. Okay, dann macht das aber draußen. Alex, Olaf? Alex, Olaf, bitte. Ein bisschen für Ruhe. Ruhe da draußen, das passt schon ganz gut. Noch ein bisschen ruhiger. Jetzt ist schön. Also, ich mache jetzt mal das mit dem hohen Puls und lasse die Glocken läuten. Als ich mich neulich im Wiki wiederfand als Vorschlag, habe ich mich erstmal erschrocken. Als ich am nächsten Morgen festgestellt habe, ich habe Bock drauf, habe ich mich noch mehr erschrocken. Ich habe dann um Feedback, bzw. ich habe darüber nachgedacht, ich bin spazieren gegangen, ich habe mit Leuten geredet und es kamen einige E-Mails, wo mir geraten wurde, bzw. wo ich Feedback bekommen habe, ob ich es machen soll oder nicht. Mir wird nachgesagt, ich sei besonnen und deswegen sollte ich es tun. Was oft gesagt wurde, war, oder gefragt wurde, naja, wie gehst du damit um, wenn Shitstörme sind? Kannst du das? Das weiß ich nicht. Sagen wir mal so, ich habe schlimme Dinge erlebt, wo man theoretisch sagen könnte, das härtet ab, ich halte sowas aus. Aber ich weiß es nicht. Das kann man genauso wenig üben, wie reden vor vielen Menschen vom Spiegel. Also eigentlich rede ich gerne mit euch einzeln, nacheinander, nicht so im Rudel. Aber allein, dass mir diese Frage so oft gestellt wurde, hältst du das aus? Dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wir nennen uns eine Mitmachpartei, aber die Ruhigen, die das eventuell nicht aushalten, die schließen wir eigentlich damit aus. Mir ist es auch aufgefallen, in AGs, wo eigentlich andere eine Gesprächsleitung hatten und auf einmal hatten sie sie nicht mehr. Und dann wurde das zweimal passiert, dann wurde auch darüber gesprochen, warum. Ja, die müssen das abkönnen, der politische Gegner ist nicht so nett. Kann man so sehen, ich sehe das anders. Denn dann laden wir nicht zum Mitmachen ein. Denn die Ruhigen, die hätten vielleicht was zu sagen, können sie aber nicht. Und in allererster Linie muss der Täter sein Verhalten ändern, nicht das Opfer. Da merkt man es vielleicht, ich war vier Jahre Schöfin beim Landgericht in München und ab nächstem Jahr bin ich fünf Jahre Schöfin beim Amtsgericht. Bei dieser Frage, mache ich das hier, stelle ich mich hier hin, stelle ich mich euch vor, stelle ich mich euch zur Verfügung, habe ich gedacht, okay, also wenn mir diese Besonnenheit nachgesagt wird, das Vermittelnde, dann habe ich gedacht, okay, dann bringe ich euch genau das. Das stelle ich euch zur Verfügung. Ich werde nicht in Kontrast und auch nicht in Konkurrenz zu den Vertrauenspiraten stehen. Aber wir haben es heute schon öfter gehört oder auch gestern mit der internen Kommunikation. Oder ich fange nochmal anders an. Hätte ich die Piraten zuerst gelesen, wäre ich nie Pirat geworden. Also mein Verband ist recht flauschig und als ich die gesehen habe, bin ich zwei Tage später eingetreten. Hätte ich sie vorher gelesen, wahrscheinlich heute nicht. Und das ist eben auch der nächste Punkt bei Mailinglisten. Auch da, oder sagen wir so, jemand kann es unterlassen zu beleidigen, aber jemand kann es vielleicht nicht ertragen, es zu lesen. Und dass alleine viele aus dem Grunde auch keine Mailinglisten abonniert haben, sind sie ausgeschlossen von Informationen. Und auch das verstehe ich nicht unter Mitmachen. Das ist keine Mitmachpartei. Dieses Vermitteln mag ich euch anbieten. Wenn, müsst ihr euch dann schon auch darauf einlassen. Also wenn ihr das nicht könnt und euch nicht vorstellen könnt, das mit mir zu machen, dann lasst es. Ansonsten vielleicht noch ein Wort zum zweiten Thomas. Wir kennen uns gut, wir kennen uns lange, also Thomas Knoblig, den Tomatenfisch. Wir sind nicht wirklich Konkurrenten, wir haben nur völlig andere Programme. Und wir arbeiten seit langer Zeit in der Verwaltung zusammen. Und in diesem Sinne halte ich es jetzt kurz. Das war's. So, hallo nochmal. Gestern stand ich ja schon mal hier. Ich hatte gestern schon gesagt, Beisitzer kann ich mir vorstellen. Warum im Gegensatz zum Stellvertreter. Beim Stellvertreter habe ich mehr die Arbeit gesehen, unterwegs zu sein in den Bezirken, die Kontakte zu halten, die Verknüpfung zu halten. Als Beisitzer würde ich eher meine Aufgabe sehen, den Rest vom Vorstand zu unterstützen bei seinen Aufgaben. So Geschichten wie Newsletter eventuell mitzumachen oder zu übernehmen, wo mir gestern schon angetragen wurde. Also arbeiten, die ich auch gut von zu Hause erledigen kann, sodass es mit der Familie sehr gut vereinbar ist. Und ich nicht dauernd irgendwo unterwegs sein muss. Welche Aufgaben ich im Vorstand übernehmen würde, kommt es darauf an, wer welche anderen Aufgaben haben will. Ich habe ein Jahr Schatzmeister hinter mir, ich habe eineinhalb Jahre politischer Geschäftsführer jetzt im Bezirk Schwaben hinter mir. Bin im Moment auch noch im Amt, würde aber davon zurücktreten, wenn ihr mich wählt. Und denke, egal ob in der Verwaltung oder in den anderen Bereichen, kann ich sehr gut mithelfen und kann unterstützen, wo es gebraucht wird. Und bevor wir das Ganze zu sehr in die Länge ziehen, war es das schon mal von meiner Seite. Und noch einen schönen Tag. Ja, okay, also die wenigsten werden mich kennen. Mein Name ist Thomas Knoblich. Ich bin, muss ich gleich am Anfang sagen, nebenbei stellvertretender Vorsitzender im Kreisverband München-Land. Ich bin einer der Verwaltungsberaten, die halt hinter Mark da sich so um Wanninger und Mitgliedsanträge etc. kümmern. Das sehe ich auch als meine Hauptaufgabe. Also sprich, wer mich wählt, wählt einen Verwaltungsberaten als Beisitzer in den Vorstand. Ich bin nicht der, der gut Gereden halten kann etc. Also ich bin nicht der, der irgendwo Presse sich äußern kann. Ich bin wirklich der, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Verwaltung in Bayern besser zu machen. Sprich, ich möchte zum Beispiel Verwaltungstreffen von den Bezirken besser organisieren. Es finden die zwar schon statt oder haben stattgefunden, wenn dann aber zwei Schatzmeister Gensex da sitzen von sieben Bezirken, dann ist das einfach nur traurig und ich finde, da sollte man dran arbeiten. Man sollte das besser koordinieren. Ich würde mich, wenn ich denn gewählt werde, mit Mark absprechen. Mein Ziel ist so, dass ich der Ansprechpartner für die Bezirke bin. Mark das Richtung Bund regelt, egal was da immer zu regeln ist. Ja und das ist eigentlich meine Geschichte, also wirklich nur Verwaltung. Die LGS könnte ich mir vorstellen, auch mitzubetreuen. Das hat bis jetzt Niki gemacht. Das wäre eine Geschichte, wo ich mich um die LGS, oh egal, wenn sie denn so bleibt, da gerne kümmern würde. Ich mache da den Posteingang vom Landesvorstand die ganze Zeit schon. Ja und das würde ich gerne weitermachen und halt auch im Landesvorstand weitermachen, wenn es denn klappt. Dankeschön. So, wir haben die traditionellen Fragen an die Kandidaten. Dazu könnt ihr wie üblich an die Mikrofone kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner Fragen stellen will. Ich hätte eine Frage an alle drei Kandidaten. Möglichst geschlossen. Ja, in der Tat. Seht ihr im Hinblick auf den bislang gewählten Landesvorstand in persönlicher Hinsicht irgendwelche Probleme, dass ihr als Team zusammenarbeiten könnt? Danke. Es ist wohl nicht angekommen. Also ich habe da keine Probleme. Ich habe jetzt niemanden im Landesvorstand, mit dem ich nicht könnte. Also ich habe letztens beim Grillen so gesagt, ich trinke mit jedem im Bier und das wäre auch jetzt wieder so. Also ich sehe da keine Sorge. Nein, und ich habe mit den meisten auch schon ein Bier getrunken. Gegenfrage. Hat einer der gewählten Vorstände ein Problem mit uns? Also von meiner Seite her auch. Nein, ich sehe da keine Probleme. So, bei zwei zu wählenden Beisitzern, drei Kandidaten, seid ihr mit einer Frage schon zufrieden? Wirklich? Ich liebe doch alle Menschen. Ich hätte noch eine Frage. Marion? Hinter deinem beruflichen Hintergrund, was hat für dich gegen eine Kandidatur im Schiedsgericht gesprochen? Und welche konkreten Aufgaben außer einer verbesserten Kommunikation würdest du dir vorstellen, könntest du als Beisitzerin übernehmen? Also das ist ja ehrenamtlich. Also jetzt nicht beruflich, aber deswegen. Ne, ich hoffe, ich kann mehr machen, wenn eben einer quasi nur abbestellt ist für das. Und ja, also ich möchte tatsächlich hauptsächlich an der Kommunikation intern arbeiten, vielleicht Ehrenkodex oder sowas entwerfen. Gut, dann mache ich weiter. Habt ihr, ich tue mich jetzt echt schwer mit dieser Auswahl. Kannst du kurz, die Frage geht an alle oder an einen? Die Frage ist eine Randhausfrage, geht an alle. Ganz kurz skizziert, wo sind die politischen Schwerpunkte neben eurer Verwaltungstätigkeit im Vorstand? Wo steht ihr in etwa? Kannst du deine Frage nochmal laut und deutlich und klar stellen? Das ist hier nicht richtig angekommen. Ich frage jetzt nicht nach den Verwaltungsschwerpunkten oder internen Schwerpunkten, sondern nach den politischen. Wo ordnet ihr euch politisch ein? Was interessiert euch besonders? Worauf muss man sich bei euch einstellen? Meine Schwerpunkte Datenschutz, Bürgerbeteiligung und Familiensozialbereich. Ich konnte mich nie entscheiden. Bei mir war es immer schon das große Ganze. Also sagen wir mal so, wenn, dann ist es schon eher das Thema Gerechtigkeit. Das zieht sich aber durch unser ganzes Programm. Und weil ich mich da nie entscheiden konnte, bin ich in der Verwaltung geblieben, beziehungsweise bei der Kandidatur zum Bezirkstag. Da war es dann eher das Thema Psychiatrie. Danke, Dietmar. Also wenn ich da irgendwie was favorisieren würde, dann wäre das, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, es klingt blöd, Transparenz. Mich kotzt das an, wie teilweise in der Politik hintenrum geklingelt wird. Es ist aber natürlich zu sagen, ich möchte für Transparenz in der Piratenpartei, das will jeder. Also insofern, ich möchte ein bisschen mehr Ehrlichkeit in der Politik haben. Das wäre mir wichtig, inwieweit ich da was bewirken kann. Ich glaube, da bin ich der Falsche. Aber das ist so mein Gedankengang. Wir haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, bereits zwei Mitglieder aus München. Einen noch aus Oberbayern, nur zwei aus Nicht-Oberbayern im Vorstand. Wir werden jetzt maximal noch einen Piraten in den Vorstand kriegen, der nicht aus Oberbayern kommt. Wie wollt ihr die anderen Bezirke, die auch keinen Landesvorsitzenden stellen, an die Arbeit des Landesverbands anbinden? Und wie wollt ihr das dahin vermitteln? Sehe ich in der Tat auch als Problem. Ich hätte es schöner gefunden, wenn sich von jedem Bezirksverband vier, fünf Leute zur Wahl gestellt haben. Das ist offensichtlich nicht so. Bis jetzt ist es ein guter Vorstand geworden, wie ich finde. Trotzdem muss man natürlich die anderen mit einbinden. Ich auf der Verwaltungsschiene, wie gesagt, ich würde das wirklich in der Richtung machen, die irgendwo hinfahren, wenn irgendwelche Parteitage stattfinden. Und einfach auch die Leute wirklich an den Tisch holen, so Sachen. Gerade was auf Verwaltungen, es gibt immer mal Streitigkeiten. Dann bitte schön, setzt man sich an einen Tisch und redet mit den Bezirksverbänden zusammen. Und auch mit Unterfranken. Also man sollte sich hinsetzen und das machen. Meine Familie wohnt in Unterfranken. Also vielleicht kann ich da zumindest öfter hinfahren. Ansonsten würde ich vielleicht auch versuchen, die anderen Mitglieder dazu... Das ist eigentlich Quatsch. Soll ich sagen, ich soll Niki treten, dass wir die anderen auch im Auge behalten? Sagen wir mal so, wir sind dann... Die Klatschen, Niki, das solltet ihr zu denken geben. Ansonsten, nee, klar. Sind wir dann auch irgendwo darauf angewiesen, dass ihr uns Bescheid geht? Sonst, also wenn wir uns verlaufen, dann holt uns bitte zurück. Gut, Familiengeschichte, die habe ich in der Oberpfalz. Aber ich denke auch Benni und andere, die aus der Oberpfalz kommen. Wir haben ja auch Marc aus der Ecke. Aber Benni, Oberbayern, Spinni, Oberfranken, Spinni, BIM. Es sind genug Kontakte da und da sind Ansprechpartner da und auch mit den anderen Vorständen, die dann dort vor Ort sind. Die Kontakte einfach halten, pflegen, besser ausbauen und die Kommunikation im Team zusammen mit den Bezirksvorständen haben. Weil wir müssen das gemeinsam als großes Team, nicht nur mit dem Landesvorstand, sondern auch zusammen in Zusammenarbeit mit den Bezirksvorständen, alles über die Bühne bringen. Da ist die Kommunikation das Wichtigste und ich denke, das kriegen wir hin. Frage an alle. Habt ihr derzeit ein Amt? Und wenn ja, würdet ihr dann sofort zurücktreten vom derzeitigen Amt? Oder würdet ihr kumulieren wollen? Gegenfrage, hast du zugehört? Ja, ich bin politischer Geschäftsführer und ich würde zurücktreten. Ich hatte es aber schon gesagt. Kein Amt. Ja, ich hatte das vorhin auch schon gesagt. Ich bin stellvertretender Vorsitzender im Kreisverband München-Land. Hab auch vom Landesvorstand bisher die Beauftragung bekommen als Leiter des Verwaltungsteams. Kreisverband München-Land, Stellvertreter, würde ich gerne weitermachen bis zur nächsten Wahl zumindest. Ich finde, wir sind ein gutes Team und die können das kompensieren, dass ich vielleicht jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit habe. Okay, hallo. Die Pflege der Beauftragten ist traditionelle Aufgabe eines Beisitzers. Wer von euch würde das denn übernehmen? Meld. Ja, kann ich mir vorstellen, dass man das macht. Ihr habt da generell auch kein Problem. Ich finde nur, man sollte bei den Beauftragten halt auch schauen, ob sie ihren Job machen. Insofern bin ich da vielleicht nicht der Richtige, der da der Verantwortliche ist. Okay, dann ist die Befragung abgeschlossen. Und wir kommen zur Wahl der Beisitzer. Genau. So. Erster Schritt. Gibt es noch jemanden, der Vorschläge jetzt für den Beisitzer hat? Dann würde ich jetzt, wenn keiner hier schreit, diese Liste, die Kandidatenliste schließen. Damit sind die Kandidaten entlassen. Vielen Dank. Bevor wir zum nächsten Wahlgang kommen, zuerst das Ergebnis des Wahlgangs Nummer 9. Die Richter zum Schiedsgericht. Also, wir fangen mal entsprechend oben an. Insgesamt 133 Stimmen. Davon alle gültig. Das heißt, 133 gültige Stimmen. Keine ungültige Stimmen. Auf Wahlvorschlag Nummer 1, Sören Liebig, empfiehlen 101 Stimme oder 75,9%. Auf Wahlvorschlag Nummer 2, Christian Reidl, empfiehlen 112 oder 84,2%. Auf Wahlvorschlag Nummer 3, Thomas Mayer, empfiehlen 62. Auf Wahlvorschlag Nummer 4, Holger von Längerdich, empfiehlen 85 Stimmen oder 63,9%. Auf Wahlvorschlag Nummer 5, Feng Li, empfiehlen 65 Stimmen oder 48,9%. Damit haben vier Bewerber die notwendige Mehrheit erhalten. Die drei Besten davon sind in absteigender Reihenfolge, Wahlvorschlag Nummer 2, Christian Reidl, Wahlvorschlag Nummer 1, Sören Liebig und Wahlvorschlag Nummer 4, Holger von Längerdich. Ne, Feng Li war 84,9%. Feng Li war 84,9%. Auf Wahlvorschlag Nummer 5, äh, 48. Ah, 48,9%, jetzt haben wir es, genau. War 63,9% bei Holger von Längerdich. So, ihr seht das nämlich, also nach der Stimmenzahl, 12 Stimmen, 101 Stimmen, 85 Stimmen sind die drei Besten. Ich frage jetzt einfach mal in der Reihenfolge, zuerst Zöder, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch. Dann, ähm, Bim, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an und ich möchte mir noch eine Bemerkung erlauben. Wir müssen alle verinnerlichen, dass wer Leute daran hindert, gegen allgemeine Kommunikationsregeln zu verstoßen, nicht zensiert. Danke für euer Vertrauen. Okay, vielen Dank. Und dann, Holger, nimmst du die Wahl an? Ich danke euch für das Vertrauen und nehme die Wahl an. Gut, herzlichen Glückwunsch. Wir würden jetzt dann vorfahren, eben entsprechend mit der Wahl der Beisitzer, das heißt, die Wahl der Ersatzrichter findet nach der Wahl der Beisitzer statt. Eventuell gibt es ja nochmal, die ist die Liste ja noch offen, theoretisch, ne? Das heißt, wir wir haben jetzt den Wahlgang Nummer 10 wieder offen, ist das? Genau. Also, der Wahlgang Nummer 10, ich wurde vorhin von der von der Chairwoman Elect explizit darauf hingewiesen, dass meine Bezeichnung der Farben unvollständig ist, deswegen sage ich es jetzt nochmal genau. Stimmzettel Nummer 10, das ist dieser in bayerisch blau. In bayerisch blau, genau. Wir haben in diesem Fall jetzt drei Wahlvorschläge, wir haben zwei Bewerber, das heißt, das Wahlverfahren ist genauso wie gerade eben bei den Richtern, nur dass es entsprechend zwei Gewinner geben wird. Drei Bewerber und zwei, Entschuldigung, genau, drei Bewerber und zwei zu bestestende Plätze, genau. Das heißt, das Wahlverfahren ist wie gehabt, wir stimmen per Akzeptanzwahl ab und die zwei Besten sind gewählt, sofern sie über 50 Prozent erhalten. Kann man die, ich glaube, der dritte Wahlvorschlag ist nicht ganz im Bild, kann man einfach ein Stück kleiner machen, einfach oder rauszoomen. Das geht so, glaube ich. Ist das so sichtbar? Gut. Dann bitte ich jetzt die Wahlhelfer, die sich schon pflichtbewusst in Stellung gebracht haben, die Urne zu präsentieren. Einmal, zweimal, dreimal. Rechts hinten, genau. Viermal. Dann bitte ich die Wahlhelfer, die Urne zu verschließen und damit ist dieser Wahlgang eröffnet. Darf ich dann die Flaschenpost zu dem Redestort aufrufen, für, wenn der Wahlgang geschlossen ist, dann? Na, ich muss das nicht aufrufen, ich muss das nicht aufrufen, sondern dass die Menschen nach, wenn der Wahl aufrufen. Vielen Dank. 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 Danke. Super. Vielen Dank. Vielen Dank. diese Apps komplett neu zu programmieren, sodass Sie nicht nur einfach den HTML-Code anzeigen, den man auch im Netz sehen kann, sondern alles komplett neu machen, die Anzeige selbst übernehmen und es ermöglicht es uns, neue Features einzubauen. Zum Beispiel, ihr könnt aus der App heraus Kommentare schreiben, ihr könnt aus der App heraus die Podcasts hören, die MP3s und was auch angedacht ist, eine Push-Funktion, das heißt, ihr bekommt auf dem Mobiltelefon eine Benachrichtigung, es ist ein neuer Artikel in der Flaschenpost erschienen, den könnt ihr dann anklicken und lesen. Es ist auch geplant, eine Digest-Ausgabe im E-Book-Format, also für E-Book-Reader. Ihr kennt das PDF der Flaschenpost und wir glauben an mobile Geräte und deswegen wird dann dieser Newsletter, der jeden Donnerstag erscheint, als E-Mail, eben auch in einem Zeitungsformat erscheinen, im E-Pub-Format, um das auf den mobilen Geräten lesen zu können. Die Flaschenpost ist ein tolles Team, es ist ein Kuschel-Team und wir machen interessante Dinge, wie ich finde und was wir immer auch brauchen können, sind Spezialisten, die uns helfen, die Dinge zu tun, die wir gerne tun und gerade aktuell suchen wir, wie immer, Redakteure. Wer also mitschreiben möchte, mitlektorieren möchte, mitarbeiten möchte an der Flaschenpost, soll sich gerne an mich wenden und was wir gerade sehr dringend suchen, ist ein Spezialist für die Suchseitenoptimierung, Search Engine Optimization für die Spezialisten, damit wir in den Rankings bei Google und den anderen Suchmaschinen etwas weiter nach oben gespült werden. Wer Interesse hat, bei der Flaschenpost mitzumachen, gerne an mich wenden. Ich sitze da vorne am Vorstandstisch und ich bin sehr gespannt. Danke. Ja, vielen Dank. Wir können im Moment jetzt keinen Wahlgang durchführen, weil ja die Wahlhelfer noch beschäftigt sind, das auszuzählen. Wir können aber, soweit ich weiß, Kassenprüfer oder Rechnungsprüfer, ich verwechsel das ständig eigentlich, Kassenprüfer wählen. Und das kann man per Handzeichen machen, wenn ihr einverstanden seid. Aus dem Grund benötigen wir hoffentlich, dass es zu keiner Auszählung kommt, die Wahlhelfer nicht. Wer stellt sich denn als Kassenprüfer bereit? Was ist der Job? Der Job ist, dem Schatzmeister auf Landesebene auf die Finger zu schauen. Das nicht nur einmal im Jahr, sondern vielleicht zwei, drei, viermal. Da trifft man sich vielleicht mit dem Schatzmeister und geht dann die Unterlagen durch, die Buchungsunterlagen. Wenn man Fehler findet, weiß man den Schatzmeister darauf hin. Und der hat dann die Möglichkeit, das zu korrigieren. Ist ein wichtiger Job. Allein deshalb, weil eine Person immer an irgendeiner Stelle Korrekturbedarf hat. Das kenne ich selber. Selbst wenn man der absolute Experte ist, gibt es immer Sachen, die man übersieht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir solche Leute haben. Die sind im Übrigen auch vorgeschrieben. Das heißt, wir können diesen Parteitag nicht beenden, bevor wir das nicht haben. Und wir können auch nicht weitermachen, bevor wir keine Kassenprüfe haben. Gibt es Leute, die sich dafür... Bini? Wo bist du? Ja, dann komm doch mal vor. Ja, noch jemand? Also bitte dann vorkommen. Gibt es weitere Kandidaten? Andreas, ja. Gut. Ich schlage es euch nicht. Also wir müssen nicht zwei wählen. Wir können auch zwei oder drei wählen. Allerdings danach wird es dann irgendwann nicht mehr sinnvoll. Also drei ist schon okay. Drei ist okay. Jetzt wärt euch einig, weil sonst muss man hier dann über euch abstimmen mit der Handzeichen. Das ist doof. Ja, dann machen wir. Das nächste ist nur ein Ersatzkipp. Also wir haben im Bezirk das immer sehr vorteilhaft gemacht. Es soll immer mindestens zwei sein. Das ist ein. Also es ist okay mit dir, wenn es vier sind. Okay, gut. Alles klar. Dann haben wir vier Kandidaten. Der Bastian wird noch vorgeschlagen. Aber jetzt, Leute, jetzt schlagt es euch um dieses Amt. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe sogar eine Frage. Ja, du hast eine Frage? Wie geht es ab? Ja, gleich. Ich eröffne gleich die Runde. Okay, dann haben wir erst mal vier Kandidaten. Ihr könnt die Kandidaten auch befragen. Allerdings bitte ich euch, Kandidaten zumindest kurz euren Namen zu nennen. Und ja, das war es eigentlich schon. Okay. Ich glaube, ihr kennt mich, Christina Grandrath. Ich bin jetzt vor kurzem im Kreisverband Nürnberg und im Bezirksverband Mittelfranken auch zum krassen Prüfer gewählt worden. Also ich ziehe das jetzt durch. Ich habe ja sonst nichts mehr zu tun. Auch für die, die mich noch nicht kennen. Ich heiße Mauri Fischbein. Ja, ist auch ein Job. Und da sich alle drum schlagen, schlage ich mich auch drum. Ich bin der Werner Steppon, der Lechpirat. Ich mache das im Bezirksverband Schwaben seit zwei Jahren. Und es ist wirklich nicht viel Arbeit. Andreas Stürzel und ich mache es im Bezirk Oberbayern seit einem Jahr. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Ich habe zwei Minuten. Ich nutze meine Frage kurz, um die Unterschiede zwischen Kastprüfern und Rechnungsprüfern zu erläutern. und werde dann Jeopardy spielen und daraus eine Frage formulieren. Das Parteiengesetz sieht ja vor, dass wir Rechnungsprüfer brauchen. Das war bei uns eine Zeit lang ein Parteitagsamt, solange wir festgestellt haben, dass man einen Parteitag nicht mehr prüfen kann. Und daraufhin die Kassenprüfer eingeführt haben. Als dauerhaftes Amt, die quasi mit dem Vorstand im Amt sind. Die Idee ist ja, dass die Kassenprüfer dann sich quasi am nächsten Parteitag als Rechnungsprüfer zur Verfügung stellen, dass sie in Personalunion quasi diesen Bericht abgeben können. Jetzt haben wir dieses Mal das gehabt, dass es einen schriftlichen Kassenprüferbericht gab und plötzlich kein Rechnungsprüfer da war und dann irgendwie zwei Rechnungsprüfer gewählt wurden, sind die erst mal sich zurechtfinden mussten und nicht wussten, wo sie hinwollen. Deswegen meine einfache Frage, wer von euch plant, auf dem nächsten Wahllandesparteitag anwesend zu sein? Vielen Dank. Also Gesundheit vorausgesetzt. Gut, gibt es da noch weitere Fragen an die Kandidaten? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann wählen wir jetzt jeden Einzelnen oder jede einzelne Kandidatin entsprechend. Einfach nur der Reihenfolge, wie er da steht. Und ich bitte eure Zustimmung mit den grünen Karten zu signalisieren. Der Andreas Sturzel, wer möchte ihn als Kassenprüfer hier beschäftigen? Ja, Gegenstimmen? Ja, okay. Ich sehe, das sind keine Gegenstimmen. Vielen Dank. Das heißt, du nimmst die Wahl an. Ich? Du? Andreas? Ja? Sag einfach ja. Gut. Kannst du bitte? Also Andi, darf ich das eigentlich gerade machen oder musst du das machen? Du musst hier mit Beauftragten das machen. Danke, ich bin gerade hier mit Beauftragten das zu tun. Okay, gut. Dann die Spinni. Wer ist hier dafür? Danke, Gegenstimmen? Nein, danke. Auch du? Dankeschön. Mauri? Wer möchte den Mauri hier mit beschäftigen? Danke, Gegenstimmen? Das ist nicht, okay, es gibt ein paar, aber nicht ausreichend. Mauri? Ja? Und der Werner, wer möchte den Werner hier beschäftigen damit? Ja, danke und Gegenstimmen? Okay, jetzt ist es auch noch eindeutig. Ja, Werner, möchtest du? Danke. Alle nehmen die Wahl an. Vielen Dank und viel Erfolg und mein Dank, dass ihr das macht. Gerne. Gerne. Ja, auf der Tagesordnung steht uns immer noch die Wahl der Ersatzrichter bevor. Die können wir aber, soweit ich weiß, noch nicht ausführen, Andi, oder? Ein Team fehlt noch. Gut. Das lohnt sich aber nur, wenn man es jetzt in den nächsten drei, vier Minuten anfangen. Okay, dann würde ich auf der anderen Seite vorschlagen, dass wir einfach mit dem Finanzrat weitermachen. Was ist der Finanzrat? Vielleicht, Geldpirat, kannst du mal kommen und erläutern, was das ist, weil da bin ich jetzt nicht so fachlich auf der Höhe. Das Finanzrat ist ein Satzungsorgan, auf Bundesebene, so viel kann ich dazu sagen, und die erarbeiten Dinge aus. Ja, genau, die machen Dinge, genau so ist es. Die machen Vorschläge, die erarbeiten Vorschläge zum Beispiel, wie die Mitgliedsbeiträge verteilt werden sollten, zwischen den Gliederungen. Die haben letztes Jahr, nein, dieses Jahr war es, den Satzungsänderungsantrag vorbereitet für den innerparteilichen Finanzausgleich. Nebenbei bemerkt, hat der dann genau meinen Vorstellungen entsprochen. Ich habe das damals dort reingebracht oder mit anderen zusammen die Ideen entwickelt und dann hat das der Finanzrat so auch tatsächlich zum Satzungsänderungsantrag gemacht und der ist ja auch durchgekommen. Deswegen werde ich nachher auch kandidieren für den Finanzrat. Da sind auch in der Tat aus diversen Ländern die Landesschatzmeister mit drin. Die sind eben am meisten betroffen, die sind am ehesten an dieser Thematik dran und beschäftigen sich einfach auch meist mit dieser Materie. Nichtsdestotrotz, es sind immer aus jedem Land zwei Finanzräte, müssen zwei Finanzräte sein. Manche Länder haben es geregelt, die wählen auch mehrere Vertreter, zwei und haben dann noch Reserve für den Fall, dass jemand nicht kann, denn dieser Finanzrat trifft sich auch ein, zweimal im Jahr physisch irgendwo in Deutschland und im größeren Runden und beschließt dort. Der hat eine eigene GO, ist beschlussfähig dann etc. Also dieser Finanzrat ist zwar kein Organ, das jetzt irgendwelche Rechte hat, irgendetwas vorzuschreiben, aber es kann Vorschläge erarbeiten, die dann sehr fundiert auf dem Bundesparteitag vorbringen und hat in der Regel auch Erfolg, diese Änderungen dann durchzubringen. Also ihr habt den Oliver Dangers und mich das letzte Mal zum Finanzrat für Bayern gewählt. Das Ganze ist sehr übersichtlich, wir haben sechs Treffen gehabt, davon sind fünf im Mantel und ein zweitägiges Treffen gehabt in Potsdam, da war der Klaus auch schon mit dabei. Und ihr hättet eine Riesenbitte, willst bitte mindestens den Landesschatzmeister von Bayern als Finanzrat. Es ist unglaublich wichtig, dass dort auch jemand mit entsprechenden Kompetenzen vom Landesvorstand mit dabei ist. Und noch eine weitere Bitte, willst nicht nur zwei, sondern mindestens drei Finanzräte damit, wenn einer ausfällt, mir trotzdem mit zwei Leuten immer vertreten sind. Weil in den letzten sechs Treffen war es so, da war von den sechs Treffen nur zwei zu zweit. Und der Rest war Bayern nur mit einer Stimme vertreten. Da geht es auch um die Beschlussfähigkeit von dem Finanzrat. Ja, möchtest du wieder kandidieren? Bleib mal oben oder nicht? Bleibst du gefälligst hier? Du willst doch kandidieren dafür, oder? Nein, nein, nein. Ja, so. Jetzt haben wir drei Kandidaten, soweit ich das sehe. Okay. Falls noch weitere dazukommen, könnt ihr noch hochkommen. Aber ich bitte euch einfach mal, euren Namen zu nennen und euch kurz vorzustellen. Ja, mein Name ist Hans-Peter Frommelt. Okay, mein Name ist Hans-Peter Frommelt. Ich bin aktuell der Schatzmeister des Bezirksverbandes aus Schwaben und würde mich ganz gern auch hier im Finanzrat entsprechend einbringen. Ich habe mich ja gerade vorgestellt, ich sage jetzt noch dazu, ich empfehle beide anderen mit ausdrücklich zusätzlich zu wählen. Ich bin Ron, oder mein vollständiger Name ist Ronald Schosker. Ich habe mich beim letzten Finanzrat mal eingeklinkt, habe mal zugehört, was die dort besprechen, wie es dort abläuft. Ich habe festgestellt, dass es ein bisschen wenig Interesse von vielen gibt, die haben sich dort wählen lassen und haben sich wenig mit der Thematik beschäftigt. Ich habe mich in der letzten Zeit sehr viel mit der Parteienfinanzierung beschäftigt und auch wie das innerhalb der Partei umverteilt wird. Ich spiele ganz gern mit Zahlen und als ich mich mal kritisch geäußert habe, hat die Swanelt gesagt, dann bewirb dich doch und das mache ich damit. Ich sehe, es gibt keine weiteren Kandidaten oder doch? Steht da noch jemand? Ich sehe da nicht hin gerade. Okay, gut. Dann würde ich auch vorschlagen, dass wir zwei Finanzräte und einen Ersatz wählen. Ist das in eurem Sinne? Oder einfach nur drei Gleichberechtigte? Das geht glaube ich nicht. Wir müssen tatsächlich zwei wählen und einen Ersatz. Machen wir einfach dazu. Gut, dann seid ihr euch einig, wer Ersatzmann spielen möchte? Mein Problem ist nur, dass ich, wenn ihr das jetzt nicht unter euch ausmacht, muss man richtig wählen. Also sagt mir was. Nein, da stimmt ihr nicht. Okay, der Geldpirat wird als sozusagen richtiger Finanzrat. Ron auch. Und du machst dann den Ersatz. Oder du kandidierst hier für den Ersatz. Dann eure Stimmen für den Geldpirat. Dankeschön. Gegenstimmen? Okay. Dann, nimmst du die Wahl an? Ja, genau. Gut. Ron. Wer ist für Ron? Und gibt es dagegen Stimmen? Nochmal die dafür Stimmen? Okay, das ist deutlich. Ron, nimmst du die Wahl an? Ja. Danke. Und jetzt der Hans-Peter. Wer möchte ihn als Ersatz? Danke. Und gibt es dagegen Stimmen? Das ist nicht der Fall. Dankeschön. Nimmst du die Wahl an? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Gut. Super, dann haben wir einen Finanzrat-Entsende-Beschluss gemacht. Und jetzt kommt der Wahlleiter und hat uns etwas mitzuteilen. Ist das aus? Nee. Nee, es geht. Gut. Dann kommen wir zurück zum Wahlgang Nummer 10. Das waren die Beisitzer. Im Wahlgang Nummer 10 sind 139 Stimmen abgegeben worden. Davon waren 137 gültig und zwei ungültig. Auf den Wahlvorschlag Nummer 1. Mario und Ellen empfehlen 104 Stimmen oder 75,9 Prozent. Auf den Wahlvorschlag Nummer 2. Thomas Wagner empfehlen 71 Stimmen oder 51,8 Prozent. Auf den Wahlvorschlag Nummer 3. Thomas Knoblich empfehlen 84 Stimmen oder 61,3 Prozent. Damit haben alle drei Kandidaten die notwendige Mehrheit erhalten. Da aber nur zwei Ämter zu besetzen sind, sind die beiden gewählt, die die meisten Stimmen haben. Das sind dann einmal Mario und Ellen und einmal Thomas Knoblich. Darf ich die beiden nach vorne bitten? Thomas ist ja schon auf der rechten Seite. Thomas, nimmst du die Wahl an? Ja, herzlichen Glückwunsch. Marion, nimmst du auch die Wahl an? Herzlichen Glückwunsch. Gut, damit stelle ich fest, der Vorstand ist vollständig gewählt. Das heißt, ab jetzt ist der alte Landesvorstand aus dem Amt geschieden und wir haben einen neuen Landesvorstand. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt warten wir noch kurz, bis die Beglückwünschungsrunde fertig ist. Jetzt würden wir dann als nächstes zur Wahl der Ersatzrichter für das Schiedsgericht kommen. Jetzt frage ich die Versammlung, wollt ihr die Kandidaten nochmal sehen? Weil das ist vielleicht doch jetzt etwas länger her gewesen. Kurzes Meinungsbild, Versammlung, wollt ihr nochmal die Kandidaten für die Ersatzrichter sehen? Ich sehe eine grüne Mehrheit, dann bitte ich die Kandidaten für den Ersatzrichter nochmal bitte kurz auf die Bühne. Ja, ja, ich hole die Kandidaten für den Ersatzrichter noch einmal. So, also, wie ich das richtig sehe, die haben sich alle drei Stunden vorgestellt. Okay, dann würde ich an dieser Stelle auch zuerst, wenn es keine weiteren Bewerber mehr für das Amt des Ersatzrichters gibt, würde ich an dieser Stelle dann demnächst die Kandidatenliste schließen. Möchte noch jemand sich bewerben? Das ist nicht der Fall, dann schließe ich hiermit die Kandidatenliste für die Ersatzrichter. Die Bewerber stehen in der Reihenfolge, wie sie dann, das heißt, wie machen wir, zuerst Anna? Okay, dann, wer ist Nummer zwei? Okay, Thomas, dann bitte auf die zwei und dann fängt Lee auf die drei. So, dann schreiben wir das nochmal an. So, also ihr seht die Bewerber nochmal, ihr könnt sie alle zuordnen jetzt wieder. Genau, wünscht auch jemand eine Fragerunde nochmal für die Ersatzrichter? Oder möchtest euch noch jemand was fragen? Dann bitte jetzt zum Mikro rennen, dann müsste ich nochmal an die Versammlungsleitung übergeben, aber das scheint nicht der Fall zu sein, dann mache ich da gleich weiter. Gut, ich sehe, ihr habt alle die Bewerber gesehen, dann darf ich die Bewerber nochmal danken. Ihr dürft wieder, seid wieder entlassen, vielen Dank, nur für die Zuordnung. Ein bisschen Applaus, genau, die haben sich extra die Mühe gegeben, hier nochmal hochzulaufen. So, wir kommen dann zum Wahlgang Nummer 11. Entsprechend bitte ich jetzt wieder die Wahlhelfer, sich eine Urne zu schnappen und sich in die Ecken zu begeben. Der Stimmzettel Nummer 11 ist dieser, was für ein Gelb ist das? Ist sandgelbe, dieser sandgelbe Stimmzettel, genau, dieser sandgelbe Stimmzettel mit Punkt. dieser gepunktete Sandzettelfarbene Stimmzettel. Wir wählen wieder, wie schon bei der Wahl der Richter, haben wir drei Ämter zu übersetzen, korrekt? Genau, das heißt, wir wählen wieder nach dem Akzeptanzwahlverfahren, da wir genau drei Bewerber haben, heißt das jetzt, jeder, der über 50% kommt, ist gewählt. Ja, so, also Stimmzettel Nummer 11. Die Wahlhelfer mögen bitte kurz die leeren Urnen präsentieren. Was? Nochmal, okay, okay, ganz kurz, wir warten noch ein bisschen. Liste, ich sehe es. Wir warten kurz. So, können wir die Wahlverschläge wieder nach oben oder nach unten? So, also die Liste ist wieder da. Also, nächster Versuch, bitte nochmal jetzt die Urnen, einmal, zweimal, dreimal. Hinten links, die Urne, bitte nochmal, die habe ich gerade nicht gesehen. Super, vielen Dank. Dann bitte ich jetzt die Wahlhelfer, die Urnen zu verschließen. Damit ist Wahlgang Nummer 11 eröffnet. So war es kompliziert. Wir sind dann mit dem Wagen durch, oder? Wir sind dann mit dem Wagen durch, oder? Wir sind dann mit dem Wagen durch, oder? Vielen Dank. Vielen Dank. Kann ich mal hier, ach so, der neue Vorstand möge sich bitte im Presseraum treffen, wir machen jetzt ein Rudelbild. Jetzt haben wir es mit den Wahlen, oder? Wenn das jetzt erfolgreich wird? Mit Nummer 16 haben wir nämlich nochmal ein FDP-Geld, wenn man da hinkommt. Ja, Frage? Der rechten vorne ist noch frei. Danke. 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 So, wir haben zwei leere Urnen, das heißt wir gehen auf das Ende dieses Wahlgangs zu. Hallo. Wir haben drei leere Urnen, da will noch jemand wählen, wunderbar. Klaus, seid ihr fertig? Ja. Okay, ich sehe, es findet jetzt gerade keine Wahlhandlung mehr statt. Wer jetzt noch wählen möchte, möge sich bitte jetzt deutlich zu einer der Urnen begeben. Ich sehe niemanden rennen, dann schließe ich diesen Wahlgang in 321, der Wahlgang ist geschlossen. Gut, damit sind wir mit Personenwahlen durch und können jetzt weiter zu den Anträgen kommen. Ja. Und da möchte ich euch zuerst fragen, was möchtet ihr gerne? Möchtet ihr jetzt Positionspapiere zuerst bearbeiten und dann die sonstigen oder zuerst die sonstigen und dann die Positionspapiere? Und das möchte ich einfach mit einem Meinungsbild machen, damit ihr da euren Willen kriegt, ja? Wer möchte gerne, ja, bitte? Ich würde gerne einen Hausaufrufschlag nach der Personalgeschichte, dass man ein bisschen das mit dem Sinn noch reichern kann, wenn man mit dem Mittagshauber zum Beispiel. Also, okay, dann Antrag auf Meinungsbild, auf ein oder anderes Meinungsbild bezüglich Mittagspause. Wer möchte eine Mittagspause? Wer, danke, wer möchte einfach nur weitermachen? Das sind mehr, gut, also machen wir keine Mittagspause. Wer möchte jetzt sonstige Anträge bearbeiten und dann die Positionspapiere? Okay, wer möchte jetzt Positionspapiere bearbeiten? Gibt keine offenen Satzungsänderungsanträge. Nochmal, wer will Positionspapiere bearbeiten? Jetzt gleich? Okay, das ist so wenig. Leute, euch ist es offenbar scheißegal, oder? Gut. Ah, genau, also die Satzungsänderungsanträge, die jetzt noch im Wiki stehen, wurde mir gestern vom geschiedenen Landesvorstand mitgeteilt, dass diese nicht bei ihm eingereicht worden sind. Das heißt, sie sind auch hier nicht zu bearbeiten, sodass man das tut. Ja, also es gibt noch einen Wahlprogrammantrag. Ah, natürlich. Okay, dann machen wir doch zuerst das Wahlprogramm, oder? Wer möchte den Wahlprogrammantrag jetzt machen? Okay. Tommy, ist der da? Oder gibt es jemanden, der diesen Antrag vorstellen möchte? Antragsteller ist Tommy. Dann ist das nicht so. Das heißt, wir gehen in die Positionspapiere. Und ich warte, bis der Tommy da ist, oder? Nein. Okay, Olaf, melde sich mal. Wollen wir nicht erstmal die Satzungen machen? Es gibt keine Satzungsänderungsanträge mehr. Wir sind gerade bei der Presseaufnahme. Es geht um Kommunalpolitik, nicht? Richtig. Richtig. Den übernehme ich und stelle alle Module vor. Wenn er jetzt rankommt, muss ich aus dem Presseraum raus. Also du möchtest gerne, dass wir das später machen? Bitte. Okay, gut. Ja, kein Problem. Geht das? Ja. Könnt ihr das? Okay. Danke. Es ist euch allen... Also, dann machen wir jetzt mit Positionspapieren weiter, weil es war euch egal. Gut, los geht's. Positionspapiere. Dann geht es weiter mit dem Positionspapier 004, Aktualisierung des Positionspapiers 009. Antragsteller ist Wickbold. Wo bist du? Kommst du her? Und dann darfst du deinen Antrag vorstellen, bitte. Bei der Menge der Positionspapiere kannst du gleich deinen Stuhl mitbringen. Hallo. Also ich bin sehr erstaunt, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, dass wir diese Positionspapiere behandeln. Ich habe mir auch gedacht, dass wir vielleicht in diesem kleinen Rahmen auch vielleicht metapolitische Themen auch behandeln sollten. Also diese Positionspapiere sind jetzt nicht grundlegende Positionen des aktuellen Handelns, sondern sie sollen auffordern, sich metapolitisch mit bestimmten Begrifflichkeiten auch auseinanderzusetzen. In unserer Satzung, also in der Bundessatzung im Paragraf 1 haben wir mit Sitz und Tätigkeit beschrieben, dass wir Piraten an einen demokratischen Rechtsstaat sowie einer modernen freiheitlichen Gesellschaftsordnung im Geiste sozialer Gerechtigkeit mitwirken wollen. Das sind natürlich Begrifflichkeiten, die auch diskutiert werden müssen, hinterfragt werden müssen. Das ist genau wie der Begriff zum Beispiel Nachhaltigkeit, eine metapolitische Diskussion. Jetzt am praktischen Beispiel der Nachhaltigkeit eine metapolitische Diskussion. Ich möchte mit solchen Positionspapieren auch, die jetzt da folgen, das wirkt so abgekippt, kann man vielleicht auch so sehen, möchte ich eigentlich auffordern, eine metapolitische Diskussion anzufangen, auch in der Partei, auch mit der Position, um, sage ich mal, auf abstrakter Ebene, sodass Menschen nicht direkt betroffen sind und emotional vielleicht überreagieren, dass man diese Themen mal anfängt auch zu diskutieren. Das Positionspapier 009 ist ein, in Anführungsstrichen, altes Positionspapier der Piraten Bayern. Das wurde mal beschlossen in, wie hieß noch der Ort, steht da irgendwo unten drunter, ist verlinkt. Diese neue, dieser Review sozusagen, soll dieses Thema, diese Themen wieder aufs Tablett bringen und bestimmte neue Begrifflichkeiten einführen, wie zum Beispiel emanzipatorische Gerechtigkeit als Begriff, dass man darüber mal diskutiert, was das ist. Somit ist eigentlich eine metapolitische Position, eine Position, die auch, sage ich mal, sich bewegt. Das bedeutet, sie wird durch Diskussion, durch Erkenntnisgewinn, wird sie bewegt. Dieses Positionspapier 009 hat, oder dieses Positionspapier soll jetzt solche Begrifflichkeiten, wie Demokratie, Rechtsstaat, sozialer Rechtsstaat, die Aufgaben, oder wodurch wird ein Rechtsstaat sozial, was ist soziale Gerechtigkeit, wie ist sie zu verstehen innerhalb eines sozialen Rechtsstaates, also weil die soziale Gerechtigkeit steht auch immer in einem Kontext, wird versucht, sage ich mal, grundlegend erstmal diese Begrifflichkeiten zu fassen und, sage ich mal, einfache allgemeine politische Aussagen, metapolitische Aussagen dazu zu treffen. Ganz unten kommt sozusagen die Kombination als, in Anführungsstrichen, als praktisches Beispiel, auch als gewisse politische Forderung, kommt unten ein Absatz, Internetbürger, also rechte Internet, ich habe es jetzt leider nicht hier, das macht klar an einem Kernthema der Piraten halt, wie man auch metapolitisch dieses Thema konstruieren kann, im Sinne von informationeller Bestimmung durch Cyberspaces oder durch informationelle Räume, ja, oder wie sie sich vermischen, informationelle Räume staatlicher oder öffentlicher Ordnung, beziehungsweise privatwirtschaftlicher oder privater Räume, weil das Internet letztendlich nicht das Internet ist, was irgendwie bestimmt wird, sondern das Internet sind Interconnected Networks, das sind vernetzte, autarke Netzwerke, ja, und darüber müssen wir auch wirklich metapolitisch diskutieren und nicht nur, sage ich mal, im normalen Tagesgeschäft. Und wie gesagt, diese Positionspapiere sollen einfach in den Raum gestellt sein, auch jetzt vielleicht durch einen Beschluss, dass man das erstmal als Positionspapier annimmt, um dann weiter darüber zu diskutieren und weiter daran mit diesen Thesen zu arbeiten, die sich dann auch verändern können. In der Vergangenheit hat so eine Diskussion leider nicht stattgefunden, was ich sehr schade finde, weil sie, weil metapolitische Grundsätze oder metapolitische Themen geben auch den Leuten Entscheidungsmuster mit, einfach, ja, auch selbst etwas zu entscheiden eines bestimmten Musters, auch wenn es nicht genau im Programm steht. Und deshalb halte ich diese metapolitische Diskussion für sehr, sehr wichtig. Sie muss geführt werden, an Stammtischen, überall. Und ich möchte anregen, auch in den Arbeitsgruppen, sich metapolitisch zu reflektieren. Ich danke jetzt erstmal für die Geduld und stelle mich hier Fragen. Okay. Hallo. Ja. Okay. Die Bitte, zunächst einmal ein Meinungsbild abzufragen, wer dem Wigbold in der Argumentation folgt und ob ihr über diesen Antrag diskutieren wollt und vielleicht auch Fragen stellen wollt. Das Thema ist ja nicht ganz einfach und es ist ein bisschen trocken. Er ist einer, der sich gut auskennt. Das wissen wir inzwischen. Das möchte ich auskennen nicht. Das ist halt eine, ich entwickle meine Position und stelle sie halt vor oder ich entwickle mit anderen Leuten oder auch durch andere Leute mit Positionen und stelle sie jetzt hier halt vor. Ich meine, auf welcher Ebene wollen wir das machen? Wir können sowas auch sagen. Entschuldigung. Wir fragen im Weihnachtsmeinungsbild ab, ob wir uns damit befassen wollen. Er tut es gern mit Leidenschaft. Und wollen wir das auch? Wollen wir ihm da folgen? Also nicht, ob ihr mir folgt, sondern ob ihr sowas... Ja. Also würdet ihr dem Antrag folgen, das zu ändern? Das ist ein Meinungsbild. Willst du, dass es angenommen wird oder nicht? Du willst die blaue Karte heben? Ja. Dem Antrag zuzustimmen, das Meinungsbild, dem Antrag zuzustimmen. Dann muss ich dem Antragsteller mitteilen, dass das Interesse eher marginal ist. Gut, also ich kann diesen Antrag, also ich werde diesen Antrag, also es war mir klar, dass dieser Antrag jetzt hier nicht in Fülle, also inhaltlich in Fülle diskutiert werden kann. Ich würde euch doch bitten, euch mit solchen, also auch inhaltlich vielleicht mal damit auseinanderzusetzen und das zu reflektieren. Ich ziehe hier mit dem Antrag zurück, würde aber wirklich darum bitten, dass wir auch eine metapolitische Ebene in der Partei erreichen, wo wir uns mit Begrifflichkeiten ebenso auseinandersetzen. Ich glaube, der Nächste ist auch einer von mir, faschistisch. Also der Antrag Positionspapier 004, Änderung des Positionspapiers oder Aktualisierung des Positionspapiers 009, der Piratenpartei in Bayern, ah, danke, ist zurückgezogen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihn einer übernimmt. Das bedeutet, möchte ihn jemand übernehmen? Das ist nicht der Fall. Dann können wir zum nächsten übergehen. Positionspapier 005, Begriffsklarstellung faschistisch. Also auch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, der kritisch reflektiert werden muss. Ja, ich weiß, das ist teilweise auch sehr dröge. Ist auch eine metapolitische Frage letztendlich, wie man so einen Begriff definiert. Ich halte so eine Begriffsdefinition oder so eine Diskussion um einen Begriff auch für sehr wichtig, auch um Indizien für moderne Faschismen, dass man sowas auch hinterfragt und diskutiert, halte ich für sehr wichtig. Ist natürlich auch eine metapolitische Ebene und ich glaube, wenn auch hier jetzt kein Interesse besteht, dann muss ich halt ein anderes Plenum mir suchen, um solche Fragen auch zu diskutieren. Dann ist das vielleicht nicht der richtige Ort. Gut, auch zu diesem Antrag. Stellen wir dann die Frage eines Meinungsbilds. Wer kann sich vorstellen, dem Antrag zuzustimmen? Wer es sich nicht vorstellen kann, sehe ich auch schon. Auch hier ist das Meinungsbild wieder marginal. Also in diesem Fall ziehe ich jetzt sämtliche Anträge zurück, weil sie alle eine metapolitische Ebene haben, vielleicht auch inhaltlich. Okay, ein Kommentar. Aber es gibt Fragen. Ich möchte noch einen Kommentar dazu abgeben. Wiegbold, deine Anträge sind bestimmt richtig und wichtig, aber wir haben jetzt gerade in der Wahlkampfnachbereitung und gestern auch öfter das Thema gehabt. Die Leute verstehen nicht, was wir wollen. Und wenn ich mir deine Texte so durchlese, die Themen sind vielleicht manchmal komplex, ja, aber wenn du das irgendwem vorlegst, der nicht in dem Thema drin ist, der fragt sich hier, der Mensch als Instanz, Objekt, sonst was? Sorry. Das versteht keiner außer uns. Mit sowas brauchen wir nicht ankommen. Ja, das ist mir bewusst. Danke für die Frage, für das Interesse. Das ist mir durchaus bewusst. Das ist natürlich eine innerparlamentarische Diskussion, die ich anstreben will, die dann auch vielleicht nach außen wirkt. Es ist jetzt kein direktes Positionspapier für den Kommunalwahlkampf oder so. Mein Anliegen war auch, es einzubringen, falls jetzt hier Zeit ist auch noch. Ich bin wirklich sehr überrascht, dass die Zeit jetzt überhaupt noch ist. Aber ich freue mich darüber eigentlich auch. Aber wie gesagt, für mich ist die Metapolitik als sehr wichtig, wie gesagt Begrifflichkeiten. Und ich möchte auch auffordern, in diesem Kontext auch Diskussionen anzustreben, innerparteilich. Wie gesagt, ich werde diese ganzen WPG-Anträge hiermit auch zurückziehen. Wenn jemand Interesse hat, würde ich mich natürlich freuen, den sie übernehmen. Dann kann man das auch diskutieren. Aber die ziehe ich auch zurück, weil die alle im gleichen Kontext eigentlich stehen. Dann können wir uns anderen Sachen widmen, wenn hier kein Interesse ist. Danke. Steffen? Ich wollte aus der Sache sagen, Interesse besteht schon. Ich habe mir gestern Abend nochmal das angetan, dort das ein oder andere versuchen zu durchzulesen. Und ich habe im Rahmen des Inka, wenn das vielleicht jemand kennt, dort diskutieren nicht nur andere Besorfen, auch Leute, die sich über Direktdemokratie und sowas beschäftigen. Die Mehrdemokratie-Leute kommen von diesem Ort. Und dort wurden immer Seminare gemacht, wo sich über solche Begriffe diskutiert wurde. Und das Problem, was ich mit den ganzen Anträgen habe, nicht, dass die schlecht sind, sondern einfach, die sind in einer Sprache verfasst, die in normalen Menschen einfach abstößt. Die selbst mich abstößt, der mit einigen von diesen Begriffen was anfangen kann. Also ich würde dir einfach bloß den Rat geben, deine durchaus richtigen und guten Anliegen einfach mal nochmal zu überarbeiten und einfach mal sprachlich so weit zu fassen, dass sie auch für einen, der nicht Philosophie studiert hat und der als Nachmittagslektüre sich vielleicht einen Kant oder sowas reinzieht, einfach nur der an sich nochmal zu überarbeiten, dass über diese Themen diskutiert werden muss und dort ein Standpunkt gefunden werden muss, der auch nach vorn weist. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Danke. Ich möchte dazu kurz eine Stellung nehmen noch. Es ist mir klar, dass meine Sprache teilweise sehr schwierig ist. Es ist aber meine Sprache, ich kann mich davon schlecht trennen. Ich denke, eine Übersetzung findet auch immer in dem Kommunikationsprozess statt und ich versuche hier halt zu kommunizieren auch. Ja, das muss man auch nochmal klarstellen. Also als Vorschlag wäre vielleicht mal ein Seminar vielleicht zu machen, der sich an ein oder zwei diesen Themen mit mehreren Leuten zusammensetzt und man dort eine gemeinsame Position findet. Ich denke, auf dem Parteitag ist sowas sehr schwierig. Danke, das wäre vielleicht ein sonstiger Antrag an den Vorstand. Okay, da haben wir noch einen Kommentar dazu. Also ich möchte mal Folgendes dazu sagen. Also ich habe die auch gelesen und ich denke, es besteht jetzt im Moment hier im Raum nicht die große Lust, sich damit auseinanderzusetzen und von daher, wenn du sie zurückziehst, ist das sicherlich das Richtige. Aber ich sehe da drin eine Ausnahme, insbesondere den einen, den du mit dem Wort faschistisch betitelt hast. Also in dem sehe ich durchaus einen Sinn, wenn wir das heute hier machen, diskutieren und abstimmen, weil das einer dieser Punkte ist. Wir haben heute sehr oft und auch gestern von Worten mit Shitstrom umeinander gehen, miteinander Auseinandersetzungen, Beleidigungen gehört und insbesondere das, was du in dem Papier faschistisch zusammengestellt bearbeitet hast, finde ich ein gutes Kompendium. Und ich bin der Meinung, das sollten wir verabschieden, weil das einfach den Hintergrund hat, dass wir alle möglichen Diskussionen auf Mailinglisten und so weiter dann auch fundiert einfach beenden können, indem wir sagen, wir haben das verabschiedet, dass wir diese Art von Debatten nicht wollen. Und von daher bringt uns das auch weiter und von daher sollten wir dieses eine Papier machen. Gut, dann lasse ich das Papier stehen, wenn ebenfalls, also da jetzt zumindest einer Interesse da hat. Okay, darf ich das jetzt so verstehen, dass dieses Papier übernommen wurde? Okay, dann frage ich ein Meinungsbild ab. Wer kann sich vorstellen, dem Papier zuzustimmen? Wer kann sich es nicht vorstellen? Also, hier gibt es auch keinen Bedarf, so wie ich das sehe. Er muss ihn jetzt zurückziehen. Ja, willst du ihn jetzt? Ich bin jetzt raus. Du hast ihn übernommen. Du hast ihn übernommen. Willst du die Beide halten? Willst du ihn zur Aufspartung nehmen? Also, wir machen das jetzt so rum. Wir haben jetzt alle, alle sind zurückgezogen worden von Wegbold. Davon wird einer übernommen. Okay, möchte ich, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, möchte jemand andere Positionspapiere daraus übernehmen? Okay, das ist nicht der Fall. Dankeschön. Das heißt, die sind jetzt wirklich weg. Jetzt haben wir einen stehen, der ist jetzt von dir schon vorgestellt worden, oder? Er ist inhaltlich nicht vorgestellt worden. Er wurde im Kontext der... Dann möchtest du diesen inhaltlich vorstellen, oder soll das Wegbold für dich übernehmen? Okay. Wegbold, nimmst du diese Aufgabe? Könnt ihr den mal bitte auf den Schirm bringen? Das wäre sehr nett. Weil ich habe jetzt den Text nicht direkt vorliegen. Also es geht eigentlich darum, dass eine totalitäre Ethik oder ein totalitäres Bild über den Menschen steht, innerhalb einer Gemeinschaft, um halt einen gewissen Machterhalt letztendlich zu fördern. Der Einzelne in dieser Gemeinschaft gilt nichts. Das bedeutet, die Ethik ist letztendlich der totalitäre Kern, der diese Gemeinschaft zusammenhält mit einem gewissen totalitären Sinn. Um das jetzt ein bisschen transparent und klar zu machen, habe ich versucht, Indizien zu finden, da die normale Faschismusforschung letztendlich auch sehr komplex ist, habe ich versucht, Indizien zu finden in der Literatur, was Indizien für faschistische Bestrebungen letztendlich sind. Und da habe ich, also wenn die jetzt vermehrt auftreten, sollte man sich einfach mal kritisch überlegen, in welche Richtung man sich da begibt. Und diese Indizien habe ich unten in der Punktliste angeführt. Es geht eigentlich um eine kritische Selbstreflexion bei der ganzen Sache, die ich als Position formuliert wissen wollte, damit sie einfach auch verfügbar ist. Und somit habe ich sie jetzt hier, oder hatte ich sie hier als Antrag vorgeschlagen. Gibt es noch Fragen? Danke. Dann gibt es dazu keine Fragen, wie ich sehe. Doch, okay. Spinni, du hast eine Frage, dann kreuzt du dich dann auch selber ab. Also erstens kreuze ich Fragen nicht ab und zweitens ist es keine Frage. Okay, was da steht, ist sicherlich alles nicht falsch. Ich sehe bloß nach wie vor nicht die Notwendigkeit, also wir hatten dieses Thema zu diesem Positionspapier ja schon mal, wenn auch nicht unbedingt auf dem LPT, keinen Sinn darin, einen Begriff zu definieren als Partei, der aus einer soziologisch-historischen Geschichte kommt. Also ich weigere mich ein bisschen, sowas als Partei zu beschließen, anstatt diese Debatte zu führen, wenn es denn notwendig ist. Und ich würde mir ernsthaft wünschen, Wiegbo, tatsächlich, dass du diese Debatten, die ich zwar durchaus anstrengend, aber auch als fruchtbar empfinde, nicht immer auf den Parteitagen machst, sondern davor. Vielleicht befinden wir uns an den Medien. Also ich habe eine Frage zum Beispiel, bei Militarisierung von Politik, was kann ich mir darunter vorstellen? Weil wenn ich sehe, Militarisierung von Politik... Na gut, wenn du zum Beispiel Parteien militärisch organisierst, mit Aufmärschen und so weiter. Das wäre zum Beispiel auch eine Militarisierung von Politik bis hin zur Wirkung, dass die Militarisierung als Mittel von Politik gilt. Okay. Weil wenn ich mir das so durchsehe, da könnten die USA oder Nordkorea durchaus als faschistisch gelten. Ja. Ich habe auch mal einige klarstellende Fragen, gerade zur Militarisierung von Politik. Bedeutet das das auch, dass wir multinational, abgestimmt durch unser Parlament, dann nicht mehr damit als Option haben, anderen Völkern zu helfen, wo eine Diktatur vorherrscht und dann praktisch Menschenrechte wirklich niederknüppelt? Dürfen wir das dann nicht mehr? Wenn wir das in die Diskussion bringen, wäre das dann schon faschistisch, wenn wir sagen, hey, dann müssen wir, wenn wir in der Diskussion sagen, hey, dann müssen wir vielleicht militärisch eingreifen, um da einen Notstand aufzuheben. Wäre das schon Militarisierung von Politik und würde das bedeuten, wenn ich diese Idee äußere in dem Diskurs, dass das schon faschistisch ist? Nein. Wo setzt du die Grenze? Ich sage ja, das sind Indizien, die dazu führen, dass sie vermehrt auftreten. Die Frage ist halt, also der Sinn der ganzen Punkte ist halt eine kritische Selbstreflexion, nämlich genau die Frage, die du dir jetzt selbst stellst oder die du mir stellst, das ist genau die Frage, die man dann stellen muss und dazu fordert dieser Antrag auf. Gut, das nächste, was ich da habe, ausgeprägt ist, denken in sich ausschließenden Kategorien. Das ist eine Frage. Definieren wir bitte, was bedeutet sich ausschließendes Denken, was bedeutet dieser Satz? Den verstehe ich schlicht nicht. Ja, die Sache ist ja, die gesellschaftlichen, also sind wir ja in einem Staat gefangen, also nicht gefangen, sondern sind in einem Staatsgebilde, beziehungsweise in einem Landesteritorium, dem wir uns auch nicht so einfach entziehen können. Das bedeutet, also faktisch, also kann man nicht einfach sagen, du bist dabei oder du bist nicht dabei. Und wenn man jetzt in klassischen, sich ausschließenden Kategorien denkt, verneine ich einfach eine bestimmte Existenz. Und zum Beispiel ist es die Entrechtung nach bestimmten Merkmalen. Du bist, sage ich mal, hast jetzt welche, ich weiß nicht, irgendwelche Turnschuhe an, deswegen hast du bestimmte Rechte nicht. Und wenn man diese Ausschließlichkeiten halt denkt, werden sie natürlich auch, also schwarz oder weiß, das ist halt eine ausschließende Kategorie, entweder etwas ist schwarz oder etwas ist weiß. Gut, letzte Frage von mir. Kannst du dir vorstellen, dass dieser Antrag geeignet ist, in der Zukunft Diskussionen mit dem Begriff des Faschismus einfach niederzuknüppeln? Nö. Gut, das kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Antrag dazu geeignet ist. Er regt die Diskussion an. Es geht auch darum, wir haben in der Satzung stehen, Absatz 1 der Bundessatzung steht auch drin, dass wir faschistische und totalitäre Bestrebungen jeglicher Art ablehnen und dann sollten wir diese Begrifflichkeiten auch thematisieren. Kurze Zwischenansage, jetzt, also 13.15 Uhr findet die Datenschutzschulung statt durch den Datenschutzbeauftragten, wer daran teilnehmen möchte, das befindet sich dann im Schulungsraum neben dem Restaurant. Also da hingehen, wenn ihr möchtet, es fängt jetzt an. Tja, jetzt ist es leider nicht mehr ganz sichtbar, ich habe den Laptop leider nicht mitgebracht, aber ich habe dort ein paar Sachen, die mich ein bisschen bedenklich stimmen, weil nach dem, das war es schon gut, wenn da zum Beispiel steht, kulturstiftende Ideologien auf Mythen, also katholische Kirche wäre faschistisch, beispielsweise. Oder ganz große Probleme habe ich mit kooperative, rasche Organisation der Wirtschaft. Also eine Wirtschaft sollte meines Erachtens durchaus kooperativ handeln. Kooperativ, nicht kooperativ, kooperativ. Ja, das ist das Problem, dass dort Wörter verwendet werden, die missverständlich sind. Das war meine Kritik von vorhin. Also es sind einfach viele Sachen drin, die durchaus richtig sind, aber die auch völlig falsch verstanden werden können und nach der Definition, die ist mir einfach viel zu philosophisch weitgehend, könnte man eigentlich alles als faschistisch bezeichnen. Und unter anderem auch die DDR, die hatte faschistische Züge, aber ich weigere mich zu sagen, dass zum Beispiel das System der DDR ein faschistisches System war. Es war ein totalitäres System, das ist richtig, aber totalitär ist noch nicht automatisch faschistisch. Ich mache da immer noch gewisse Unterschiede. Wie gesagt, ich kann das natürlich weiter argumentieren, aber ich denke, diese Diskussion führt dann auch hier zu weit, weil das Interesse insgesamt nicht gegeben ist, beziehungsweise man hört uns natürlich jetzt zu. Vielleicht sollte ich auch Dieter bitten, dass er den Antrag zurückzieht, dass er mir da folgt dahingehend und dass wir diese Diskussion vielleicht auch anhand dieser Papiere auf eine andere Ebene verlagern. Das wäre sehr fruchtbringend, denke ich. Okay, danke schön. Ich sehe, es gibt keine weiteren Fragen dazu. Ich sehe, es gibt wirklich, wirst du wirklich? Gut, dann bitte. Ja, eben, ich bin, dieser Antrag soll abgelehnt werden, weil er ein Begriff definiert, der wissenschaftlich definiert ist und wenn wir anfangen, wissenschaftlich definierte Begriffe in der Partei nochmal zu definieren, dann halte ich das für falsch, denn wir können auch nicht das Gewicht eines Wasserstoffatoms in dem Parteiprogramm definieren. Ich würde gerne wissen, welche Definition du da meinst. Okay, bitte keine Zwiesprache, das war eine Aussage, keine Frage. Nichtsdestotrotz hast du jetzt natürlich als Antragsteller, beziehungsweise als Beauftragter des Antragsteller das letzte Wort zu diesem Antrag. Bitte, du hast noch ein abschließendes Wort. Also ich bin ja jetzt nicht mehr der Antragsteller, ich habe eigentlich diesen Antrag schon zurückgezogen gehabt, Dieter hat ihn übernommen und deshalb würde ich jetzt als abschließendes Wort sagen, lasst uns metapolitische Inhalte diskutieren, das bedeutet auch gerade Begrifflichkeiten, kritische Hinterfragen, mit denen wir tagtäglich um uns schmeißen. Das ist eine sehr wichtige Sache für mich, weil auch in der Kommunikation dadurch Interpretationsmöglichkeiten eröffnet werden, die in verschiedenen sprachlichen Ebenen wirken. Also das bedeutet ich mit meiner komplizierten Sprache, der andere vielleicht mit seiner vereinfachten, mit einer einfacheren Sprache oder vereinfachten Sprache, dass da eine Kommunikation auch der Übersetzung in breite Bevölkerungsschichten möglich ist. Wie gesagt, wir müssen Begrifflichkeiten wie demokratischer Rechtsstaat etc. begreifbar machen für die Leute, damit sie das auch in einem Kontext diskutieren können, der sie angreifbar macht. Okay, dann kommen wir, nee, wir sind schon am Ende der Aussprache zu diesem Antrag. Ja, also ich würde ihn auf Wunsch zurückziehen. Das musst du jetzt selber sagen, das ist mir wurscht, ob wir jetzt darüber abstimmen oder den zurückziehen, das geht genauso schnell. Ich ziehe ihn zurück. Okay, welche jemand noch übernehmen? Das ist nicht der Fall. Danke schön, damit ist dieser Antrag auch zurückgezogen. Wir sind damit mit den Positionspapieren am Ende, da alle anderen zurückgezogen wurden. Vor uns hat man mir gesagt, dass die Kommunalpolitiker, die den Wahlprogrammantrag, kommunales Grundsatzprogramm vorstellen möchten, noch in einer Konferenz sind. Das heißt, ist das nicht so? Okay, das heißt, ihr wärt bereit, es diesen Antrag vorzustellen? Okay, aber natürlich haben wir zuerst den Wahlleiter, der ein Wahlergebnis verkünden möchte. So, zum wahrscheinlich letzten Mal an diesem Tag habe ich ein Ergebnis. Im Wahlgang Nummer 11 wurden 123 Stimmen abgegeben, davon waren 121 gültig und zwei ungültig. Auf Wahlvorschlag Nummer 1, Anna Langen, entfielen 119 Stimmen oder 98,4 Prozent. Auf Wahlvorschlag Nummer 2, Thomas Mayer, entfielen 94 Stimmen oder 77,7 Prozent. Lieber Thomas, das kostet Schnaps, das weißt du, ja? Wahlvorschlag Nummer 3, Feng Li, entfielen 96 Stimmen oder 79,3 Prozent. Ich stelle fest, wir haben drei Plätze zu besetzen, alle drei Kandidaten haben die notwendige Mehrheit erhalten, damit sind alle drei gewählt. Jetzt, das muss ich kurz fragen, Anna, sehe ich da hinten? Ich bin einfach mal, alle kurz an die Mikros zu kommen oder nach vorne zu kommen. So, wer ist der erste? Anna, nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme sie an. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Thomas? Ja, ich nehme die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch, Feng? Ja, ich nehme die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch. So, damit haben wir auch ein vollständiges Schiedsgericht und ich übergebe wieder an die Versammlungsleitung. Vielen Dank. Jetzt nochmal einen kräftigen Applaus für den Wahlleiter und sein Team. Wir sind mit den Personenwahlen durch. Ja, jetzt kommen wir zum Wahlprogrammantrag 001, im Übrigen auch der letzte, der einzige in dieser Kategorie. Allerdings möchte ich davor zwei Ansagen machen. Zum einen, es gibt bis 14 Uhr Essen. Bis 14 Uhr, danach wird abgebaut. Also, wer Hunger hat, geht bis 14 Uhr dahin. Und zum zweiten, das kommunalpolitische Vernetzungstreffen findet nach der Behandlung des Wahlprogrammantrags statt, und zwar im Presseraum. Ja, nun bitte ich die Antragsteller auch auf die Bühne. Ich bitte das Schiedsgericht, sich bitte draußen vor der Tür zu treffen. Danke. Vielen Dank. Alles da, gut. Dann wo sind denn die, der Antragsteller der Tommy bezüglich Wahlprogrammantrag? Olaf, Olaf, ich brauche dich zum Antragsvorstellen. Sehr gut, danke. Ich habe den Antrag hier zu verteidigen von Thomas Weigert. Es geht um ein Rahmenkonzept, das vorgesehen ist für KVs, die keine eigene Arbeit leisten können oder geleistet haben bis jetzt, etwas wie eine Art Handreichung. Ich bin mir durchaus im Klaren, dass wir gute, bereits geleistete Arbeit haben anhand von Positionspapieren oder von Konzepten wie dem von Regensburg. Wie gesagt, eingangs, es geht hier mehr um Leitlinien. Insofern würde ich am liebsten den Titel ändern, nicht von Grundsatzprogramm reden, sondern von Positionen oder Leitlinien. Ich habe gerade mit Tina gesprochen, die gleich ein etwas anderes Konzept vorstellen möchte. Ich bin dafür, dass wir konsensisch vorgehen. Das heißt also, dass am Ende nicht ein unverbindliches, wir können ja mal, übrig bleibt, sondern dass wir hier rausgehen und zumindest für diejenigen etwas bieten können, die einfach entweder die Arbeit nicht leisten können oder aber eine Orientierung suchen. Ich bin mir auch darüber bewusst, dass wir hier Fragmente entnommen haben, die möglicherweise aus Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen stammen. Nichtsdestotrotz, das, was hier vorgestellt wird, zielt auf autarke Kommunen ab, transparente Entscheidungsmechanismen, gewisse inhaltliche Prinzipien, die wir als Piraten auf der Straße und später möglicherweise im Gemeinde, im Stadtrat, wo immer auch durchziehen können. Die Frage ist jetzt, wie können wir weiter verfahren? Es ist modular in neun Abschnitte geteilt. Wir können jetzt jeden Abschnitt besprechen oder durchgehen. Ich hoffe, der ein oder die andere haben das mal angeschaut. Wir können aber auch erstmal die Kritik oder die anderen Konzepte vorstellen. Am Ende möchte ich zumindest, dass wir vielleicht eine Basis finden, zum Beispiel im Wiki alles zusammenzuführen und dann den KVs die Möglichkeit bieten, das für sie Relevante herauszunehmen. Frage also an die Leitung, wie gehen wir voran? Was machen wir jetzt? Ja. Gut, wie ich gerade höre, wir können jetzt in die Aussprache gehen. So, wir können jetzt direkt in die Aussprache zum Antrag gehen, wenn die Versammlung sich ausreichend und über die Begründung informiert fühlt. Das scheint so zu sein. Also in dem Moment, wo da jemand steht. Ja, dieses Kommunalprogramm ist nicht auf Basis unseres Programms entstanden. Wir in Bayern haben ja ein Wahlprogramm, beziehungsweise wir haben ja ein vollumfängliches Programm. Dieses Programm ist nach der Landtagswahl nicht ungültig, sondern es ist als Positionspapiere in Unterhaching beschlossen worden. Das heißt, die gelten noch. Das, was wir da sehen, ist aus Baden-Württemberg und ist für uns teilweise ein echt enormer Rückschritt. Ich kann es jetzt für die Kulturpolitik zum Beispiel sehr genau beurteilen. Das ist eigentlich Schwachsinn. Entschuldigung. Also so, ja, weil das ist, wir haben ein sehr, sehr konkretes kulturpolitisches Programm und wenn sich die KVs daran halten, dann ist das schade. Meine Idee ist, das geht ja für die KVs, die die Arbeit nicht leisten wollen. Aber das ist so schwammig formuliert und so ungenau, dass die diese Übersetzungsleistung, was konkret fordern wir denn jetzt von dem, was da steht, für unsere Kommune, die ist gigantisch groß. Das heißt, das hilft eigentlich nicht. Was Kommunen oder KVs hilft, die eigenständig diese Arbeit nicht leisten wollen, dann müsste man erst mal fragen, wenn ihr diese Arbeit nicht leisten könnt, warum tretet ihr dann zur Kommunalwahl an? Aber wenn es tatsächlich so ist, dass sie sagen, wir wollen antreten und wir haben aber diese Möglichkeit nicht, wir haben das so gemacht in Regensburg, wir haben uns angeguckt, wer hat schon Kommunalwahlprogramm gemacht, das waren die Augsburger und die Nürnberger vor allen Dingen, wir haben einfach da geklaut, wie die Raben. Das ist ja Sharing is Caring. Yeah, Raubkopie. Das hat geholfen, weil da mussten wir teilweise nur aus Nürnberg Regensburg machen und ein bisschen was irgendwie schrauben. Das war einfach. Das heißt, meine Idee, mein Vorschlag wäre zu sagen, wir ziehen den da zurück und machen stattdessen eine Liste von, wer hat überhaupt schon Kommunalwahlprogramm und konkrete Anträge untereinander, die aber geordnet werden nach unserem Landeswahlprogramm. Weil wir haben ja Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik, wir haben das ja schon geordnet. Das hatten wir im Wahlprogramm. Und das tun wir auf die Webseite oder ins Wiki und sagen, wenn ihr das nicht leisten könnt, dann habt ihr hier konkrete Anträge. Es gibt Links zu Wahlprogrammen anderer KVs. Hier könnt ihr euch einfach Copy, Pasten und bedienen. Und das ist das, was ich mir wünschne. Und dieses Ding bitte ich unbedingt abzulehnen, wenn es nicht zurückgezogen wird, weil das ist ein wahnsinniger Rückschritt, weil es einfach sehr schwammig, sehr ungenau ist und die ganze Arbeit, die wir uns in Unterhaching und Gemünden gemacht haben, komplett negiert. Und das ist so schade, weil wir haben hart gearbeitet für unser Programm. Und das da ist einfach schade. Danke. Danke. Vor dem nächsten Redner haben wir Anträge zur Geschäftsordnung. Zunächst die Begrenzung der Redezeit auf zwei Minuten für die jetzige. Gut, damit hat sich das erledigt. Und dann Antrag auf Schließung der Rednerliste. Wer dafür ist, die Rednerliste nach dem, so wie sie hier ist, zu schließen, der erhebe die grüne Karte. Wer dagegen ist, die blaue. Ich würde sagen, blau hat eine leichte Mehrheit. Damit ist der Geoantrag abgelehnt. Und wir fangen an. Nächster. Also unsere anderen kommunalpolitischen Programme, die wir in Unterhaching beschlossen haben, werden ja nicht aufgehoben durch dieses Programm. Deswegen besteht hier kein Widerspruch inhaltlich zwischen dem, was wir weitergehend beschlossen haben, zum Beispiel zur Kulturpolitik, und dem hier, dass hier geht es um die Regeln, um die Möglichkeiten, wie Kommunalpolitik besser, transparenter gestaltet werden kann. Und hier ist dieser Antrag sehr konkret. Er geht nämlich ganz konkret auf bestimmte Paragraphen ein in der Gemeindeordnung. Deswegen ist es einfach falsch zu sagen, dass dieser Antrag nicht konkret ist. Also es gibt keinen inhaltlichen Widerspruch zwischen weitergehenden Programmen, wie sie in Augsburg oder Regensburg verfasst werden und vertreten werden im Wahlkampf. Und diesem hier. Insofern sehe ich nicht, warum das abgelehnt werden soll. Wenn man das andere behalten will, man kann beides behalten. Danke. Nächster bitte. Ja, mein Name ist Michael Bengel. Ich bin der OB-Kandidat aus Nürnberg und mit der Gruppe AG Kommunalpolitik bei uns hauptsächlich für unser Kommunalwahlprogramm verantwortlich. Und dieses bringt mich jetzt in eine gewisse Zwickmühle. Jetzt wird mir vom Landesparteitag ein kommunalpolitisches Wahlprogramm präsentiert, wo Wischiwaschi drinnen steht. Entschuldigung, aber so Kommunalpolitik und die Kommunen sollen nach dem Gesetz der Nachhaltigkeit operieren und sowas. Wer braucht das? Entschuldigung, ich frage dich vor Ort, wer braucht das? Kommunalpolitik und Kommunalwahlkampf besteht daraus, sich die konkreten Probleme der Stadt zu schnappen und dazu Stellung zu beziehen. Und dazu hilft mir das nichts. Deswegen möchte ich dich entweder bitten, den als Wahlprogramm, also wir können das als Arbeitspapier oder als Grundlage oder als Wiki-Bitte-Klau-mich-Seite reinstellen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Bitte zieh es als Wahlprogramm zurück und wenn nicht, muss ich die Versammlung bitten, das abzulehnen. Dankeschön. Also wir versuchen hier auf landespolitischer Ebene Kommunalpolitik zu beschließen, zumindest, sage ich mal, Attribute der Kommunalpolitik top-down zu implementieren. Ich meine, das ist jetzt keine Kritik an dir persönlich, sondern an inhaltliche Kritik. Bitte das auch zu verstehen. Die Frage ist da, kann ich so Leute motivieren? Sind Piraten, Parteisoldaten, die, sage ich mal, an der Linie folgen? Das hier ein Programmpunkt, der vom Landesvorstand beschlossen werden sollte, weil das nämlich eine Gesetzesänderung auf Landesebene ist. Und diese Gesetzesänderungen, die bestimmen die Spielregeln, unter denen Kommunalpolitik betrieben wird. So, und wenn jemand in einer Bürgerversammlung mal gewesen ist und erlebt hat, wie ein Bürgermeister zweieinhalb Stunden selbst diese Versammlung bestreitet, wie ein Bürgermeister verlangt, dass Anfragen vorher schriftlich eingereicht werden, weil nach der Gemeindeordnung diese Bürgerversammlung sich selbst keine Geschäftsordnung geben kann und sich selbst keine Tagesordnung geben kann, der weiß, dass Bürgerbeteiligung auf kommunalpolitischer Ebene nur möglich ist, wenn wir solche Forderungen eben auch durchsetzen. Und diese Forderung ist ganz konkret in diesem Programm drin. Und deswegen bin ich dafür. Also, ich würde so einen Antrag in was für einer Form auch immer als Positionspapier, als Wahlprogramm, Vorschlag, Grundweg ablehnen, weil ein Kommunalprogramm von den Kommunen beziehungsweise von den Untergliederungen zu machen ist. Andernfalls sieht es für mich so aus, als würde der Landesverband sagen, wir trauen euch das nicht zu. Die können das, Regensburg hat das gezeigt, andere Untergliederungen haben das gezeigt und so eine Entscheidung gehört auf diese Ebene, nicht auf Landesebene. Danke. Ganz kurz, das war für die Kontra-Seite der fünfte Redner. Jetzt noch Pro und dann entscheiden wir weiter. Also, ich bitte euch, dem Antrag zuzustimmen und zwar aus dem Grunde heraus auch bundesweit, der Städtetag oder sonst was, das ist Kommunalpolitik. Die Kommunalpolitik ist weit umfangreicher als die regionalen Programme. Ich denke nicht, dass diese Grundlegung, worauf sich die Piraten und meinetwegen auch bundesweit in der Kommunalpolitik einigen, irgendein Hinderungsgrund sind, irgendwas anderes in Regensburg, Nürnberg oder sonst irgendwo zu machen. Und ich sehe es auch nicht jetzt als falsch an, dass ein Teil davon aus Baden-Württemberg ist. Es ist sozusagen nur das, worauf die Piraten sich in der Kommunalpolitik als gemeinsame Leitlinie einigen und ob wir in Bayern prinzipiell dem zustimmen können. Danke. Gut, danke. Dann frage ich das Plenum, ob weiter diskutiert werden soll. Wer dafür ist, bitte mit Ja oder Nein gleichzeitig. Das kann man gut sehen. Sind ja nicht so viele. Prima, mehrheitlich weiter. Okay, danke. Grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass die Bürgerbeteiligung in Bayern relativ gut verankert ist und würde mich aber natürlich dann anschließen, die Zugangshürden zu senken. Das mal als grundsätzliches. Was mich an dem Antrag rein pragmatisch stört, egal ob aus Positionspapier oder als Wahlprogramm, ist die Erwähnung des Bürgerhaushalts in Bad Wörishofen als pragmatisches Beispiel. Der Bürgerhaushalt in Bad Wörishofen ist eine reine unverbindliche Mitmachplattform. Mit Haushalt hat das genau überhaupt gar nichts zu tun. Und mit sowas will ich mich nicht outen im Kommunalwahlkampf. Da möchte ich nicht, dass ein Pirat darauf zugreift und sagt, da habt ihr ein tolles Beispiel. Weil dieses Beispiel ist nichts weiter als wie Bürger-Online-Forum oder wir in Kaufbeuern oder was auch immer. Mit Haushalt hat das nichts zu tun. Und das ist auch nicht verbindlich. Deswegen bitte solche Sachen nicht in solche Anträge reinschreiben. Und daher als Ganzes mein Nein. Danke. Jetzt ist Brot dran. Da haben wir niemanden. Hi. Ich habe meinen Vorschlag zur Güte. Wir haben ja vorhin schon uns unterhalten. Ich würde das so machen, ich würde mich anbieten, tatsächlich, dass die Überschriften und die Themen, die wir im Landeswahlprogramm hatten und die wir als Positionspapier beschlossen haben, zu nehmen und alle konkreten kommunalpolitischen Anträge, die wir bisher schon erarbeitet haben, unter diese Gruppierungen zu stellen und die online zur Verfügung zu stellen für alle KVs, die das brauchen könnten. Und auch alle KVs, weil wir machen jetzt gleich ein kommunalpolitisches Treffen. Das heißt, da ist eine ideale Möglichkeit, sich zu vernetzen, zu fragen, wer hat denn noch nicht, wer braucht denn noch? Weil vielleicht reden wir über ungelegte Eier, vielleicht hat jeder KV hier schon das perfekte Programm. Das heißt, da werden wir erstmal rausfinden, gibt es überhaupt Bedarf? Und wenn es Bedarf gibt, bin ich gerne bereit, diese Arbeit zu leisten. Das ist ein Wochenende Copy-Paste. Und dann haben wir was Besseres und was Hilfreicheres als das, was wir jetzt haben. Das wäre so mein Angebot zur Güte. Wenn das möglich ist, in irgendeiner Form das da nicht zu wählen. Also hier werden für mich keine überzeugenden Alternativen aufgebaut. Die übrigen Programme bestehen weiter fort. Und es können sich natürlich jederzeit Kreisverbände oder sonstige Gliederungen oder auch aktive Piraten zusammensetzen und für unterschiedliche Kommunen viel weitergehende Programme aufstellen. Deswegen gibt es da keinen Widerspruch dazwischen, dieses Programm, das die Spielregeln betrifft, nachdem die Kommunalpolitik stattfindet, zu verabschieden und dann viel weitergehende für die einzelnen Kommunen. Da gibt es keinen Widerspruch, weder inhaltlich noch sonst wie. und deswegen muss man hier auch keine falschen Alternativen aufbauen. So, grundsätzlich sagt die Satzung, dass Gliederungen nicht gegen die Übergliederung, also dass sie nicht widersprechend sein dürfen. Wir haben jetzt wieder die zwei Sprecher Anzahl erreicht. Wollen wir weiter diskutieren? Dann bitte die grüne Karte, ansonsten die blaue. Das ist noch mehrheitlich ganz knapp grün. Wieder zwei Sprecher. Kontra, bitte. Du hast es als Arbeitspapier bezeichnet. Da stimme ich dir zu. Es ist ein Papier, das macht Arbeit. Das Problem dabei ist nämlich, dass wir anfangen müssen, alle bereits bestehenden Programme damit abzugleichen und mit jedem jetzt vielleicht neu dazukommenden Programmpunkt immer gucken müssen, passt es mit diesem übergestülpten Konzept zusammen. Und damit macht es unnötige Arbeit und es erschwert die Zugänglichkeit für neue Ideen, für kommunale, für ganz individuelle Lösungen. und aus der eigenen Erfahrung, wie wir das in Augsburg gemacht haben, wir haben ein Programm entwickelt, in dem wir geguckt haben, bundesweit geguckt haben, was ist denn eigentlich überhaupt schon da und welche Probleme haben wir lokal vor Ort. Und das haben wir zusammengebracht und haben daraus innerhalb von, ich sag mal, einem Monat immer so nebenher ein Programm gestrickt, das insgesamt 40 DIN A4 Seiten hat und für nahezu alle Kommunen irgendwie passt. Das heißt, man kann das weiter kopieren und braucht nicht nochmal ein unkonkretes und eigentlich schwermachendes Geschwurbel. Das heißt, du könntest also Tina das zur Verfügung stellen, dass sie das auch Tina hat das aus Augsburg kopiert und wir haben das zum Teil aus Nürnberg kopiert, zum Teil aus Wiesbaden kopiert, aus ganz vielen Städten, also immer einfach weiterentwickelt. War auch kein Problem, irgendwas aus Baden-Württemberg zu übernehmen, oder? Überhaupt nicht und das hat auch Tina jetzt vorher nicht so gemeint, sondern sie hat gemeint, was die Kulturpolitik angeht, ist das problematisch. Also ich möchte mal ein Beispiel geben. Der Deutsche Städtetag beschäftigt sich auch damit, dass die Gemeinden von bundespolitischen Gesetzen finanziell entlastet werden müssen. Das heißt, das wäre dann ein bundespolitisches Thema eigentlich, obwohl es die Kommunalpolitik betrifft. Genauso gibt es landesspezifische Themen, die die Kommunalpolitik betreffen und es gibt dann eben kommunal auf der lokalen Ebene Themen, die das betreffen. Die Frage ist, inwieweit kriegen wir es zustande, dass wir uns mal innerhalb der Piraten auf, und natürlich wäre ein Bundespolitis, auf der Bundesebene angesiedeltes kommunalpolitische Programm noch wässriger als ein Landes, aber sozusagen, dass man sich auf gemeinsame Richtlinien festlegt. Damit zu argumentieren, so unter dem Motto, da müssten wir ja auf der ganz lokalen Ebene schauen, was wir uns insgesamt als Piraten geeinigt haben, sehe ich jetzt nicht als Argument, das Ding abzulegen. Ich sehe da auch keinen Konflikt jetzt darin, sondern wir sollten mal schauen, dass wir zu einer gemeinsamen Lösung, was die Kommunalpolitik anbelangt ist. Danke. Und der zweite wieder. Also ich möchte es mal kurz zusammenfassen. Wir haben ja jetzt einen Antrag als Wahlprogramm oder als Positionspapier. Sämtliche KVs, die sich schon mal intensiv mit dem Thema Kommunalpolitik und ihr eigenes Kommunalprogramm erschaffen haben, stehen jetzt hier am Kontra- Mikrofon, lustigerweise. Nein, ich gehöre zu einem anderen, der dafür steht. Also du kannst nicht alle... Also gut, keine Allgemeinigung. Okay, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, die schon ziemlich weit sind mit ihrem Kommunalwahlkampf, haben sie jetzt dagegen ausgesprochen. Das hier ist, wie der Bolscher gesagt hat, ein Top-Down-Manöver, das heißt von oben jetzt irgendwas allgemeinschwaveliges zu sagen, irgendwelche Aussagen zur Gemeindeordnung, die vielleicht vom... Also für was machen wir das jetzt eigentlich? Dort sind Punkte zur Gemeindeordnung drinnen, die dann wahrscheinlich vom Landtag beschlossen waren. Das ist absolut hinfällig. Und wie gesagt, ich möchte es nochmal zusammengehen, es hilft uns nicht, denn es hilft den Kommunalen, den AG-Kommunalen nicht, das jetzt zu beschließen. Wir können es als Anregung irgendwo hinstellen, dann können wir es gerne nehmen, wenn ihr da was Brauchbares findet. Ihr könnt euch auch bei anderen Städten, die Kommunalprogramme entwickelt haben, bedienen. Also wer braucht es? Dankeschön. Und nochmal dafür. Also ich brauche es in meiner Kommunalpolitik in der Gemeinde Neubiberg. Die Inhalte sind so allgemein, dass sie den beratigen Zielen und unseren Positionsprogrammen entsprechen. Das heißt, ich halte es für ausgeschlossen, dass jemand hier in seinem konkreten Kommunalwahlprogramm hier einen Widerspruch zu diesen Grundsatzzielen entdeckt, in dem Sinne, dass er hier Arbeit hineinstecken müsste und prüfen müsste und hier sozusagen dieses Wahlprogramm, das von einer übergeordneten Gliederung beschlossen ist, hier ihn hindern würde, ein konkretes Programm für seine Kommune aufzubauen. Das halte ich für ausgeschlossen und das durchzulesen und festzustellen, dass das nämlich genau unseren beratigen Grundprinzipien entspricht und niemanden hindert, weitergehende Programme in Augsburg oder Regensburg oder sonst wo zu entwickeln, dafür brauche ich zehn Minuten. Danke. Ich würde die beiden Basispiraten rechts unten an der Bühne bitten, ein bisschen leiser zu diskutieren. Ja, du bist gemeint. Danke. Wir haben wieder zwei rum. Wer ist dafür, diese Diskussion weiterzuführen und wer ist dagegen? Bitte jeweils das ist deutlich mehrheitlich dagegen, die Diskussion weiterzuführen. Das heißt, wir könnten jetzt zur modularen Abstimmung kommen. Nein. 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 Okay, dann kommen wir ganz einfach zuerst mal den Antrag in der Gänze. Ja. Danach dann. Okay, wer dafür ist, den Antrag als Wahlprogramm anzunehmen, hebe jetzt die grüne Karte, wer dagegen ist, die blaue. Das ist keine Zweidrittelmehrheit für den Antrag. Nein. 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 Jetzt, wer möchte diesen Antrag als Positionspapier in der Gänze annehmen, wer dafür ist, die grüne Karte und wer dagegen ist, die blaue. Auch das ist keine Mehrheit für den Antrag. Damit ist der Antrag in der Gänze jeweils abgelehnt. Jetzt kommen wir zur modularen Abstimmung, nur als Positionspapier. Ja, das ist so beantragt und das können wir so machen. Modular, also Abstimmung modular als Positionspapier einfache Mehrheit. Modul 1. Wir möchten selbstbestimmte ökologisch, ökonomisch und sozial handelnde starke Kommunen. Über Interpretation reden wir nicht. Wer dafür ist, dieses Modul 1 anzunehmen, die grüne Karte, wer dagegen ist, die blaue. Damit ist Modul 1 nicht angenommen. Modul 2. Wir möchten mehr direkte Demokratie zur Stärkung der Teilnahme und Teilhabe der Menschen in Kreis und Kommune. Wer dafür ist, die grüne Karte, wer dagegen die blaue. Dieser Antrag ist aus das Modul 2 wurde nicht angenommen. Wie viele Module hat das Ding? Neun. Du hast schon zwei. Super. Modul 3. Wir setzen uns für Transparenz bei kommunalpolitischen Verfahren und Entscheidungen ein. Wer dafür ist, und die anderen die blaue. Dieses Modul ist nicht angenommen. Nochmal deutlich bitte. Wer dafür ist, Modul 3 anzunehmen, die grüne, wer dagegen ist, die blaue. Dieses Modul ist nicht angenommen. Modul 4. Wir wollen eine Verkehrsinfrastruktur, die alle Verkehrsarten gleichermaßen berücksichtigt. Wer dafür ist, die grüne Karte, wer dagegen ist, die blaue. Dieses Modul ist nicht angenommen. Modul 5. Wir setzen uns für eine Stadtentwicklung mit Bürgerbeteiligung in allen Phasen des politischen Prozesses ein. Wer dafür ist, die grüne, wer dagegen ist, die blaue. Dieses Modul ist nicht angenommen. Modul 6. Wir streben einen Bürgerhaushalt für alle Kommunen an. Wer dafür ist, grün, wer dagegen ist, blau. Ich muss, ich habe das zugesagt. Das finde ich spannend. Ich stehe zu meinem Wort. Total gut. Modul 7. Wir setzen uns für das Recht der Bürger ein, ihr Leben möglichst selbstbestimmt zu führen. Wer dafür dieses Modul ist nicht angenommen. Modul 8. Wir wollen kleine und mittlere Unternehmen stärken und regionale Wirtschaftskreisläufe fördern. Wer dafür ist, die grüne Karte, wer dagegen ist, die blaue. Dieses Modul ist nicht angenommen. Modul 9. Wir möchten, dass Kunst und Kultur allgemein zugänglich sind. Wer dafür ist, die grüne Karte, wer dagegen ist, die blaue. Damit sind alle Module deines Antrags auch als Modul abgelehnt und nicht angenommen. Danke. Danke an das Plenum. So, jetzt haben wir einen kleinen Redeslot. Kommst du? Ich habe bloß noch den Hinweis auf drüben. Darf ich schnell? Wir wissen das alle. Wir haben dich auch nicht vergessen. Glaub mir, du kommst dran. Der Hinweis, dass wir einen Hinweis geben, dass du irgendwann drankommst, brauchen wir nicht. Du kommst dran. Ja, danke. Wir machen es jetzt. So. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Danke. Hallo erstmal. Blaut die beiden Damen hier vorne. Ihr lieben Bayern, hallo erstmal. Ich bin der Pirat Jörg aus Hannover. Warum ich hier bin, danke. Zu viel. Warum ich hier bin, ist ganz einfach. Ich weiß jetzt, warum wir Bayern immer so glücklich sind und wir Niedersachsen so pessimistisch. Ihr habt nämlich die Sonne, wie ich das gestern mitbekommen habe, und bei uns regt es andauert. Also deswegen, ich bin aber nicht deswegen hergekommen. Ich wollte hier eigentlich erstmal Danke sagen, dass ich bei euch sein durfte. Ich war ja schon zum Landtagswahlkampf in Würzburg. Die Würzburger Fraktion, die grüße ich auch ganz herzlich, war immer schön bei euch. Und ich bin aber hier, um Folgendes zu sagen. Wir haben einen Bundesparteitag in Bremen. Ich weiß, Bremen, Hotelübernachtung, das kann sich nicht jeder leisten. Weil wir zur Niedersachsen-Wahlkampf, so viele Helfer hatten, die auch bei mir übernachtet haben, biete ich an, wir haben eine Wahlkampfgeschäftsstelle, wo man mit Schlafsack übernachten kann. Wenn man sich also Bremen-Hotel nicht leisten möchte, könnt ihr in Hannover, braucht ihr nur ein bisschen nach Hannover kommen, von Hannover fahren viele per Fahrgemeinschaft morgens mit dem Auto nach Bremen zum BPT und abends wieder zurück. Ihr habt also keine Kosten, die ihr für Unterkunft und natürlich werden wir euch gerne bespaßen bei der Gelegenheit. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Also könnt ihr eben über die Da dürft ihr mich gerne auf Twitter über Pirat Jörg kontaktieren oder eben vorne eine Visitenkarte abholen. Dann haben wir das nächste, es ist ja so, ihr habt eine Kommunalwahl im März und braucht EUs, wie ich gehört habe. Ich bin gerne zum Wahlkampf hierher gekommen und ich verspreche, ich möchte gerne Würzburg oder München unterstützen, um da EUs zu sammeln und werde versuchen, aus Niedersachsen noch andere fleißige Wahlkampfhäfer mitzubringen. Ich würde euch aber vorschlagen, auf dem Bundesparteitag, weil das dann beginnt mit euren EUs, macht da nochmal irgendjemand einen Redeschlot, motiviert die Nachbarbundesländer, dass die Kommunalwahl bei euch in Bayern Erfolg wird. Und also nochmal herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und ihr habt einen super geilen Vorstand, der mir das erlaubt hat, dass ich herkommen durfte, aber ihr habt auch einen super geilen Vorstand, der jetzt die nächsten zwölf Monate für euch eine geile Arbeit bringen wird. Danke. Gut, jetzt nochmal ein kurzer Hinweis. Also wir machen jetzt quasi jetzt das kommunalpolitische Vernetzungstreffen drüben im Presseraum. Es gibt bestimmt jetzt einigen Gesprächsbedarf und es wird bestimmt lustig. Also jetzt drüben. Dankeschön. Danke. So, dann kommen wir weiter und gehen zu den sonstigen Anträgen. Willst du noch eben schnell einen Hinweis geben? Ja, mach mal. So kann ich ein bisschen um Ruhe bitten. Danke. Danke. Jörg. Danke. Die Herren, die ihr zugehört, hör du denen auch zu. Ja, ich möchte euch berichten, dass das Landesschiedsgericht seine konstituierende Sitzung bereits beendet hat. Wir haben uns als Sechser-Team aufgestellt, das haben wir gerade auch noch weiter verfestigt. Es wurde, also ich wurde gewählt zum Vorsitzenden des Landesschiedsgerichts und wir werden am kommenden Mittwoch unsere konstituierende physische Sitzung in der LGS haben. Okay, ich wollte keinen interessierten Trollen. So, dann kommen wir, wie gesagt, im Ablauf zu den sonstigen Anträgen. Und wenn ich das hier richtig sehe, ist die Antragstellerin vor Ort und schon am Mikro. Genau, ich bin schon da. Ähnlichkeiten mit dem Bild auf dem Wiki sind vorhanden. Okay, also ich weiß, es ist spät und ihr würdet gerne alle was anderes tun, jetzt sind auch ganz viele Leute weg, aber ich habe noch mal einen kleinen sonstigen Antrag für euch vorbereitet. Um was geht es da? Ich möchte gerne ein Positionspapier, was wir in Gemünden beschlossen haben, streichen, dass es nicht mehr in irgendwelche Arbeit einfließt, dass es nicht mehr unter beschlossenen Positionen auftaucht und nach Möglichkeit, das ist das Modul 2, erst noch noch eine bessere Position ersetzen, einfach weil es immer besser ist, irgendwas Positives zu haben, als einfach nur irgendwas abzulehnen. So, um was ging es da bei diesem Positionspapier in Gemünden? Es war ein Positionspapier, das da hieß, äh, Positionen zur Beschneidung einheitliche Regelungen statt religiös motivierter Ausnahmen. Wieso möchte ich das streichen? Wir haben damals in Gemünden, das war auch schon spät und das wollten auch schon alle was anderes machen, wir haben alle, ich sage jetzt nicht, nicht ihr, der böse Parteitag habt, sondern wir, auch ich, haben über dieses Positionspapier abgestimmt, wir haben es aber nicht wirklich verstanden, was da drin steht. Wir haben auch unter einer anderen Prämisse die Diskussion geführt, auch ich, nämlich die Diskussion pro Kontra-Beschneidung. Dieser Antrag ging aber eigentlich um was ganz anderes. Das Positionspapier 102, das Positionspapier 102, ist nämlich eigentlich derselbe Vorschlag, den die Bundesregierung am Ende verabschiedet hat, nämlich dass Beschneidungen nicht mehr unter irgendwelcher religiöser oder ähnlicher Motivation durchgeführt werden können, sondern dass es immer einfach nur, egal mit welcher Begründung oder Motivation im Einflussbereich der Eltern liegt, diesen unbedenklichen Eingriff durchzuführen oder nicht. So, egal wie wir jetzt zu Beschneidungen stehen, ob pro oder kontra, ich bin der Meinung, dass wir Piraten darin keinen unbedenklichen Eingriff sehen und ich bin der Meinung, dass keine Position immer noch besser ist als eine vermurkste oder eine missverständliche Position. So, deshalb habe ich mich damals, weil wir haben damals nach diesem Parteitag in Gemünden haben mich einige Leute angeschrieben und haben gesagt, hey, was habt ihr denn da für einen Scheiß beschlossen und ich habe gesagt, ja, du hast recht, ich, wir haben einen Fehler gemacht, ich möchte das wieder rückgängig machen. Deshalb stehe ich heute hier, deshalb möchte ich dieses Positionspapier, was wir damals beschlossen haben, rückgängig machen und nach Möglichkeit, das ist aber kein Muss, noch durch eine bessere Position ersetzen. So, wie gesagt, das Modul 1 ist eben dieses Positionspapier, das Besagte, zu streichen. Modul 2 ist nun ein kleines Stück aus dem Grundsatzprogramm der österreichischen Piraten, auf das mich der Weltraumvogel gebracht hat. Das da heißt, medizinisch nicht indizierte Eingriffe in den Körper eines Kindes bis zum vollendeten 14. Lebensjahr sind grundsätzlich abzulehnen. So, das ist so die Grundprämisse. Es ist also keine Beschneidungsposition, es ist etwas viel Allgemeineres und ich denke, es ist auch durchaus vertretbar, dass wir das beschließen, weil, naja, so Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und Grundgesetz und so ist ja eigentlich was, mit dem wir uns ganz gut anfreunden können. So, eigentlich bin ich kein Fan von Bundesthemen auf Landesebene, aber da wir dieses Positionspapier nun mal da drin stehen haben, möchte ich es gerne weghaben und deshalb würde ich es gerne zumindest streichen, also stimme zumindest dem ersten Modul zu. Dem zweiten wäre natürlich schön, müsst ihr aber nicht. Genau, falls es irgendwie noch relevant ist, ich stehe mit den Gesundheitspiraten auf Bundesebene in Kontakt und würde diesen Passus aus diesem österreichischen Grundsatzprogramm eventuell auch gerne noch ins deutsche Grundsatzprogramm einbringen. Deshalb ist es natürlich schön, wenn ein Landesverband das Ganze schon beschlossen hat. So, das wäre es eigentlich schon. Die am Mikrofon stehenden geben mir einen Hinweis darauf, dass vielleicht eine Aussprache gewünscht sein könnte. Dann fangen wir da direkt an. Und ich fange einfach mal mit Kontra an. Ich habe keine Kontraposition, sondern ich habe eine Frage. Dann bist du an dem Mikro falsch. Ich habe eine Frage und zwar ist damit auch das Stechen von Ohrlöchern bei Kindern verboten. Von was? Von Ohrlöchern für Ohrringe. Also, wie gesagt, es steht drin, medizinisch nicht indizierte Eingriffe in den Körper eines Kindes. Da fällt alles drunter. Das ist einfach nur eine konsequente Umsetzung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit. Da fallen so Sachen wie Operationen an intersexuellen P-Bus genauso drunter wie Ohrlochstechen oder Beschneidungen. Es ist einfach nur eine konsequente Umsetzung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit. Danke nochmal. Also, ich würde wirklich um Ruhe bitten. Die Rennerei hier macht einen fertig. Benni? So, fangen wir mal. Machen wir weiter. Segnieren euch. Ja, das war eben so ein halbes Machenkontra. Also, möchte ich Bedenken geben. Modul 1 von mir aus. Modul 2 eher nicht zustimmen. Warum? Es gibt durchaus Fälle, in denen das Recht auf körperliche Unversehrtheit des Kindes anderen Rechten sozusagen untergeordnet sein kann. Es ist insbesondere dann so, wenn Geburtsfehler auftreten, die medizinisch nicht notwendige Korrekturen möglich machen. Allerdings, die Sachen nur in jungen Jahren korrigiert werden können oder sinnvoll korrigiert werden können. Als simples Beispiel die Hasenscharte. Das ist etwas, was sehr häufig auftritt. Also, eine nicht geschlossene Gaumen zum Beispiel. Das lässt sich am Anfang sehr einfach korrigieren. Mittlerweile wird man das im Erwachsenenalter den Leuten nicht mehr ansehen. Allerdings, wenn man das erst spät korrigiert mit 14, dann wird man das für immer sehen. Deshalb ist bei dem Modul 2 eher meine Ablehnung. Ich bitte, beiden Anträgen zuzustimmen. Denn, was Wadi zum Beispiel hier bei der Hasenscharte angeführt hat, stimmt nicht. Es ist medizinisch indiziert, dass man das behandelt, da es psychologischen Einfluss hat und Entwicklung damit stört. Damit wäre es medizinisch begründbar. Und ja, es sollen keine Ohrlöcher gestochen werden, es soll keine Beschneidung durchgeführt werden, etc., etc., etc. Wir sprechen uns einfach gegen so einen Schmarrn aus. Ein Kind, wenn es selbst entscheiden kann, soll es selbst entscheiden und soll nicht von den Eltern mit zwei Jahren zum Piercer gebracht werden und in den Ohrlöcher gestochen werden, weil es einfach nicht nötig ist und einfach ein unverhältnismäßiger Eingriff ist fertig. Könnt ihr mal bitte hochscrollen? Ich wollte auf einen Textbaustein Bezug nehmen. Also für mich ist auch diese Rahmenbedingung der medizinisch indizierten Eingriffe eigentlich das Problem bei der ganzen Sache, weil man letztendlich, ich weiß nicht, ob füttern oder auch einen Eingriff in den Körper darstellt oder mit einer bestimmten Creme eincremen oder sonst irgendwas. Also irgendwo muss man auch den Eltern glauben, vertrauen in einer gewissen Form, dass sie bis zu einem gewissen Grad, also der dann auch bezeichnet ist, im Interesse des Kindes handeln. Also in irgendeiner Form. Irgendwo muss ich doch da die Grenze ziehen und deshalb brauche ich halt klare Tatbestände, die nicht im Interesse des Kindes sind. Und deshalb würde ich da doch die Sachen explizit aufzählen wollen. Pro ist gerade nicht, machen wir mit Kontra weiter. Nur zum Einwurf, dass das medizinisch indiziert sein könnte, wenn eine psychologische Störung gegeben sein könnte. Das legt halt diesen Begriff der medizinischen Indikation recht weit aus. Da gibt es unterschiedliche Ansichten dazu. Wenn das so gemeint ist, wäre es für mich dann in Ordnung. Allerdings sollte man das dann da so reinschreiben, damit es eben klar wird. Und solange das eben nicht klar drin ist, würde ich weiterhin ablehnen. Also ich will auf den Punkt eingehen, dass damit sogar das Ohrlochstechen verboten wäre im Prinzip. Ich kenne relativ viele Leute, vor allem Mädchen, die sich im Kindesalter ihre Ohrlöcher selbst haben stechen lassen. Ich bin kein Mediziner, aber ich glaube, dass es dabei eine relativ hohe Gefahr für Infektionen gibt. Und deswegen würde ich das Modul 2 ablehnen. Dann habe ich jetzt eine Frage. Würdest du den zweiten Punkt dann zurückziehen und dann heute nochmal schnell einreichen und das Cloud formuliert nochmal einreichen? Das Modul 2? Also es ist ja so modular gestellt, dass wenn er im Ganzen abgelehnt wird, nur über das erste Modul abgestimmt wird. Ja, aber es wäre wichtig, wenn wir den einen Punkt rausstreichen, dass wir dann wieder was drinstehen haben, weil sonst heißt es ja Piraten sprechen sich jetzt doch für Beschneidung aus und sowas kommt dann in den Medien. Nö, das heißt einfach nur, dass wir keine Position haben dazu. Weil wie gesagt, ich finde keine Position zu haben, ist besser als jetzt eine Vermurkse oder eine jetzt schnell irgendwie so hier so hingewustete. Deshalb, dann nehmt einfach nur das erste Modul und wie gesagt, ich stehe auch mit den Gesundheitspiraten auf Bundesebene in Kontakt. Ich werde die ganzen Punkte, die hier aufgezählt sind, mit denen auch nochmal besprechen. Wir werden wahrscheinlich auch nochmal auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts warten damit. Es kann sich also durchaus an dem Text auch nochmal was ändern. Deshalb, wenn er den zweiten, so wie er jetzt ist, ablehnt, und das ist okay, wie gesagt, da kann sich auch noch was ändern. Nehmt aber zumindest bitte den ersten an. Eine Frage zu den 14 Jahren. Zum einen hegen wir starke Sympathien für ein Wahlrecht ab null Jahren. Andererseits stehen wir einem zwölfjährigen Menschen nicht zu, mündig zu entscheiden, ob er jetzt zum Beispiel Ohrlöcher haben möchte oder nicht. Wie stehst du dazu? Was war der erste Teil der Frage? Das habe ich akustisch nicht verstanden. Also der erste Teil war, dass wir starke Sympathien für ein Wahlrecht ab null halten, also Mündigkeit ab dem nullten Lebensjahr. Aber andererseits einem zwölfjährigen Menschen nicht die Mündigkeit zugestehen, bestimmte Entscheidungen selber zu treffen, wie Ohrlöcher stechen. Also wie genau soll ein Wahlrecht ab null aussehen? Da gibt es verschiedene Tendenzen, wie dass die Eltern das zum Beispiel dafür wahrnehmen. Aber so, dass grundsätzlich Tenor ist, Mündigkeit so früh wie möglich. Das ist eine Juppie-Forderung, oder? Keine Parteiforderung. Also dieses 14 steht deshalb drin, weil es bei den österreichischen Piraten so ein Grundsatzprogramm steht. Es ist das Alter der Religionsmündigkeit. Sehr viel mehr, wie gesagt. Ich werde noch mit den Gesundheitspiraten darüber diskutieren, was da als Alter drinsteht. Aber es ist nun mal so, dass man ein gewisses Recht auf körperliche Unversehrtheit hat. Und ich glaube nicht, dass man da zum Beispiel als intersexuelles Baby mit zwei irgendwas beurteilen kann, was seinen eigenen Körper angeht. Deshalb, ich finde, irgendein Alter muss da gewählt werden. Ob jetzt 14 das Richtige ist, das, wie gesagt, wird noch diskutiert. Aber ich finde, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, wie es so im Grundrecht steht, steht da nicht umsonst drin. Und ich finde, wir sind die, die das Grundrecht achten sollten und die da eben auch Rücksicht drauf nehmen sollten und sagen, ja, wir sprechen uns einfach für dieses Grundrecht aus. Du bist der Fünfte und damit... Wäre es nicht möglich, den Antrag so umzuformulieren, dass da anstatt 14 Jahre drinsteht, sobald das Kind für fähig gehalten wird, eigene Entscheidungen zu treffen? Wie gesagt, das lässt sich sicher machen, aber bevor ich jetzt irgendwas total unreflektiertes und schnell zusammengeflicktes da hinschreibe und beschließen lasse, würde ich es dann lieber wirklich nur das erste Modul beschließen und mit dem zweiten Modul einfach warten, bis ich das mit den Gesundheitspiraten fertig besprochen und irgendwann im Bundesparteitag eingereicht habe. Gut, danke. Jetzt hast du noch die Möglichkeit zu einem Abschlussstatement. Ja, also ich glaube, es gibt nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem ersten Modul zustimmt. Wenn ihr dem zweiten nicht zustimmt, ist okay. Wie gesagt, da stehe ich auch noch auf Bundesebene mit den Piraten in Kontakt, mit den Gesundheitspiraten. Deshalb bitte lehnt das erst... Also stimmt dem ersten Modul zu. Gut, du hättest natürlich auch vorschlagen können, dass wir dem ganzen Antrag zustimmen. Und den lassen wir auch jetzt so abstimmen. Zunächst den Antrag in der Gänze. Wer dafür ist, den Antrag so, wie er da steht, anzunehmen in der Gänze, hebe die grüne Karte. Wer dagegen ist, die blaue. Bitte deutlich ein bisschen hochhalten lassen. Das ist knapp. Bitte haltet mal die Karten sichtbar hoch. Das ist ganz knapp. Und darf ich auch mitstimmen? Der Antrag ist in der Gänze abgelehnt. So, jetzt kommen wir zum Modul 1. Wer dafür ist, das Modul 1 anzunehmen, hebe die grüne Karte. Wer dagegen ist, die blaue. Modul 1 ist angenommen. Sehr schön. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zum Modul 2. Nee, es steht drin, also es steht in dem Antrag drin, wird der Antrag nicht in Gänze angenommen, ist nur über das Modul 1 abzustimmen. Deshalb vielen Dank. Wobei es witzig wäre, wenn ich dem jetzt auch noch zustimmen wäre. Einfach nur so. Ich traue es denen zu. Ich traue es denen zu. Okay, damit ist der zweite da raus. Das Modul 1 ist so angenommen als Positionspapier. Das war natürlich falsch, sondern ein sonstiger Antrag. Ich teste euch. Jetzt kommen wir zum nächsten Antrag, sonstiger Antrag 002. Erstellung des Wahlprogramms von C-Edge, der nicht da ist. Aber wir wissen, dass er jemanden beauftragt hat. Und danach kommt schon Validung. So, hallo. Ich stelle für den C-Edge halt den Antrag vor, sonstiger Antrag 002. Und bei diesem Antrag geht es um die Programmentwicklung für die nächste Landtagswahl. Okay, der Antragstext ist dort ja zu lesen. Ich will das halt nur ganz kurz erklären, um was es da geht. Was sich C-Edge da vorgestellt hat, ist einmal, dass Positionspapiere, die ja noch eine einfache Mehrheit brauchen, nicht mehr Bestandteil von einem Landeswahlprogramm sein können, sondern dass nur noch Programmanträge, die eine Zweidrittelmehrheit bekommen, in das Landeswahlprogramm aufgenommen werden. Und er stellt sich das halt so vor, dass zustimmen könnte. Einheitlich. Das ist schon leicht positiv. Ich bitte Aussprache. Wollen wir eine Aussprache darüber? In dem Meinungsbild, jawohl, bitte. Muss ja nicht. Serie jetzt schon positiv. Ich weiß, wenn du auf Kontra stehst, ist es doof, aber... Also mal ganz ehrlich, nach welcher Kriterium stellt er diese Frage, ob es eine Aussprache geben soll oder nicht? Also ich sage mal so, wir haben jetzt zwei... Ich stelle sie nicht immer. Ich sehe jetzt die Problematik, wir haben die Zeit für eine Aussprache sollten wir euch machen. Das ist gute demokratische Geflogenheit. Dankeschön, weil ich habe echt nicht kapiert, nach welchem Kriterium ihr die Frage stellt. Nicht bei jedem Antrag macht ihr das. So oder so bitte ich ganz stark darum, diesen Antrag abzulehnen. Denn wir können... Also erstmal werden unsere politischen Positionen nicht verschwinden, nur weil wir jetzt es nicht mehr Wahlprogramm nennen. Das bleibt gleich. Ich halte es aber für vollkommenen Blödsinn, so zu tun, als würden wir bei Null anfangen. Wir würden die alten Texte eh hernehmen und an denen weiterarbeiten. Also zumindest ist das meine Vorstellung von kontinuierlicher politischer Arbeit. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, welche Partei sagt, Wahl ist rum, wir sind nicht gewählt worden, das gilt nicht mehr, was wir hier beschlossen haben. Wir haben ein Wahlprogramm, weil unsere Bundesussatzung sagt, dass wir kein eigenes Grundsatzprogramm beschließen können, sondern nur ein weiteres Programm, also ein Wahlprogramm. Also ich habe mich sehr, sehr über diesen Antrag gewundert und ich verstehe ihn als politisch denkender Mensch gar nicht. Okay, ich verstehe ihn total, weil, wie du selber gesagt hast, Spinni, die Positionen stehen in den Positionspapieren, die sollen ja auch gültig bleiben, bis sie beendet und verworfen und ersetzt werden. Wahlprogramm ist für mich die Verkaufsstrategie für die Inhalte, die wir haben. Das war vielleicht nicht unbedingt so sehr erfolgreich, aber wir können ja dazulernen, wir sind ja gut und deswegen würde ich sagen, würde ich ihm zustimmen. Zudem erinnert mich das Ganze dann an die berühmte Debatte, ob es das Deutsche Reich 1945 untergegangen ist oder nicht. Da streiten sich heute auch Gelehrte drüber und ich möchte nicht in drei Jahren dann eine Diskussion darüber mitverfolgen, wo dann die einen sagen, ja, aber wir haben doch noch das alte Programm und die anderen sagen, jetzt machen wir was Neues und dann geht es wieder los. Wenn wir das jetzt gleich machen, dann ist das wenigstens geklärt und deswegen würde ich der Sache zustimmen. Danke. Ich könnte mich jetzt glücklich schätzen, so unter dem Motto, manches habe ich als Positionspapier eingebracht, frei nach dem Motto, weil ich zu spät war, es rechtzeitig als Wahlprogramm einzureichen, wo man gesagt hat, so unter dem Motto, hättest du es früher eingereicht, wäre es auch ein Wahlprogramm. Deswegen denke ich, dass das Gesamte, unsere Positionen wie das Wahlprogramm einfach weiter daran arbeiten und deswegen würde ich das, was wir bisher haben, nicht verweilen lassen. Danke. Man muss bedenken, die nächste Wahl findet in fünf Jahren statt, dann ändert sich tatsächlich etwas und es ist gut, wenn wir dann keinen Flickenteppich haben, wo wir jetzt dann irgendwie am jetzigen Wahlprogramm basteln. Das wäre nämlich leider nichts anderes und deswegen finde ich diesen Antrag super. Die Inhalte verschwinden ja nicht. Also ich dachte, es war einvernehmlich, wir haben ein Grundsatzprogramm, was sozusagen bleibt und die Wahlprogramme, die sind für die Wahl und werden danach verworfen, auch um, also was das auch ermöglicht, wenn die dann verworfen werden, ist, man kann Paradigmen wechseln, ohne halt gegen alte Inhalte zu argumentieren. Das schafft einfach weniger Widerstand innerhalb der Erfüllung des Wahlprogramms. Grundsätzlichkeiten bleiben ja erhalten in den Grundsatzprogrammen und Positionen dienen praktisch als Arbeitsvorlagen wiederum für das Wahlprogramm. Die Inhalte des Wahlprogramms bleiben erhalten und können natürlich genauso hergenommen werden oder können diskutiert werden. Dieser Diskussionsprozess ist ja da außen vor. Also ich plädiere für eine Löschung sozusagen des Wahlprogramms. Das Grundsatzprogramm bleibt ja. Ein Punkt, das wir irgendwann beschlossen haben, weil sich herausgestellt, wir haben sehr viel bessere Leitlinien in unserem Wahlprogramm. Also ich frage mich ernsthaft, wie wir uns politische Arbeit vorstellen, wenn wir nicht einfach mal zu dem stehen, was wir mal beschlossen haben mit einer Mehrheit und wo wirklich ein paar Jahre Arbeit drinstecken. Okay, aber soweit ich mich erinnere, war von Anfang an immer die Rede davon, dass das Wahlprogramm tatsächlich nur für diese eine Wahl gelten soll und es wäre jetzt doch ziemlich unfair zu sagen, nee, es gilt für immer und ab sofort kann man nur noch Kleinigkeiten ändern. Also ich bleibe dabei, den Antrag anzunehmen, um das Ding loszuwerden. Christina, die Arbeit, die du da reingesteckt hast, die schätze ich total und das ist ja nicht aus der Welt. Wir haben ja das immer noch im Internet und man kann immer noch ganz viel Copy-Pasten. Man macht die Arbeit nicht neu, es ist nur so, dass man tatsächlich für die nächste Wahl dann ein etwas Aktuelles haben kann, wo natürlich das Alte mit drin ist. Das ist nicht, dass die Arbeit umsonst war oder umsonst sowieso nicht, weil das war jetzt ein Wahlprogramm, aber sie bleibt bestehen. Es ist nichts gegen dich. Gut, es gibt keine weiteren Rederwünsche. Wally, noch ein Abschlussstatement? Ja, also Spini, dir und allen, die das erstellt haben, wirklich danke. Das ist nicht gegen dich gerichtet. Ich möchte nur daran erinnern, es hindert niemanden daran, wenn wir diesen Beschluss beschließen, selbst wenn wir dann in fünf Jahren feststellen, niemand hat irgendwas gemacht, dann kann man das Ding genauso wieder aus der Ecke zerren, hochhalten und wieder beschließen. Also das bleibt ja für immer. Nur, dass es halt eben jetzt nicht diese Diskussion mit Gültigkeit gibt. Also die Inhalte bleiben auch in Form der Positionspapiere gültig. Wer sich Satzungen und Regularien anderer Landesverbände anschaut, wird feststellen können, dass in anderen Landesverbänden das exakt so in der Satzung geregelt ist, dass eben Wahlprogramme nur für die kommende Wahl gilt und es danach weg ist. Das haben wir nicht drin. Deshalb ist es eben notwendig, dass wir hier darüber reden und eine richtungsweisende Entscheidung da treffen. Um was es mir auch noch geht, wenn wir jetzt dann anfangen, diese Wahlprogramme wieder mit Wahlprogrammanträgen zu ändern, dann werden wir wieder in Wortklaubereien enden und das ist der Status von 2009 und 2010 und soweit möchte ich nicht zurückgehen. Deshalb bitte folgt diesem Antrag. Danke. Danke, Wally. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dafür ist, den Antrag so anzunehmen über die grüne Karte, wer dagegen ist, die blaue. Das ist deutlich die Mehrheit, der Antrag ist angenommen. Kannst du noch mal sagen, dass ich die gute Mehrheit feststellen? Okay, wir haben einen, so einen halben, also wollen wir noch mal ganz kurz gucken, wer bitte dafür ist und wer dagegen ist gegen diesen Antrag. Also bitte einfach noch mal die Karten hochheben. weil Wally fragte, ob es eventuell eine Zweidrittelmehrheit ist, die sehe ich deutlich. Also es sind mehr als Zweidrittel der Versammlung dafür. Und jetzt übergebe ich mal an Wally als Versammlungsleiter, weil ich, wenn ich das richtig sehe, wir durch sind. Ja, oder? Oder haben wir noch alt, wir haben noch die EU-Geschichte und der Antrag 4 ist selbstverständlich schon beantwortet. Den haben wir gestern noch gemacht. Stimmt, den haben wir schon gemacht. Ich möchte trotzdem bitten, möglichst schnell die Versammlung zu beenden, weil die Bundes-IT das Wiki demnächst töten möchte und dann kann ich das Protokoll nicht mehr zu Ende schreiben. Gut, aber wir haben natürlich noch die Europa-Geschichte, das ist auf jeden Fall noch dran. Okay, wir können diese Europa-Geschichte, denke ich, auch außerhalb des FPTs machen, das heißt, das muss jetzt hier nicht auf der TO stehen, hoffentlich. Jens? Nee, sonst folgt keine Änderung der Tagesordnung. Wir benutzen einfach den Raum weiter und beenden den LPT und das macht selbstverständlich euer neu gewählter Vorstand, die gerade nicht da sind. Ihr bräuchte mal einen Vorstand. Wir können ja... Wo hast du den Job? Von hier aus. Leute, wollen wir ein bisschen Stimmung am Ende des Landesparteitags reinbringen? Wenn jetzt die Niki hier reingestürmt kommt, um dann festzustellen, sie muss jetzt abschließende... Oh, sie stürmt nicht. Wenn sie hier reingelaufen kommt, dann klatschen wir doch alle und stehen auf und tun so, dass sie so überrascht ist. Oder machen Laola-Welle, ist mir auch egal. Mach mal Laola. Ach so, ja. Also, wir können sie auch reinklatschen. Applaus Hallo. Kann der alte Vorstand bitte auf die Bühne kommen? Lächeln und winken. So, also. Ja, Seko, das solltet ihr zu denken geben. Okay, also. Danke für dieses Wochenende. Wir haben, glaube ich, einen guten Vorstand. Ihr habt uns gerade aus der konstituierenden Sitzung rausgeholt. Wir haben noch keine GO. So, ja. Danke für den Vorstand. Ich glaube, wir können so als Team zusammenarbeiten. Zumindest habe ich bisher ganz stark den Eindruck. Ja. So, Stefan, machen wir jetzt die offizielle Übergabe. Okay, ich wünsche dir für das neue Amt viel Glück, viel Erfolg. Und wenn du was brauchst, meld dich einfach. Und jetzt musst du nochmal, weil du musst das im Parteitagsspiel schließen. Ja. Ich habe den Job. So. Die Süddeutsche Zeitung hat zumindest mal die dpa-Meldung abgedruckt. Ja. Okay, dann schließe ich hier mit dem Parteitag, wünsche allen einen guten Heimweg und ihr wisst, ich komme mit Arbeit auf euch zu. Ich habe das Mikro. Der neue Vorstand. Ja, jetzt machen wir hier so eine kleine Informationsveranstaltung über die PPEU. Da seid ihr natürlich herzlich eingeladen, noch zu bleiben. Da ist extra der Gregory angereist. Herzlich willkommen, Gregory. Wir sind schon so gut wie fast fertig, ne? Und dann? Woran hängt's? Ah. Wir haben was. Hey, wir haben Slides gemacht. Guten Tag. Ich bin jetzt aus Hessen angereist heute. Mein Name ist Gregory Engels. Ich bin international... Also, es wäre nett, wenn ihr hierbleibt. Ihr könnt natürlich auch nach Hause gehen. Es wird nicht allzu lange dauern. Hoffe ich. So ungefähr. Also, ich bin hier aus Hessen angereist, aus Offenbach am Main. Mein Name ist Gregory Engels. Ich bin internationaler Koordinator, oder das ist die englische Bezeichnung, Beauftragter für internationale Zusammenarbeit der Piratenpartei Deutschland, der deutsche Bezeichnung. Und ich möchte mit euch kurz den Prozess der Gründung, der Werbung der Piratenpartei Europas besprechen, was bisher geschah und vor allem, was geschehen wird. Und um eure Stimme und Unterstützung auf dem Bremer Parteitag werben, eben für den Prozess, den wir jetzt heute vorstellen. Ja, du hast ja das Mikrofon. Geht das auch? Können wir das gleichzeitig machen? Also, ich lasse mich ganz kurz zu Ende vorstellen. Also, wie gesagt, ich bin außerdem der Ko-Vorsitzende von der Piratenpartei Internationale und war an dem Prozess entsprechend in verschiedenen Rollen immer wieder beteiligt. Aber ich bin nicht beauftragt für die PPU-Gründung, sondern ich mache jetzt nur Werbung dafür. Und Jens hat netterweise diese Slides gemacht. Er war auch sehr viel beteiligt. Und jetzt, man kennt dich, aber stellt sich selber vor, oder? Genau. Frage ist, wolltest du auch rüberkommen, oder willst du da stehen bleiben? Ich stehe gerne. Du stehst da drüben. Genau. Also sage ich auch was zu meiner Person. Ich bin Jens Stomber, komme aus Ingolstadt, bin auch in der internationalen Koordination aktiv und begleite da seit ungefähr zwei Jahren das Thema PPEU, Gründung der Europäischen Politischen Piratenpartei. Und wie Gregorius schon gesagt hat, geht es uns einfach darum, über das Thema zu informieren. Haben wir auf dem letzten Landesparteitag ja schon mal gemacht. Wir sind heute in den Schritt weiter und wollen den aktuellen Stand gerne vorstellen. Der aktuelle Stand, das Logo, was ihr seht, ist nicht das endgültige Logo, das ist momentan das Arbeitslogo der Piratenpartei Europas. Das endgültige Logo wird auf der endgültigen Gründung beschlossen. Momentan läuft ein Design-Wertbewerb, also Designer, die sich berufen fühlen, ein besseres Logo beizusteuern. Und gesamtes CI sind auch willkommen. Nur so als Anmerkung. Weiter. Wir haben uns das so vorgestellt, wir haben jetzt eine kurze Agenda aufgestellt, die seht ihr eben hier. Wir wollen ganz kurz nochmal sagen, was war eigentlich der Ausgangspunkt dieser ganzen Aktivitäten im Bereich Europa, dann wollen wir zunächst mal auf das Thema Gründung der Europäischen Politischen Piratenpartei und die entsprechende Satzung eingehen. Das ist das Thema Statuts Working Group. Und da geht es eben darum, euch halt zu erklären, was ihr eigentlich in Bremen dann abstimmen sollt für die Gründung der PPU, für die Ratifizierung. Und der dritte Punkt ist eben das Thema gemeinsames europäisches Wahlprogramm. Wie wollen wir hier mit anderen europäischen Piratenparteien gemeinsam eine Programmentwicklung betreiben? Gut, also der Ausgang war, also Piraten sind eine europäische Bewegung, eine weltweite Bewegung und es gab schon zu der letzten Europa-Wahl internationale Koordinationen und Treffen, wo man hat jetzt lange vorher, also 2012, auf der PPI-Konferenz in Prag, die sogenannte die Prage-Deklaration, beschlossen, die gesagt hat, dass wir eine politische Partei auf europäischer Ebene gründen werden, zusammen und ein gemeinsames Wahlprogramm erstellen werden, welches dann in die individuellen Wahlprogramme der Parteien aufgenommen wird, weil es gibt keine internationale Liste, sondern es gibt nur nationale Listen, deswegen muss jeder auch sein eigenes Programm schreiben, aber wir wollen den Wahlkampf entsprechend koordinieren und das Ganze wurde beschlossen als Deklaration und ist dann von dem Bundesparteitag in Neumünster im April letztes Jahres dann auch so ratifiziert worden. Das ist quasi der erste Ausgangspunkt und dann haben wir uns an die Arbeit gesetzt und viele, viele Sachen gemacht. Nächste Slide, oder? Du jetzt. Genau. Hier sieht man jetzt mal die bisherige Timeline. Das heißt, es gibt jetzt bei diesem Thema ausgehend von dieser Prage-Deklaration hat man sich dann auf europäischer Ebene organisiert und da gibt es eben verschiedene Working Groups, im Wesentlichen zwei. Das ist einmal die Statuts Working Group und die Programm Working Group. Die Statuts Working Group ist dafür da, die Satzung eines gemeinsamen europäischen Dachverbandes auszuarbeiten und die Programm Working Group ist dafür da, ein gemeinsames Wahlprogramm für die Europawahl zu entwickeln. Hier sehen wir jetzt halt die entsprechenden Daten von den Treffen, die dort waren. Ausgangspunkt ist eben die PPI-Konferenz in Prag. Dann sehen wir hier den Pirate Summer Congress in Aarau in der Schweiz. Da ging es eigentlich los und von da hat man dann sogenannte Statutenkonferenzen gemacht. Das muss man sich so vorstellen. Es ist wie eine Art, ja, es ist eigentlich kein Parteitag. Es gibt einen gewissen Formalismus, es gibt eine Geschäftsordnung, die wird abgestimmt, es gibt einen Versammlungsleiter und dann gibt es Entwürfe für einen Satzungstext, der wird diskutiert, darüber wird abgestimmt und da werden dann auch Entscheidungen getroffen und hier habe ich mal die entsprechenden Veranstaltungen dann ein bisschen fetter gemacht, aus denen halt bisher dann auch Texte rausgekommen sind, die die Deutsche Piratenpartei auf einem Bundesparteitag dann auch beschlossen und abgestimmt hat. Das ist eben einmal nochmal diese Paris Declaration, da werden wir nochmal darauf eingehen, dann ganz wichtig das sogenannte PPIU-Manifesto, das ist sozusagen so eine Art Grundsatzprogramm, ist Bestandteil der Satzung und dann eben der Satzungstext selber, der kam eben aus der letzten Konferenz in Warschau raus. Also hinzu kommen noch unzählige Mumble-Meetings und so weiter, es wurde, und Mailinglisten und noch und nöcher, also das Ganze ist nur quasi der obere Übersicht über dem, was alles gewesen ist. Hey, du zeigst das lustige Sachen da. Das heißt, ich wollte aber ein bisschen was draus sieht, das ist ein langes Prozess gewesen und wir haben festgestellt, dass es, obwohl wir alle Piraten in Europa sind und alle gebrochen Englisch sprechen, also quasi die gleiche Sprache, dass es doch zuweilen kompliziert war, gemeinsame Oppositionen so zu finden und zu formulieren, dass es für alle Parteien dann auch akzeptabel war. Also vertreten wurde das Ganze durch jeweilige Vorstände oder halt Delegationen, die vom Vorständen in Antworten sind oder vom Parteitag in Antworten sind und die Ergebnisse, damit es eben eine Legitimation hat, wurden dann jeweils von den Parteitagen ratifiziert. Ich weiß jetzt nicht, warum du das zeigst. Genau, ich wollte nur mal kurz nochmal erklären, praktisch, wie diese Konferenzen so aufgebaut sind. Hier sieht man halt mal so ein Protokoll von der Konferenz in Manchester. Zur Info nochmal, ich habe euch auf der Internetseite hier vom Landesparteitag, wenn ihr da unter die Tagesordnung geht, dann habe ich euch dort auf dieser entsprechenden Seite auch nochmal das Manifesto und diese Unterlagen halt verlinkt und dass ihr euch das angucken könnt. Hier sieht man halt mal, wie so eine Konferenz dann aufgebaut ist. Hier sieht man halt der Andy Hensol und ich sind da irgendwie die Versammlungsleiter. Die Frau Pöser ist unsere Bundesbeauftragte für diese PPU-Gründung. Hier sieht man halt, dass der Gerd Fleischer und der Thomas Göde noch mitgemacht haben. In der Regel ist es so, dass Deutschland da einen starken Beitrag macht. Hier sieht man halt die ganzen Beteiligten und was dann dort im Einzelnen beschlossen wurde, das kann man dann da eben auch nachlesen. Das ist hier so gegliedert und da sind dann die entsprechenden Beschlüsse, dass die PPU zum Beispiel ein Kauenziel und ein Board haben soll. Die stehen dann da eben drin und die wurden dann halt auch abgestimmt. Das wollte ich nur mal so zur Info geben. Diese Unterlagen kann man sich da kann man sich da halt alle angucken. So, genau. Jetzt Paris-Deklaration hat sie jetzt. Genau, jetzt kommen wir nochmal zur Paris-Deklaration. Das heißt, wir haben uns in dieser Gruppe damit beschäftigt, was ist eigentlich konkret der Arbeitsauftrag einer europäischen politischen Piratenpartei? Was soll die europäische politische Piratenpartei eigentlich genau tun? Was ist ihr Zweck? Und da wird der Gregorio jetzt ein paar Worte dazu sagen. Okay, ich war in Paris nicht dabei, aber Jens, deswegen, vielleicht bin ich gerade überrascht. Aber gut, kein Problem. Also steht im Prinzip, die wichtigen Dinge stehen in Fett auf diesem Slide drauf, was dann auch, glaube ich, im Wiki dann wird. Aber grundsätzlich haben wir gesagt, wir wollen eine Partei, die vor allem halt koordiniert und die Bindeglied zwischen den Parteien und den parlamentarischen Fraktionen darstellt und Veranstaltungen macht und sonst eine Piratenbewegung in Europa zu fördern, wobei das dann auch sich herausgestellt hat, dass wir mit Europa nicht die Mitglieder der Europäischen Union meinen, sondern Europa als Kontinent. Deswegen sind es Aufgaben, die jetzt nicht nur mit dem Parlament zusammenzutun haben, sondern einfach größer gesehen werden. Und ja, weiter? Ich glaube, was für mich jetzt nochmal ganz wichtig ist, warum ich das nochmal gebracht habe, was ich dazu sagen möchte, ist, wir haben natürlich in der Piratenpartei, sage ich mal, haben wir ja verschiedene Gliederungen. Das wisst ihr auch, wir haben die Kreisverbände, die Bezirksverbände, den Landesverband und den Bundesverband und in der Regel ist das irgendwo eine hierarchische Struktur, wo grundsätzlich so ein bisschen gilt, obersticht unter. Was jetzt diese ganze PPU anbetrifft, das ist jetzt ähnlich zu sehen wie eine PPI, ist es eben so, dass die PPU keine übergeordnete Gliederung ist, die in irgendeiner Form einer Piratenpartei Deutschland irgendetwas sagen kann. Die PPU ist also keine, sage ich mal, höhere Gliederung, die dann irgendwie der deutschen Piratenpartei irgendwelche Dinge vorschreiben kann, sondern die PPU ist eigentlich ein Dienstleister auf europäischer Ebene, der für Vernetzung sorgt. Das heißt, Vernetzung mit Leuten, die schon im Europaparlament drinsitzen, wie zum Beispiel die schwedische Piratenpartei, Vernetzung mit anderen europäischen Piratenparteien oder mit anderen Organisationen, die in Europa zum Beispiel sich engagieren im Bereich Netzpolitik, wie zum Beispiel Quadratur du Net in Frankreich. Das heißt, die Piratenpartei, die europäische politische Piratenpartei ist ein Dienstleister. Das ist die Botschaft eigentlich an der Stelle. Genau, es wird da kein Programm beschlossen in dem Sinne. Machst du weiter? Nachdem wir jetzt fertig waren in Warschau und gesagt haben, wir haben dort in der Warschau-Deklaration gesagt, das Verhandlungsprozess ist abgeschlossen, wir haben die Satzung, wir haben das Manifest und dann lief jetzt dieses Prozess los. Das ist ein wunderschönes Slide, den Jens gemacht hat. Der zeigt jetzt bisher, wir sind jetzt momentan in dem Punkt zwischen drei und vier. Das heißt, oben dieser Geschichte, das heißt, Statuten sind unterschrieben von 18 Piratenparteien in Europa, sind aber noch nicht gültig, weil es braucht eine offizielle Ratifikation von fünf Parteien, damit es auch tatsächlich in Kraft tritt. Wie halt in internationalen Abkommen so üblich. Momentan haben das, glaube ich, meines Wissens nach drei Piratenparteien gemacht, aber eben noch nicht alle. Und wir Deutschen haben das vor, mit einem Antrag auf dem Bundesparteitag in Bremen zu tun. Das heißt, diese Unterschrift, die bisher von Martina Pöser als Beauftragter für die PPU-Gründung für den Statutenprozess in Luxemburg unterschrieben worden ist am 4. September, das wird in Bremen als Antrag eingereicht, dass wir diese Unterschrift auch sagen, ja, sie hat das richtig gemacht und wir wollen bei der Europäischen Piratenpartei Mitglied sein. Und dann gibt es eine formelle Gründungskonferenz im März, wo dann der Vorstand gewählt wird und dann tatsächlich die Einträge im Register passiert und die tatsächlich dann funktioniert. Genau, und das heißt, vom Prinzip her, wie schon gesagt, in Warschau haben wir halt den Satzungstext eigentlich fachlich komplett ausgearbeitet gehabt. Wir waren in Luxemburg am 4. September. dort hat unser Bundesvorstand diese Satzung auch schon unterschrieben, genauso wie die Vorstände von den anderen europäischen Piratenparteien und der wichtige Schritt jetzt, der in Bremen dann ansteht, ist eben die Ratifizierung dieses Satzungsentwurfs, dieses Satzungstextes auf dem Bundesparteitag. Das ist eben das, was ganz wichtig ist. Ja, du hast recht, der Alios hat unterschrieben. Nicht Martino, der Alios. Genau, genau. Machen wir nichts ins Slide. Wir müssen ein bisschen schneller machen, die Leute rennen nach Hause. Guck, das ist ja... Richtig, ganz kurz nochmal, wir haben uns jetzt halt überlegt, dass wir diesen Satzungstext, der ungefähr über 20, die nur vier Seiten sich erstreckt, der auch schon von einer Anwaltskanzlei geprüft ist und so weiter, dass wir den jetzt nicht im Detail durchsprechen, weil das wird jetzt den Rahmen dieser Veranstaltung sprengen. Ich möchte euch aber alle ermutigen, ich habe den ja im Wiki verlinkt, sich das mal genau durchzulesen, wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns ansprechen, könnt ihr auf die internationale Mailingliste schreiben oder ihr könnt im LV Bayern einfach mich ansprechen. Wir werden auch zu diesem Thema nochmal einen Mumble machen, einen dicken Engel machen, wo das ganze Prozedere nochmal erklärt wird und wo man dann halt auch im Detail Fragen stellen kann. Hier geht es jetzt aber erstmal weiter mit dem Thema Programmentwicklung. Genau, weil nämlich ein Punkt von der Prager-Deklaration war ja, dass wir ein gemeinsames, also Teile des Wahlprogramms, gemeinsam europäisch in mehreren Parteien vertreten werden sollen und das ist herzlich schnell hingeschrieben in der Arbeit, wie zu diesem Text zu kommen ist, der dann von allen Parteien in Europa aufgenommen werden soll in nationale Programmpunkte. Das ist eben nicht so einfach und es gab entsprechend Programmkonferenzen von einer anderen Gruppe, die Statuten geschrieben haben, die haben sich überhaupt das Prozess überlegt, wie soll das gehen, die haben Wahlkampfthemen besprochen, ob man zum Beispiel eine transnationale Plakatkampagne macht, dass alle mit ähnlichen Plakatmotiven loslegen und sich dagegen entschieden, weil das doch national sehr unterschiedlich geführt wird, der Wahlkampf, aber das wurde über viele Punkte geredet und der nächste Punkt, da steht jetzt genauer Datum, ist jetzt nächstes Wochenende in Athen und dort wird jetzt anhand von dem Manifest, was schon Bestandteil der Satzung ist, aber eben so Grundsatzpositionen darstellt, die jetzt nicht konkrete Umsetzungen im Wahlkampf erfordern, sondern die gelten auch in 10 oder in 15 Jahren, beschreiben die Gesellschaft, in der wir leben wollen in Europa, da wird jetzt entsprechend ein Text erarbeitet mit allen Parteien, aus dem dann zurück in den nationalen Parteien ein Vorschlag zurückgebracht wird, der dann abgestimmt werden kann und der nächste Slide schreibt dann, wie wir da vorgehen wollen. Wie gesagt, die Grundlage ist der EU-Munikation, da ist er oben nochmal verlinkt und der Manifest ist im Prinzip Kernprogramm von der Piratenpartei Deutschland. Er behandelt Themen Bürgerrechte, Bürgerbeteiligung, Open Government, Transparenz, Reform des Urheberrechts und des Patentwesens, Open Access und Open Data, Netzneutralität, freie Software und freie Kultur. Und jetzt gehen wir in die Verhandlungen, wo diese Texte rauskommen sollen, Vorschlag, und wir nehmen jetzt für nächste Wochenende nach Athen mit, alle Texte, die wir in Deutschland schon im, kann man das irgendwie, das Geräuschlevel dahinten ein bisschen reduzieren? Wäre schön. Danke. Sonst merke ich, ich werde nervös und fange an zu schreien, das ist nicht gut. Für euch und für mich auch nicht. So, wir nehmen also die Programmpunkte, die im Bundestagswahlprogramm waren oder im Grundsatzprogramm waren, die zu Europa gehören und haben die auf Englisch übersetzt und wir haben uns ein bisschen jetzt aus dem Fenster gelehnt, das gebe ich offen zu, und haben den Antrag, das Best-of-Antrag, das von der Initiative Gemeinsames Europäisches Wahlprogramm erstellt worden ist und diese Umfrage, wo keine der Anträge, die 75% Mehrheit der selbst gesteckten Ziele erreicht hat, aber trotzdem 16 Anträge als sehr gut oder sehr breit unterstützt sich herausgestellt haben und deswegen trotzdem als Best-of-Antrag eingereicht werden. Wir haben den auch übersetzt und nehmen den ebenfalls mit, aber natürlich ist er noch nicht vom Bundesparteitag beschlossen, sondern geht erstmal weiter. Die anderen Parteien, Tschechien, England, andere Länder, bringen auch ihr Textvorschlag mit und wir werden das anhand von den Kapiteln des Manifests einsortieren, dass wir dann diese Grundantragsthemen haben, vielleicht kommt noch ein Thema Soziales dazu und dann haben wir einen Vorschlag, den wir diskutiert werden am Wochenende und dann gibt es danach ein Verfahren, nochmal, der Änderungsanträge von Parteien vorsieht, Veto-Recht, dass man in irgendwelchen Kapiteln oder einen Paragraphen nicht leben kann und am Ende soll es auf jeden Fall am 1. Dezember im Mambel dann der endgültige Text vorgestellt werden und den nehmen wir dann mit und reichen, weil das ja 1. Dezember ist nach Antragsschluss für Bochum, für Bremen, deswegen nehmen wir es mit dann und reichen dann in Bochum ein, wo wir die Europawahl-Liste aufstellen werden und dort gibt es einen entsprechenden Programmantrag, der in die deutsche Wahlprogramme rein soll, der aber in gleicher Form, also in jeweiliger Übersetzung, auch von den anderen nationalen Parteien in Europa dann getragen wird. Ich glaube, der nächste Slide beschreibt das noch ein bisschen näher, oder? Das war es schon. Genau. Und die Frage ist, findet ihr das grundsätzlich als Verfahren okay, so als Meinungsbild, weil man könnte jetzt sagen, das ist jetzt alles, wir lehnen uns raus, wir machen uns natürlich die Arbeit, klar, aber es ist nicht die Basis, die das entschieden hat, beziehungsweise wir nehmen also Punkte, die neu sind, die von anderen Parteien kommen und ein bisschen braucht man so eine Rückkopplung, dass das wir machen quasi der richtige Weg ist und ich hoffe, ich hatte schon mal die Gelegenheit gehabt, den Manifest zu sehen, deswegen einfach nur als Meinungsbild, wir finden das Vorgehen so richtig und kann dem entsprechenden Beitritt auch dann in Bremen zustimmen. Und der Rest ist dagegen oder ist egal? Ja, das ist schon ganz grün aus. Danke. Genau. Ich danke euch. Also wie gesagt, Fragen noch? Wir haben ja Zeit. Wenn jemand noch Fragen zu dem ganzen Verfahren hat oder zu dem Thema BDU hat, kann er die uns jetzt halt stellen? Kann jetzt stellen. Wann müssen wir aus der Halle raus? Bitte? Wann müssen wir aus der Halle raus? Wir haben Zeit, oder? Ich weiß jetzt nicht so genau, aber ich glaube, also wenn das nicht mehr der Fall ist, dann freue ich mich da drauf, euch alle in Bremen dann wieder zu sehen und wünsche mir, dass ihr uns auch in Bremen bei dem Thema weiter unterstützt. Danke euch. Will jemand das endgültige Schlusswort dann reden? Wally? Möchtest du das endgültige Schlusswort, bevor das Mikrofon ausgeht? Ja, aber das Mikrofon ist noch an. Aber in deiner Rolle als altes Altversammlungspräsident. ja, also was soll ich jetzt noch sagen? Ja, wo ist denn derjenige, der hier den Aufbau und Abbau koordiniert? Gibt es da niemals? Also, Herr Kalle, genau. Vielleicht kommst du kurz hoch, dass du um Hilfe bittest, für was auch immer getan werden muss, damit es schneller geht. Okay, ich mach das kurz von hier unten. Es wäre nett, wenn ihr vielleicht ja, euch absteckt an euren Tischen, die Dreifachsteckdosen abbaut. Vorher immer das Gaffer-Teil